Das ist ein komischer, äh, äh, ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ihr seht jetzt gleich den Grund, warum ich gestern nicht gestreamt habe. Ein Moment, ah! Einen wunderschönen! Hoffentlich entspannten! Genialen! Dienstagnachmittag wünsche ich der wunderschönsten! Knisterlichsten, herrlichsten Horde hier auf Twitch. Ich habe irgendwelche Knopps-Kopfhörer, die ich mir jetzt noch geholt habe, damit das funktioniert. Ich höre ganz anderen Sound. Also ich höre, ich höre, der Sound hört sich jetzt so weird für mich an. Ist das, äh, Live-Gaming-Roleplay? Ja, das ist Live-Gaming-Roleplay, ich musste es mir ja. Also das war, ich habe, ich musste zugreifen, warte mal, ich muss mal kurz hier was ändern. Einen Moment hier, jetzt ist kurz der Sound weg, oder? Ah, jetzt ist der Sound für mich besser. Du siehst so aufgequollen aus! Wer hat dich da denn reingenäht? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Leute, ich habe so eine geile, also wie gesagt, es müsste es auch vernünftig, ich habe ja da einen Gambison drunter. Und ich müsste dann mal vernünftig nochmal anpassen. Aber es ist so geil. Es ist so geil, ich habe so viele Sachen gestern gekriegt, das ist der Hammer. Aber erstmal grüße ich alle hier. Den Paule, den Lowfire, Damm-Kalifär, einen wunderschönen guten Tag, Bass. Lio, Lowfire, Anjanka, Damm-Illia, Bucky, Damm-Hypatia, Sirsico, Coiler, einen wunderschönen guten Tag, Onigam, Hellround, Sir Wedge, Sirsico, Matrikus, Hellhound, äh, Lego-Shipper, Lickla, Ferry, einen wunderschönen guten Tag, Everest, einen wunderschönen guten Tag, Bisi, dankeschön für zehn Monate, den du den Primes ab hier schon rausholst. Habe ich Sir Wedge schon begrüßt, ich glaube nicht, einen wunderschönen guten Tag, Vulkankrieger. Du hast da was im Gesicht. Wer hat denn da, wie gesagt, wir müssen auch gleich nochmal einen Namen begeben. Lass diesmal nicht Coppelius sehen, der kommt glatt zu dir bei Besuch. Oh, ganz. Soll er auch? Ich habe auch geile Schwerte, eine Bunthaube. Ja, ich habe eine Bunthaube da drunter, richtig, eine Bunthaube. Mensch, jetzt sitzt ich im selben Aupfel vorm Rechner, ich gehe mich schon umziehen. Ja, passiert, ne? Passiert. Ich habe nicht das große Kettenhemd an, das muss ich zugeben. Für acht, wie gewinne ich das hier? Am Anfang gar nicht. Für acht, wie gewinne ich das am Anfang. Am Anfang gar nicht, was? Wo ist das Kettenhemd? Wo ist das? Also schlank macht es jedenfalls nicht. Ja, ich habe aber auch extra mein Bad ja noch rausgeholt. Und ein lautes, mächtiges Ahu. Für, 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 für. Faule Möp. Ich musste mich selber einkleiden. Hoffe aber unterum nackt wie immer, natürlich. Und ich habe nebenbei noch so viel mehr. Noch so viel mehr. Das ist so geil. Ich habe aber auch extra ein 3 Meter Kabel, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Ich habe so geile Sachen. Es macht schlank, wenn du es zum Joggen trägst. Das stimmt. Also heute Rittersport? Nein. Vielen, vielen lieben Dank. Und Abfahrt. Und, 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 und Marco. Ich sage immer Mirko, ob es ist Marco, der MJ ist Marco. Vielen lieben Dank für den Drittier 3. Verdammt. Aber es trainiert, wenn man den ganzen Tag trägt. Insbesondere beim Jogging. Warum wollen alle joggen? Wollt ihr nebenbei meinen Kollegen kennenlernen? Äpfel pflücken? Ja, warte mal. Das? Ich habe noch keinen Namen. Und da ist auch noch ein Schild und alles nebenbei. Also, ich habe unglaublich viele Sachen. Ey, es ist so geil, was ich da alles gekriegt habe. Es ist so, warte, ich mach mal hier an. So, so ist einfacher. Leute, ich habe so, so geile Sachen. Da, wie heißt, wie sollen wir ihn nennen? Wie nennen wir ihn hier? Unseren Kollegen. Warte mal, ich darf hier nicht meine Kopfhörer raushauen. Ich habe so geile Sachen. Ich habe so geile Schwerter. So geile Schwerter. Das ist so ein geiler Zweihänder, der dazu ist. Ich habe zwei Sachs. Ich habe hinten, das sieht man jetzt an dem Ding nicht. Da habe ich hier vorne einen Halter für einen Sachs. Da habe ich einen Sachs. Ich habe an dem Ding hinten noch so ein Ding. Mit Halter. Und Sachs reinkommt. Ich habe, Kabel, komm mit, Kabel, komm mit. Ah, einen Moment, wenn ich jetzt das mache. Einmal so ein richtig geiles Holzschild. Ich hoffe, ihr hört mich. Macht mal Ausrufezeichen, Aho, wenn ich laut genug bin. Damit ich das weiß, dass ihr mich hört. Dass beim Mikrofon euch, dass ihr mich aufhört. Jawohl. So ein Schild. Ich habe Platten hier. Platten für die Schienbeine. Ich habe eine Hose. Ich kriege wahrscheinlich noch einen kompletten Gambi dazu. Der war gerade noch, den kriege ich noch dazu. Dann habe ich hier auch ein Metallschild. Komplett aus Metall. Komplett schaukampftauglich. Wie gesagt, das stört. Dann noch Platten für die Hände. Aber die habe ich jetzt nicht angezogen, weil es ein bisschen zu kompliziert wäre damit. Aber da war ich, da drunter trägt man halt Lederhandschuhe, die auch noch dabei sind. Dann den Köcher. Die Pfeile. Es sind wirklich, äh, wirklich Pfeile, die funktionieren. Und, ah, dem passt den Drogen zum Spannen dazu. Also, das ist, das ist so ultra. Und das habe ich alles auf einmal gekriegt, weil, ah, ebay Kleinanzeige. Da hat jemand nämlich, da hat jemand nämlich sein, sein Hobby aufgegeben und hat alles, was er hat, auf einmal verkauft. Und da dachte ich mir, da, da muss ich, da muss ich zuschlagen. Uiuiuiuiui. Warte mal, scheiße, mir ist der Kopfhörer raus. Ah, das ist jetzt Arbeit. Äh, dankeschön. Ah. Und wie gesagt, preis-leistungstechnisch, da musste ich zuschlagen. Das ist im Neuwert, im Neuwert ist das der Wahnsinn. Ah ja, und die Puppe gab es auch dazu, ne? Die Puppe gab es auch dazu. Die Schaufenster-Puppe. Ah, das Turnier nach dem Hype, äh, ist nicht gewinnbar, quasi. Das kannst du nicht gewinnen. Also, meines Erachtens nicht. Ich glaube, du bist des Müller-Werks in Real Life nachgang. Fräst du, was dich gekostet hat? Ja, verratet mal. Also, wie gesagt, ihr habt ja, ihr habt noch nicht das andere Schwert. Das ist ja alles noch aus echtem Leder. Dann habe ich ja hinten auch noch, wie gesagt, das Sachs. Ach so, das Fell, was ich dazu bekommen habe, das Echt-Tier-Fell, habe ich da noch nicht gezeigt. Also, ich kann dazu noch wikingermäßig ein Fell anziehen. Und, wie gesagt, die Pfeile, der Köcher ist dabei. Und da hinten, äh, wie gesagt, die Figur ist dabei. Die Figur. Und dazu dann noch das nächste Sachs, was ich hinten so aus einem Ding draus habe. Den krieg ich mal hier hin. Und natürlich, wie gesagt, ich krieg noch, ich krieg wahrscheinlich noch ein Gambi dazu. Und einfach nur so auch alles, was er noch so hatte. Ach, hier noch so einen kleinen Dolch. Alleine sowas neu, 20 Euro. Mit Scheide 20, 25 Euro. 2.000, 2.000. Das wäre ungefähr der Preis, den man, glaube ich, dafür bezahlt hätte. Ich habe 350 Euro bezahlt. Hallo da. Für alles. Für alles. Für Bogen, für drei Schwerter, für die komplette Rüstung, für... Ja. Zweiter Geburtstag. Da habe ich mir selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht und habe gesagt, da muss ich zuschlagen. Das, das muss ich mitnehmen. Richtig. Und ich habe eine komplett mit... Alleine, ich habe mal geguckt, eine Schaufenster... Eine Schaufensterpuppe kostet, glaube ich, neu schon mal 150 bis 200 Euro. Wenn du eine haben möchtest. Gebraucht kriegst du die auch nochmal. Aber die hält auch noch alles aus. Ein Kettenhemd. Das Kettenhemd mit dem brünierten Ding hier. Hier ist ein bisschen Rost. Das muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Hättest du nicht zugeschlagen, hätten wir dich verprügeln müssen. Ja, das war... Und auch noch 10 Minuten von mir. Quasi, wenn jetzt gestern nicht so ein Mega-Stau gewesen wäre. Also, dafür, dass ich mein komplettes Hobby... Und ich musste immer überlegen, was holst du dir für Platten? Ach ja, Schienbeinplatten sind ja auch noch dabei. Also die Schienbeinplatten. Alleine die... Die ist Kettenhemd. Das Ketten... Da ist ja noch ein Kettenhemd dran an dem Kollegen. Mit dem Ding hier bist du knapp bei 200. Äh, die Schaufensterpuppe, da bist du schon raus. Der Bogen mit allen... Bogen 80 bis 100 Euro. Die Pfeile dazu bist du auch nochmal so bei 5 Euro, 6, 7, 8 Euro pro Pfeil plus den Köcher. Dann... Es war einfach... Ich habe auch gesagt, so ey, das ist echt günstig. Und der so... Ich bin froh, ich hätte es teurer verkaufen können mit eins. Ich bin nur froh, wenn jemand Spaß dran hat. Ich wollte alles auf einmal loswerden. Und es soll jemand hingehen, der das Hobby jetzt genießen kann. Und, ähm... Von daher dachte ich mir... Deswegen ist gestern ein Stream ausgefallen, weil ich bin sehr schnell hin, äh, als ich die Anzeige so... Okay, wir müssen da jetzt hin. Wir müssen jetzt zuschlagen. Äh, ja, dann habe ich... Kann man, glaube ich, verstehen, warum gestern ein Stream ausgefallen ist, damit ich da hinkomme. Äh, ein Metallschild aus Schall... Äh, Metall, richtig Skeletter. Das ist... Das ist aus Schall. Ist jetzt wie eine Zombie-Apokalypse gewappnet, Fenri. Ja, und Flops. Einen wunderschönen guten Tag. Brimbeere, einen wunderschönen guten Tag. Ich verstehe nix. Lasse bluten. Wie sieht denn dein Monitor bitte aus? Wie, wie mein Monitor? Monitor? Was ist denn mit meinem Monitor? Achso. Hab man die im Fenster gesehen? Frontrider, einen wunderschönen guten Tag. Äh, Dumbless, genau. Wie gesagt, ich glaube... Neu wärst du ungefähr bei allen bei 2000 Euro. Meine wohl gepanzerte Durchlauchigkeit. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, und das hätte ich sowieso... Wie gesagt, irgendwann... Irgendwann hätte ich's gemacht. Das musste ich jetzt natürlich da mal, äh... Da mal, äh... So ein bisschen, äh... Schon mal vorstrecken, wo du sagst... Ja, gut, holst du dir das jetzt. Aber da musstest du mal. In der Kamera. Von hinten. Komplett weiß. Hä? Ach, das ist nicht mein Monitor. Das sind meine Lichtboxen. Das sind meine Lichtboxen. Das sind meine Lights. Ich hab zwei Lights. Komplett weiß. Das sind die zwei Lichter, die ich habe. Das war nicht der Monitor. Der sah, glaube ich, so aus. Komplett weißen Monitor? Wo hab ich denn einen komplett weißen Monitor? Der ist der komische Mann am Kamera mit dem Harnetz. Der war dreckig. Hä? Welcher Monitor? Meinst du die Heizung? In der zweiten Cam. Ah, da! Ach, stimmt. Der ist echt staubig. Hä? Stimmt. Drecksfink. Ich hab da letzten noch entstaubt. Naja, war von der Baustelle hier noch. Meine Güte. Mach mal sauber, Rino, hier. Zeigt seinen neuesten Schätz und alle achten nur auf seinen Monitor. Wollte grad sagen. Unten links. Ah! Weißt du, zeigst du einmal was? Jetzt weißt du, warum man nur den Ausschnitt zeigt. Hier ist alles schön. Guckt. Außer das da in der Mitte. Hm. Schreib mal Sau in den Staub. Ich glaub, das ist, wenn der nur oben rechts. Guck mir's mal an. Ah! Es ist wirklich an der Stelle hier am kratzesten. Ja! Ich seh auch, wieso. Da ist gewischt. Fücken darüber, wo es jetzt kann. Also, das ist ja mal. Meine Güte, du! Schöne Stelle. Hast du die auch ne Rüstung bekommen? Ich glaube, dann würde ich, dann würde ich leiden. Sehen alles. Ah! Da wird drauf geachtet, ne? Hallo, Xelina. Einen wunderschönen guten Tag. Boah, der ist ganz schön warm hier drunter. Und wie gesagt, ich muss doch gucken, dass ich, dass ich wirklich alles höre. Dass die Kopfhörer drin sind. Ah, jetzt, jetzt hab ich wieder guten Sound. Ordnung ist eben alles. Nö, Ordnung ist scheißegal. Ganz ehrlich. Ordnung braucht man nicht, wenn man wirklich das brauche. Ordnung ist, finde ich. Einer der, also ich sitze gerade wirklich. Also, ich konnte überall das hinstellen. Meine Meinungen sind umgehangen. Aber ein bisschen einatmen, damit man auch schön, äh... Schön am Bauernhof sind die gesundesten Kinder. Habt mir kein Royal Edition auf Steam für ein Zehner geschossen. Geil, oder? Ja! Was für ein Ding! Das Bier auf der Fensterbank ist bestimmt auch aus dem Mittelalter. Das ist von dem, äh, wir bauen, mein, wir bauen, äh, das, äh, die, die, den Fenster, äh, Fensterverdeck. Da, äh, ganz viel, äh, da ist noch ein komplettes Werkzeug hinten drauf. Aber wir haben ja hier oben, da muss ich auch noch die Wand verputzen. Habe ich ja komplett selber, äh, ein, ähm, ein Rollerhandenkastensverdeck aus Holz gebaut. Den ist ja komplett neu. Da war ja ein Loch. Das haben wir jetzt komplett dicht gemacht. Aber da ist noch ein bisschen Tapete mit abgegangen. Da muss ich dann vorne jetzt noch weiter verputzen. Ich komme ja nicht zu allem. Ah! Jetzt ist alles schief. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Jetzt sehe ich ganz komisch aus. Jetzt sehe ich aus wie so ein kleiner Zwerg. Hallo, wir spielen heute Return to Moria mit dem kleinen Zwerg Rino. Da stehen Bitburger, also kein Bier für dich. Habe ich doch gesagt? Auf dem Fensterbrett stehen zwei Bier und Werkzeuge. Auf der Fensterbank. Wir werden sehen mal, wann, äh, wann wurde die Bitburger Brauerei gegründet? Bitburger Brauerei. Mal sehen, von wann die ist. Die Bitburger Brauerei wurde im Jahre 1817... Ja, gut, dann ist es, glaube ich, kein mittleralterliches Bier. Ach, bei Bitburger bin ich so wederisch. Wie trainierst du am besten Vitalität? Kriegt man auf die Fresse? Laufen! Ich glaube einfach, du kriegst zu nachher... Ich weiß nicht, wie es am besten trainiert. Weiß das einer zufällig? Ist immer gewachsen. Und Harry Kane, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Ich dachte aber, es ist... Ich dachte mal, schön im Mittelalter-Spiel mal wieder ein Rüstungs-Stream. Sketch, danke schön für die 100 Bits. Die habe ich ganz verpasst. Prost. Ich stehe da leider schon etwas länger rum. Kennt ihr das, wenn du denkst? Pack ich sie noch im Kühlschrank? Guck mal, Last Soldier, ein wunderschönen guten Tag. Boah, ist es warm hier drunter. Ah, ich mach mal kurz. Heizung komplett aus. Jetzt brauche ich keine irgendwie ansatzweise. Ich merke... Das ist ganz schön warm hier drunter. Hey ho, Ninen, die Ninen da war. Ich hoffe, du weißt, dass das Kettenhemd 25 Kilo wiegt, oder? Hellhound, ich habe mal in Komplettrüstung ein Stream gemacht. Mit kompletten Kettenhemd. Ja. Und habe dann 700 Kniebeugen gemacht und konnte eine Woche keine Treppen gehen. Ich weiß sowas. Ich weiß sowas, ja. Ich habe schon so komplett gestreamt. Und wie gesagt, ich habe auch kein Problem mit vielen, vielen Kilos rumzulaufen. Wie gesagt, es ist nur warm, aber deswegen auch schwer. Es geht. Das Ding ist, du musst dich halt ein bisschen bewegen. Da kannst du ab und zu mal ein bisschen was freilegen. Und mal so ein bisschen frei... Ah, freimachen. Gut, dass es keine Geruchstream gibt. Ach, ich schwitze nicht. Ah. Ah, die Platten gefallen mir so gut. Ich muss sagen, es gefällt mir so gut. Von daher, Dankeschön. Indem du dich auspowerst beim Laufen oder im Kampf. Ja, das sage ich mir auch. Einfach viel Laufen. Vitalität ist viel Laufen. Das ist bald ein neues Feature bei Twitch. Ja, Flops. Bei deinen 85 Millionen Grad in deinem Raum will ich ja gar nichts wissen. Meine Hochachtung. Dankeschön. Von daher ist das noch simpel. Aber ich habe mir extra heute dann, wie gesagt, noch... Erstmal so ein Verlängerungskabel geholt, damit ich hier so ein bisschen meine Ohrstöpsel... Damit ich auch rumlaufen kann. Weil sonst wäre ich ziemlich unflexibel. Ach, heute nur 27 Grad. Hatte Durchzug. Ey, das würde ich nicht aushalten. Ab 24 Grad finde ich es unangenehm. Die sollen erstmal ihre Bugs fixen. Von was denn? Das ist bald ein... Äh... Ein neues Feature. Ach so. Ja, die sollen echt langsam dieses ganze rumgedüdeln. Das ist immer wieder mal... Der Sound leiert. Das, äh... Bei den Vorhersagen letztens stand da sogar noch 1 und 2, obwohl keine Vorhersage war. Dann war das mal wieder drin, mal wieder nicht. Garley gilt als älteste Biermarke, sowie ältester durchgehender bestehender Markenname der Welt. So. Sikko. Ach, die Raids, die haben nur die Hälfte mitgehen und sowas. Na, das stimmt. Sikko, du musst jetzt mal sagen, ab wann ist es denn? Von wann ist es denn? Soundline ist doch zu regeln, wenn man auf feste Quali stellt, oder? Habe ich ja. Es leiert meistens am Anfang eines Streams. Und wie gesagt, nicht bei mir. Das leiert dann immer nur ab und zu bei Usern. Nicht bei denen. Ah. Und, äh, Atti, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wie war euer Wochenstart? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Jetzt habe ich eine halbe Stunde schon fast gequatscht. Ich war gestern nicht da, weil ich noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mich beeilen musste. Ich habe mich zwei vor, äh, vier angefangen anzuziehen. Wie war euer Wochenstart? Von einer Minute von eins bis zehn, wo zehn ein unglaublich geiler Wochenstart war. Und ein Eins, ein ziemlich beschissener. Ich glaube, ich muss nicht sagen, wie ich meinen Wochenstart fand, oder? Ich glaube, ich muss nicht sagen, wie ich meinen Wochenstart fand als gestern. Äh, einmal Nahu bitte auch für Bayana Joe, der mich spontan, äh, hingefahren hat. Äh, der mir mehr geholfen hat, weil er einfach sowas besser bewerten kann als ich. Und meinte nur, das ist so ein Schnapper. Nimm. Er hat, er hat das Ganze überhaupt erst gesehen und nicht ich. Und meinte nur, das ist doch was für dich, weil er hat schon die komplette Rüstung, wie ihr wisst. Die habe ich ja schon mal getragen. Äh, eine Drei von Lucky Shot. Was passiert? Sonst fünf, sieben, sechs, acht, acht, sieben, koma sechs, zwei. Das ist auch eine gute Note. Bei Lucky Shot, eine Drei. Da ist was passiert. Sechs hätte besser im Garten laufen können. Bass, eine Zehn. Du hast frei, Bass, ne? Bass hat frei. Ich meine, du hast jetzt schon frei. Ich bin nicht wundern, dass ich immer wieder so mache. Ich stecke mir, ich stecke mir die Kopfhörer nur richtig rein. Damit ich auch einen vernünftigen Sound habe, weil die rutschen natürlich gerne mal raus. Aber es ist angenehm, weil so kann ich, äh, streamen. Ich habe mir extra so kleine Plöpsel geholt. Die fallen natürlich auch gerne raus, aber zumindest funktionieren sie. Okay, dann, ich versuche natürlich so gut wie möglich abzulenken. Äh, was anderes kann ich da natürlich nicht machen, aber kann es verstehen. Ähm, Kenner habe es in der Familie und weiß absolut, dass damit nichts zu scherzen ist. Und, ähm, von daher werde ich dann keine, keine dummen Ratschläge geben. Oh, da musst du vielleicht, ne, kann ich nicht. Ich kann nur sagen, ne, ich glaube, die besten Ratschläge hast du dir schon selber bestimmt, ähm, auch reingeholt. Und, schön, dass du da bist. So. Hast mit deinem Outfit schon gut geholfen. Supi. Okay, ernsthaft. Wer hasst dich jetzt? Zwitschle der Rino, dass ich immer überlesen werde. Dame Califee. Dein Aho. Zwei. Waaah. Was ist, aber das kam auch immer so danach. Das ist wirklich so. Medikamente abgesetzt. Jetzt ist mir dauerhaft schwindelig. Wieso haben die... Ich weiß es nicht. Ich stand das gerade da auch schon. Boah, was soll das? Wahrscheinlich habe ich mich auf Lucky Shot schon konzentriert. Und hab dann nur einen langen Text und die zwei davor nicht gelesen. Und das besser im Garten. Und zwei da drüber steht. Ey, das ist hier. Zumut weiß ich das. Äh. Das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, dass das gibt sich. Aber das stand eben auch schon da. Ich weiß. Naja, ich habe für heute für alles eine Ausrede. Ich habe ziemlichen Druck auf den Kopf. Das ist... Das ist... Das ist wirklich etwas anders. Man muss nicht... Ich kann mich nicht ganz so gut hin und her bewegen. Ähm. Und es ist warm. Aber es ist so geil. Besonders habe ich nur geschrieben, wie groß war denn derjenige, der das gehörte. 1,80. 1 Zentimeter Größe. Es passt alles wie angegossen. Stellt euch einfach vor, ihr seht ein... Ja, da passt es genauso. Ihr wisst, dass euch alles passen wird. Weil das ist bei Gebraucht häufig das Problem, was ich am Lager hatte. Ähm. Dass ich den... Dass ich nichts kaufen konnte. Weil häufig, wenn jemand was ausgekauft hat, sie waren häufig auch, ähm... Kräftiger als ich. Und dann kam man nicht an die Materialien dran. Oder hätte man sich das... Ja, dann hat man so ein Kettenhemd angezogen und hatte halt so einen Kartoffelsack an. Von daher ist es, äh, auch ähnliche Statur wie ich. Und, äh, sieht man ja. Es ist eigentlich wirklich... Ich habe die Handschuhe. Die Handschuhe haben exakt gepasst. Die Handschuhe, wie gesagt, ich habe noch Lederhandschuhe. Ich glaube, die Handschuhe allein, wenn du sowas wiederholst. Das sind echt Lederhandschuhe. Dann noch diese, diese mit... Ach, Platten. Es ist... Es ist... Wie gesagt, was ich da, glaube ich, geschossen habe, ist einer der geilsten Sachen. Besonders, wenn man halt wirklich in diesem Hobby ist. Und ich kann... Ich habe jetzt einen Dekoartikel in meinem... In meinem... In meinem Büro. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, für die Leute, die erst später reingekommen sind. Äh, welchen Namen? Wie heißt denn unser Kollege jetzt? Wie soll unser Kollege hier eigentlich heißen? Ich habe ja eine komplett... Und wie gesagt, eine komplette, äh... Figur jetzt hier stehen. Ich fand Calvin eigentlich ein echt guter Vorschlag. Was hat deine Frau dazu gesagt? Schlag sofort zu. Meine Frau ist auch in dem Hobby. Ah, nein! Ich habe es mir rechts rausgeschlagen. Ah. So. Wo ist das Verlängerungskabel? Ich glaube, da muss ich nochmal... Ja. So. Ingo, Heinrich. Heinrich. Ja, das dachte ich mir auch so. Der muss jetzt eigentlich Heinrich heißen, ne? Heinrich als Namen für die... Aber das ist jetzt Heinrich. Kann ich Heinrich anziehen? Oder Hans? Hans. So. Ja. Boah. Boah, ich freue mich, wenn ich wieder meine vernünftigen Kopfhörer aufhabe. Das ist schon verwirrend. Man merkt schon, wenn man geile Kopfhörer hat, dass das schon, äh, eher irritierend ist. Also meine Frau hat das nur gesehen und auch sofort Fotos gemacht und, äh, war begeistert von dem allem, was ich da natürlich gekriegt habe und meinte sofort, ey, wenn das die... Sie kennt ja auch so ein bisschen mit was, was das alles kostet. Solange es nur ein Druck auf den Kopf ist und nicht auf der Blase. Ja, das Problem ist, wenn ich auf Klo muss, ich muss ja auch irgendwie die Kopfhörer erstmal ausziehen. Dann musst du geile In-Ears kaufen. Ja. Dann kann ich für einen Rüstungstream geil viel Geld ausgeben, die ich danach nicht mehr trage. Oder ich nehme das, was da ist. Du siehst geil aus. Dankeschön, Shuling. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Ah, ist das schöne Musik. Das stimmt auch wieder, ne? Ja. Das ist ja etwas so, wo man sagen muss, äh, da, da, das kann man machen, wenn man sowas häufiger macht. Ich kann euch aber sagen, häufiger mache ich das nicht, weil es schränkt einen schon natürlich ein. Man ist halt, man ist halt eine Dose, ne? Eine rumlaufende Dose und nicht ganz so flexibel. Und ich wette, das wird sich auch aufs Gameplay niederschlagen, wo ich jetzt endlich mal die Frage stelle. Fehlt eigentlich nur noch der Helm. Ja, den habe ich noch nicht. Das stimmt, der war nicht dabei. Sagen wir so, ich bin jetzt gerade nicht unglücklich, nicht noch einen Helm drauf zu haben, weil so einen Helm, das war auch das Schwierigste an dem Helm von, von, äh, Bajana George anhatte, der ist halt ein bisschen kleiner. Ich habe halt einen Riesenschädel. Und da musst du halt wirklich, der muss Passform haben, ohne Ende. Der ist halt nicht so, der ist auch nicht mehr flexibler wie so ein Kettenhemd. Mein Moin, Little Big Man. So. Hast du denn jetzt ne Puller, Luke? Hä, ne Ketten? Ich hab keine Platten. Ich hab unten keine Platten. Ich hab ein Kettenhemd und du kannst ja hochziehen. Darunter. Und dann hast du noch Schienbeinplatten. Das ist keine Komplettplattenrüstung. Eine Komplettplattenrüstung, glaube ich, wenn ich das für den Preis geschossen hätte, da, da, da würde ich es weiterverkaufen. Ach, notfalls nehmen wir in den Eimer. Nehmen wir in den Eimer, ich schneide ihn auf und dann geht's, dann geht's dann los. So. Drücken wir auf Fortfahren. Also ich hab jetzt einfach immer noch normale Jeans an. Ich hab mir auch nicht das Kettenhemd angezogen, weil das echt Arbeit ist, äh, die, 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 die ganze Puppe auseinanderzunehmen, um da die Kettenrüstung abzukriegen. Von daher, die ist gerade da drauf. Ich bin glücklich. Und, äh, die wird dann einmal, wenn ich lager, wird sie da abgenommen. Das vereinfacht ist natürlich. Ja, würde ich aber auch immer so machen. Also ich würde mir jetzt nicht irgendwie eine riesengroße, nur Platten und da drunter noch Kettenhemd und sonst alles. Oh Gott, nach links und rechts zu lehnen, ist echt anstrengend. Heute werde ich ein bisschen mehr überlesen als sonst. Sorry, Damkalifee. Ähm, aber meine berühmte Frage, wer war beim letzten Stream dabei und weiß, dass wir Prebislawitz befreit haben? Das Dorf, schreibt eine Eins in den Chat. Wer die Story schon kennt, aber jetzt im letzten Stream verpasst, hat eine Zwei in den Chat. Und wer vielleicht sogar zum ersten Mal bei Kingdom Comics dabei ist, wohl wird es schon zwei Wochen spielen, eine Drei in den Chat. Hab jetzt fertiges Gulasch, wo bleiben meine Knödel? Zwo, zwei, eins, zwei, eins, zwei, zwei, eins. Zwo, komm mal fünf. Drei, zwei, zwei. Viele, 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 zwei, okay. Aber keine Drei mehr, ne? Ich glaube, die meisten haben es dann noch schon mitbekommen. Ich muss mal kurz raus-tabben. Äh, ich hoffe, dass Kingdom Come 2, wenn es rauskommt, äh, schön, äh, raus-tabbar ist. Guten Tag zusammen, Damond und zwei. Also das heißt, ihr kennt die Story schon, ähm, also wo wir gerade sind. Wir haben gerade Prebislawitz befreit. Sind dann zum, äh, Herrn Diewisch gegangen, an Teilenberg. Und der hat uns jetzt als Vogt in Prebislawitz eingestellt. Das heißt, Prebislawitz ist jetzt offiziell unsers. Wir können das, äh, wir sind komplett für den Ausbau zuständig. Also unsers, wir sind der Vogt davon. Kriegen die, äh, Einnahmen, ersten fünf Jahre Einnahmen steuerfrei. Heißt, äh, ich denke mal, das ganze Spiel lang werden wir die Einnahmen davon kriegen. Und sollen es halt ausbauen. Ich guck mal gerade, wie es um meine, um meinen, um meinen Charakter bestimmt ist. Sattheit geht, Energie geht. Wir sind halt mega geil ausgerüstet. Gott! Mh! Dankeschön. Nichts kann ja wieder schön. Mein Gott, siehst du sexy aus, kleiner als drei. Sexy? Ich, 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 ja, das... Schön, wenn du mehr Sachen anhast als vorher. Man sieht weniger von dir. Dankeschön, Blackbot. Kaum sehe ich sexy aus, kriege ich ein Kind mit Blackbot. Neun Monate, schon vorbei. Den Teil der Story kenne ich ja noch gar nicht. Ist ein DLC, Nelly. Ist ein DLC. Ist ein DLC from the ashes. Das hast du jetzt gesagt. Ähm, ich wollte eigentlich einen Händler zitieren, wenn meine Vollplatte ankommt. Kriege ich Deutsch, aber nicht auf die Reihe. Insofern sage ich einfach nur, looks great on you. Dankeschön, Snyder. Oh, werter Ritter. Meinst du auch dieses glänzend, dass ich diesen glänzend Trait habe? Äh, wo ist denn eigentlich mein, mein Architekt hier? Lieber Architekt! So, äh. Jetzt musst du's, äh, muss ich jetzt auch nochmal spielen. Also es gibt ganz viele DLCs. Du musst die DLCs aber holen, ne? Das ist wichtig in dem Spiel. Die DLCs zu holen, sonst kannst du's natürlich nicht. Äh, ich guck mal, wie viel Geld... Oder eigentlich, ich müsste ja mal ein Rathaus haben. Hi, Marius. Wie geht's weiter? Und nun? Bevor wir auch nur ein Klohäuschen errichten können, müssen wir die gesamte Gegend räumen und brauchen viele Leute für die Arbeit und zum Aufteilen des Gros. Ah! Ja. Ich mache mich wohl besser auf nach Rathai und wohne der Bekanntmachung bei. Stimmt. Den Vogt wird die Sache sehr gelegen kommen. Er wird die Vertriebenen los und die Bürger jammern ihm nicht mehr die Ohren voll. Ich bleibe hier und mache mir Gedanken über die Bauplätze. Und sobald die Leute eintreffen, teile ich ihnen ihre Arbeit zu. So war das, stimmt. Dann kann ich nach Rathai gehen und dann kann ich auch noch hier Fritz und Matthäus holen. I am honored that a knight such as yourself has taken interest to me. Ich würde es übersetzen, ich fühle mich geehrt, dass ein Ritter euresgleichen Interesse an meiner Wenigkeit hat. Naja, ich müsste noch das Ding ausziehen. Ich habe ja die Platten, aber dann müsste ich das Ding ausziehen. Jetzt. Dann habe ich jetzt hier mehr die Platten. Wenn ich jetzt auch noch das hier ausziehe, so ungefähr habe ich das. Also so, ich habe ja die Schulterplatten, habe ich. Ich habe die Armplatten, ich habe Leder, da habe ich ja noch keine Platten für meine Unterarme. Da habe ich aber Lederarmschienen. Das Kettenhemd habe ich, ich habe so einen Gürtel. Die Beinplatten habe ich nur übers Schienbein. So ungefähr wird es. Und wie gesagt, den Helm dann noch. Aber wenn ich das privat übersetze, dann ist es nicht gesagt, wie die offizielle deutsche Übersetzung. Da bin ich pedantisch, okay. Das heißt, warte mal, wieder anziehen. Einmal gehen wir jetzt dann mal nach Ratai. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen! Ich mag, dass ich so ein Gucu als Pferd habe, der momentan eine Teleportation einsetzen kann und immer genau hinter mir steht. Ich glaube nicht, dass das irgendeine spielerische Programmierkonsequenz ist. Sondern ich glaube immer, dass ich es genau nicht sehe. Ich weiß immer ganz genau nicht, wo mein Pferd ist. Und ich hätte mich einfach nur umdrehen müssen. Weil lustigerweise ist es dann immer ganz genau hinter mir. Das ist nicht, dass das Spiel das programmiert, wenn ich das drücke, damit man nicht sieht, dass es teleportiert ist, dass es hinter mir steht. Das ist nicht programmiert. So ist es auch. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Ratai. Wahrscheinlich bei der Bekannten machen wir ans untere Tor. Mal sehen, ob uns was passiert. Mal sehen, ob uns jemand angreift oder nicht. Auf jeden Fall, wenn uns jemand angreift, soll er doch kommen. Ich habe Platten. Und ich habe drei neue Schwerter. Und ich habe einen Bogen. Stimmt, ich habe alles. Ich habe jetzt endlich einen Bogen. Das ist das Ding, was mich am meisten an diesen Kauf freut, ist, ich habe immer überlegt, nimmst du jetzt den Bogen? Machst du das nicht? Und da hatte ich halt keine Überlegung. So eine Überlegung, wie machst du, wie kombinierst du, sondern alles mal auf einmal. Gerade das fand ich atmosphärisch immer gut programmiert. Ne, es gibt ab und zu einen Fehler. Du kannst dein Pferd sehen, wenn du dich gut hinstellst, wie es weit weg steht. Wenn es weit genug weg ist und du es sehen kannst und siehst dann, dass es da verschwindet und es ist plötzlich hinter dir. Ah, sie haben also nicht ausprogrammiert, dass es immer, wenn es im Sichtfeld ist, zu dir rennt. Da war ein kleiner programmiertechnischer Fehler drin. Pass auf, um Himmels Willen, hier sind Leute. Ach, sei ruhig. Aber warte mal, ich habe doch mein eigenes Bettchen. Ich habe doch dafür, dass ich, äh, Brevislawitz zurückgeobert habe, hier mein eigenes, äh, Bettchen gekriegt. Stimmt. Ab hierhin. Ich habe mir übrigens ein Beispiel an deinem Heinrich genommen und ein paar Dinge gefunden in abgeschlossenen Truhen. Da gab es echt nette Dinge, zum Beispiel in Herrn Ratzigs Kapuze. Das war mein Bettchen hier, oder? Jawohl. So, gehen wir mal eine Runde schlafen. Nein, nicht setzen. Ich wollte, äh, nein. Och. Speichere ich denn jetzt? Davor schon schlafen und speichern, jetzt nicht. So, komm, bis sieben Uhr morgens. Dann mache ich morgen mal, äh, die, die, den Aushang, dass jetzt Ratte, äh, dass Brevislawitz offiziell wieder besiedelt wird. Äh, Nelly, wie hast du denn überhaupt DLCs gespielt? Weil du hast noch unglaublich viele Inhalte. Du kannst zum Beispiel als Teresa spielen. Du kannst als Johanka spielen. Ähm, du hast eine komplette, äh, Söldner-Kampagne jetzt mit drin, wo du Söldner ansprechen kannst. Und du hast halt in Rattei ein Turnier. Wo du auch wirklich halt ein Turnier kämpfen kannst. Oh, dann genieß es. Oh, dann genieß es, Nelly. Es ist so viel neuer Inhalt drin. So viel neuer Inhalt, das kann man wirklich genießen. Als Johanka? Ist es nicht, dass man Johanka, oder eine Johanka-Quest hat? Hallo da. Also mir hat, äh, hier, der Dingsbums, das Video von Steinwein ist Johanka. Man sieht aus Johankas Sicht. Oder es gibt eine Quest, die Johanka beinhaltet noch zusätzlich. Bei a Women's Lot. Hat zumindestens, äh, Steinwein in seinem Video gesagt. Vielleicht ist es dann halt, äh, aus der Sicht. Oder man hat eine zusätzliche Quest. Ah, dann so. Nur mit Johanka, nicht als sie. Okay, dann ist die Aussage so. Dankeschön. Dann hatte ich die Aussage von Steinwein falsch verstanden. Weil er hat ein Video gemacht, warum er neidisch ist, wenn Leute jetzt erst King of the Come entdecken. Ja, das haben wir jetzt, äh, genau. Das dritte Mal gelesen. Also, es gibt eine Johanka-Quest. Und das soll laut Steinwein wohl die beste Quest für ihn persönlich sein. Bin ich gespannt, was wollte ich denn eigentlich gerade noch machen? Ach ja, mein, ach, ich wollte doch gar nicht hier hin. Ich wollte erst mal mal, ich wollte zum Vogt. Und ich gehe, äh, erst mal hier zum, äh, meinem, meinem, meinem Splut wegschmieden. No, Jola, einen wunderschönen guten Abend. Nein. Oh, hier ist auch Blut dran. Ah, gut so. Ich glaube, du kriegst nur eine Johanka-Quest, bist dir aber nicht sicher, ne? Wäre ich mir jetzt auch nicht mehr. Hab's. So, dankeschön. Und bitte nochmal die Bartakst. Kann ich auch nochmal ein bisschen schleifen. Oh, da sieht man es sogar richtig. Das liebe ich an dem Spiel, wenn man sieht, wie es schärfer wird. Wenn man halt sehen kann, wo man schleifen muss. So. Ritterrüstung oder Rittersport? Ja. Ja. Ich habe, ich möchte meine Kopfhörer drin behalten. Und außerdem mache ich keinen Rittersport mehr mit Ritterrüstung. So lange meine Tochter noch in, auf, ich muss sie aufheben können, Alter, ist. Äpfel pflücken, ja, oder so. Ach. Da seht ihr, ich habe aber zumindest ein Mittelalter-Hemdchen drunter angezogen. Ach. Oder ein Mittelalterliches. So, vernünftig hinsetzen. Danke, Loyola. Äh. Die Bartakst wollte ich nur kurz verkaufen. Die brauche ich nicht. Wie kann ich dienen? Äh. Lass uns mal kurz handeln. Und dann verkaufe ich dir kurz meinen Bartakst. Die brauche ich nicht. Streitkolben des Vogtes. Ja, die brauche ich ja leider. Standhaftigkeit. Ah, das ist mein Einhandschwert. Behalte ich auch mal. Falls ich das für irgendeine Quest brauche. Welches Schwert benutzt du? Beziehungsweise welche Schwerte waren für den Zweihandkampf geeignet? Snyder, reden wir über das Spiel oder reden wir darüber, was ich, äh, was ich jetzt privat mache? Das Spiel. Ähm, Langschwert. Ich habe, äh, das Langschwert für mich entdeckt und habe dort, äh, das Schwert des Herodes gekauft bei dem Schwerthändler. Und seitdem, äh, kloppe ich wirklich alles weg, was, was nicht drei auf, äh, auf, äh, aufm, äh, aufm Bäumen ist. Es ist wirklich der Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich geniales Schwert. Und ich mag halt nicht mit Schild zu kämpfen, von daher, ähm, weil mir das viel zu viel Sicht wegnimmt. Ist vermutlich in vielen Bereichen die bessere Wahl, weil du deutlich geschützter bist, aber das Langschwert macht mir deutlich mehr Spaß. Hi, Herr Vogt. Ich wollte nur mit dir reden. Hallo. Ja. Hi. Hi. Lassen wir mal reden. Ich habe ein Schreiben aus Priebus Lavitz. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divisch. Es betrifft den Wiederaufbau von Priebus Lavitz. Ist er jetzt eigentlich mein Kollege, der Idiot? Ich bin da, von dem du die Banditen verjagt hast. Ganz genau. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Moin, Basti. Dann wollen wir mal sehen. Hm. 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 Priebus Lavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Ist doch geil, oder? Du wirst all deine Probleme los. Herr Tartig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Hm. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Mach's gut. Und jetzt schreite das einfach nur auf den Marktplatz und mal sehen, wer mitkommt. Was sagt er? Wie viele Bürger kommen mit? Wie viele Bewohner haben wir jetzt, nachdem er da mal eine öffentliche Ankündigung macht? Ich kann es nicht mehr schätzen. 69. Boah, wäre das geil. Einfach direkt 69 Bewohner. 42. Boah, gut, dass wir dem Idioten da keine Köchin gemacht haben. Da kann ich mir die Köchin... Zwiebelsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Ich hab die Kopfhörer falschrum reingemacht. Ich hab die Kopfhörer falschrum reingemacht, weil da stand kein links und rechts an den Kopfhörern ran. Es ist jetzt die ganze Zeit bimmels links. Das kann heute noch lustig werden. Das kann heute noch lustig werden. 10 bis 20, 42, 13, plus minus 20. Deine Kettenbrünne sieht ja so leicht aus. Leicht? Ja, das ist keine feste, mega schwere Kettenrüstung. Also ich hab noch ganze Kettenrüstung da hinten. Das ist halt nur der Top-Tie, die Haube. Schön, dass du da bist. Im Namen von Herrn Hannusch und Herrn Devisch, dass euch, werten Bürgern Ratteis, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Priebeslawitz nördlich von Burg Talmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten. Vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von fünf Jahren von ihrer Steuerlast befreundet. Fünf Jahre keiner Steuern zahlen. Eins in den Chat, wenn ihr mitkommt. Die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Priebeslawitz befindet sich im Lehen von Herrn Devisch von Altberg und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Priebeslawitz und zu diesen Berufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien hat ihm von Herrn Devisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Richtig. So. Kommst du mit? Kunisch! Ach komm, fragen wir mal Kunisch, was er meint. Holzfäller. Oh. Seit wann brauche ich Holzfäller, aber das kann ich ihm sagen. Meister Locato Marius. Kommst du nicht mit oder was? Hör mal Kunisch, ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du hier verkümmerst. Wie wär's mit Arbeit? Für dich arbeiten? Im Priebeslawitz, du Idiot! Du musst dort als Holzfäller arbeiten, sobald wir ein Holzfäller-Lager haben. Sobald wir ein Holzfäller-Lager haben? Okay, ich muss erstmal Sachen bauen. Genau, das ist eine DLC-Quest. Und man kann gerade, glaube ich, das Spiel mit allen DLCs für ein... Ich weiß nicht, ob es immer noch für ein Zehner drin ist. Es war auf jeden Fall sehr günstig derzeit. Warte, aber muss ich jetzt wirklich für die Priebeslawitz einfach wieder nach Norden? Ich sollte vorher noch was essen. Äh... Vermutlich, oder? L. Nein. I. Questlock. Hauptquests? Nee, äh... Aktivitäten, Steinschlag. Ein neues Zuhause. Sprich mit dem Meisterlocator. Äh... Sprich mit dem Klostermeier. Äh... Da. Ich hoffe, du bist solvent! Ich hab zur Zeit 11.000. Also so ein bisschen Geld hab ich. Bisschen Geld hab ich. Ich reiht mal wieder nach, äh... Wahrscheinlich reiht ich jetzt nach Priebeslawitz, um danach wieder nach Dingsbums zu reiten. Hier erstmal was essen. Also ich weiß, wahrscheinlich ist es für den Anfang so... Oh, ich hab Geld und dann merkst du, dass das ein Pups ist. So ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber am Anfang hast du auch nicht so viele Bewohner, ne? Das ist das DLC From the Ashes. Wo war nochmal Esten? Ich glaub, da links gab's Esten. Ich find's halt cool, dass du es wirklich... Das ist halt das Praktische, äh... Wenn du das Spiel noch nicht durchgespielt hast, dass es jetzt in dem Spiel drin ist. Weil normalerweise, wenn du es jetzt durchgespielt aktivierst, gehst du plötzlich nach Priebeslawitz. Und dann, ähm... Kann dich jetzt überraschen. Hast du die Taschen im Pferd noch nicht voll? Hab ich die wieder voll? Oh, stimmt! Oh! Jetzt, wo du es sähst? Stimmt von Priebeslawitz aus. Sag mal, wollen wir nicht überfressen? Hä? Hat ich vom Reisen und von... Ach, beim Schlafen krieg ich ja keinen Hunger... Hab ich ja kein Hungergefühl. Ich hab beim Schlafen ja kein Hungergefühl. Jetzt bin ich richtig überfressen. Jetzt seh ich aus wie ein kleines Schweinchen da unten rechts neben meinem Ding. Neben meinem Lebensbalken und Ausdauerbalken. Bevor hier irgendwelche Leute im Chat meinen. Was hast du neben deinem Ding? Ein Schweinchen? Neben deinem Ding. So, so. Ja, siehste, ich wusste es. Verziertes Bayer... Hab ich das nicht an? Hab ich nicht ein verziertes bayerisches Kettenhemd an? Ich hab nur ein verziertes Kettenhemd an, oder doch? Was hab ich? Äh... Ne, verziertes bayerisches Kettenhemd. Cool, dann kann ich das andere verkaufen. Äh, ticke ding, 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 ähm... Küttenberger Kürras, Mailänder Kürras. Sächsische Handschuhe, komm, da brauchen wir nicht. Kompositbeinlinge brauchen wir auch nicht. Und dann das verzierte bayerische Kettenhemd, auch nicht. Nein, wir haben nicht die Absicht, auf deinem Ding herumzureiten. Nicht? Dann ist ja gut. Dann fühle ich mich deutlich sicherer wieder in meiner Haut. So, wie viel Geld hast du derzeit? 1400 nur! Sag mal, verkauf mal schneller dein Zeug! So. Komm, Handel abschließen, passt mir. Bei uns muss ich ja nicht nachhandeln. Dann repariere ich meine Sachen. Äh... Dankeschön. Äh, das, was ich anhabe, bitte. Kostet mich... 93, okay, die waren noch ziemlich gut. Hat hier noch irgendwer Geld? Rino, ist das G denn schwer oder auch für Anfänger geeignet? Es ist absolut kein Anfängerspiel, nein. Es hat ein sehr spezifisches, einarbeitungswürdiges Kampfsystem, mit dem man erstmal klarkommen muss, dass viele auch nicht mögen. Das Bogenschießen ist scheißenschwer. Also, du wirst im Kampf wirklich Stunden brauchen, bis du überhaupt was reißt. Muss man auch so zugeben. Man muss aber nicht kämpfen. Man kann das Spiel auch fast ohne Kampf bestehen. Das ist auch möglich. Kann man also sich das Spiel machen, wie du willst. Das ist das Schöne an dem Spiel. Du kannst Kampf komplett umgehen. Dann hast du halt eine andere Schwierigkeit. Ähm... Selten ab und zu musst du kämpfen. Aber man kann... Das ist machbar. So, wo ist denn jetzt nochmal der Schwerthändler? Ist er da drin? Ah, privater Bereich. Ich finde es okay, dass du viele Freiheiten hast. Für ein Erstlingswerk ist es komplett frei eigentlich, wenn man es mal so sieht. Ähm... Wie viel Freiheiten dir das Spiel lässt. Kampf umgehen. Muss halt schnell rennen können, wenn wir mal wieder Coman im nächsten Busch warten. Ja, aber dafür kannst du ja dein Pferd reit werden. Dann erschreckt sich dein Pferd nicht mehr und dann kannst du weglaufen. Also, das ist alles möglich. Ist ja jetzt nicht so, dass es unmöglich ist. Das ist das Angenehme, finde ich daran. Dass das alles ja, äh... Potenziell auch möglich ist. Die Trainingsangebote des... Ja, das ist auch... Du musst halt einmal mit den Leuten reden. Also, es macht Spaß. Aber ich würde halt sagen, es ist halt nicht für jedermann geeignet, das Spiel. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist irgendwie nichts für mich. Dann würde ich nicht sagen, nee, du musst es unbedingt ausprobieren. Nein, man kann schon die Geduld verlieren in dem Spiel. Das wollte ich behalten, das behalte ich, das behalte ich. Habe ich nur so wenig Sachen mitgenommen? Der hat wiederum mehr Kohle. Jetzt habe ich 13.000, also ein bisschen Kohle habe ich ja jetzt. Das gibt dir irgendwie so viel Freiheit, dass du die Quest so hart verkacken kannst, dass du auf gut Glück suchen musst. Das ist richtig. Es kann sein, dass du die Quest nicht schaffst und dann musst du wirklich alles durchsuchen, weil dir keiner mehr was Bescheid gibt. Was ja auch wiederum cool ist. Und es gibt die Möglichkeit, das auch so herauszufinden. Oder einfach alles doof anzuklicken. Was kann ich für dich tun? Lass uns mal kurz handeln. Mal sehen, was ich noch bei dir verkaufen kann, was ich noch nicht verkauft habe vielleicht. Ah ja. Wie viel Geld hast du? 1100. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch. So wollte ich das doch schon die ganze Zeit haben. Upsa, 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 upsa. Warte mal, du kaufst die ganzen Sachen auch? Oh, du kaufst die Sachen ja auch. Das ist ja mal was Schönes. Das ist ja doch mal was Schönes. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich hier alles verkaufen kann. Herrlich. Komm, ich feilsche und biete ihm noch Geld an. So. Komme ich dir mal entgegen. Komm, 1908. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. So, Ruh verbessert, Ruh verbessert. Und du reparierst mir bitte auch mal meine Sachen. Gott sei mit dir. Ich sollte mal mit Herrn Razzi sprechen. Ja, das könnte für ein Vorteil sein. Zack. Dankeschön fürs Reparieren. Jetzt müsste ich eigentlich quasi die wichtigsten Sachen... Ja, noch ein schweres Kettnimm. Das wollte ich dann aber doch behalten. Äh... Habe ich hier irgendwelche schweren Sachen? Nein. Sonstiges. Ja, Pazierkelchip. Ich kann doch mal gucken, ob der Typ da hinten noch was verkauft hat. Der Händler hier, der Herr... Oh Mann, gerade im Dienst ist Vogts getreten und nur 426 Groschen. Du hast 426 Groschen, als ich im Vogtdienst war und danach beim Turnier mitmachen wollte, hatte ich keine 60 Groschen. Marco. Mit 426 Groschen bist du verdammt reich zu dem Zeitpunkt. Hatte ich nicht. Äh... Lass uns mal... Äh... Handeln. 280. Sag mal, verkauf mal schnell deine Sachen. Sind die alle hier so unfähig? 224, da kann ich noch eine Sache verkaufen. Ja, komm, passt. Ja, ja. Akzeptiere das. 15.000 ab nach Prämislavitz. Komm mal her. Das ist das Schöne halt, dass du wirklich auch damit sehr viel verlassen kannst. Kannst aber auch natürlich später deutlich leichter viel mehr Geld kriegen. Ähm... Also das Spiel, ähm... Was wichtig ist zu wissen. Ihr könnt eine Quest, die noch nicht gestartet ist, die ihr seht. Die lässt meistens Zeit. Habt ihr eine Quest gestartet, haben diese, äh... Zeitprobleme. Also ihr müsst dann wirklich, äh... Zum Beispiel, wenn ihr nach Sasau geht. Äh... Dort müsst ihr eventuell vielleicht ein paar Leute heilen. Oder herausfinden, was sie haben. Ihr könnt so lange warten, wie ihr wollt, um nach Sasau zu gehen. Startet ihr das und sagt, ich bin bereit, den Leuten zu helfen, läuft ein Counter. Den seht ihr aber nicht. Und wenn ihr halt zu lange wartet und die Leute haben halt ein gebrochenes Bein, dann verrecken die daran. Mit 15.000 in seinem Dienst? Das ist das Höchste, was ich... Was ist los? Ich warne dich. Geh nicht nach Merojet. Wieso? Weil? Was ist geschehen? Was ist los zum Teufel? Wieso versperrst du die Straße und veranstaltest so ein Geschrei? Habt noch gar nicht geschrien. Ist die Wellen, Junge? Ist die dein Leben gleich? Die Pest wütet in Merojet. Flee, solange du noch kannst. Äh... Äh... Reed, vielen lieben Dank, wenn du follow. Die Rhino-Orde grüßt dich. Laut, mächtig und inbrünstig mit dem schönsten Geräusch. Was wir machen können. Herr Ratzig schickt mich aber. Herr Ratzig-Kobilla schickt mich. Aber nimm meinen Rat an. Hier erwartet dich nichts Gutes. Ich wollte auch nur durchreiten. Gott möge über dich wachen. Ja, über dich auch. Was muss ich eigentlich in Merojet machen? Was musste ich in Merojet machen? Verhöre den Gefangenen in Merojet. Ah, den Gefangenen der Gruppe. Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das für eine DLC-Quest? Äh... Was ist das für eine DLC-Quest hier? Wo hast du das Pferd her? Ich hab's, glaub ich, in... In U-Schütze gekauft. Das ist ein Pferd aus dem U-Schützer. Pferdehändler. Das sieht aus wie so ein Ritter. Das sieht aus wie ein Ritter. Die, die, die... Was... Ey, sorry. Da muss ich jetzt mal hin. Was ist das? Was ist das da rechts? Das ist ja nicht Band of Bastards. Band of Bastards fängt hier an. Uh... Ja, ja! Deswegen, vom Bild her, äh... Wundert es mich und ich frag mich, welche DLC-Quest das ist. Okay. Die hab ich irgendwie noch nie gesehen. Also wie gesagt, From the Ashes, das hatte ich noch irgendwann mal auf meinen fertigen Speicherstand noch gespielt. Ähm... Aber... Ja. Irgendwie... Das find ich jetzt gerade mal super interessant. Die gab's damals noch nicht, deshalb hab ich keinen Plan. Aber da hat alles an Kräuter gesammelt und unterwegs war. Ja, hast du denn auch die Mod, dass du das... Dass die, äh... Animation aus ist? Keiner weiß Bescheid. Es sind Ritter. Unterschiedliche Ritter. Weiß einer... Wer aus dem Chat weiß jetzt, was hier passiert? Eins. Wer weiß nicht, was hier passiert? Die meisten haben's ja schon gespielt. Zwei. Der Ratzig ist hier. Everist? Keiner? Keiner. Das ist immer spannend. Mit wem muss ich denn hier reden, um die DLC-Quest zu starten? Neuer DLC-Quest. Hi, Leute. Schön, dich zu sehen, Junge. Herr Hanusch hat mir vom Turnier... Lucky Teddybier, einen wunderschönen guten Tag. Okay. Äh, die Gefahren auf den Straßen. Herr, darf ich dich etwas fragen? Gewiss Heinrich. Nun ja, ich dachte, die Straßen wären sicherer, seit... Seit die Banditen aus Prübeslawitz fort sind. So, so. Du willst deinen Lehnsherrn tadeln? Welchen weisen Rat würdest du ihm darauf geben? Oh nein, nichts lege mir ferner als das. Ich habe mich nur gewundert. Sei unbesorgt. Ich wollte dich nur narren. Du hast recht. Die Straßen sind nicht sicher. Aus einem bestimmten Grund... Ja, welchen? Du hast keinen Bock? Der Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Skarlitz die meisten meiner Männer. Und nach Prübeslawitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu bewachen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren. Die Männer reichen einfach nicht. Aha. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, hat er von Dingsbums gelernt. Charlie Harper. Bis der Zufall will, kommst du wie gerufen. Unlängst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Verzeih mir meine Offenheit, aber... Fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo... ...redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber... Ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue. Aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und wird daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen. Und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass. Und du bist ihm gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen. Und du wirst dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Ah! Es ist einfach nur ein anderer Start, glaube ich, in die Band of Bastards. Oder Brothers of... Die Söldner-Quest. Ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Startpunkte vermutlich. Ich will gar nichts wissen, wie du befiehlst. Gut, ich reite zu seinem Lager. Harte Kämpfing incoming. Es befindet sich zwischen Ratai und Ledetschko. Ich weiß. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Ich werde auf mich aufpassen, wie immer. Hab Dank. Alles Gute. Mit einer Bande im Bunde. Kann man die lustigerweise die Quest auf zwei Arten und Weisen? Nee, warte mal. Zwischen Ratai und Ledetschko hat der gesagt. Oder? Der hat doch gesagt, zwischen Ratai und Ledetschko. Und hier ist die andere DLC-Quest. Mit einer Bande im Bunde. Begib dich zu Herrn Kunos Lager. Warte mal. Wir machen mal die Seuche. Befrag den hiesigen Vogt. Den Meisterlogos sind die dritte da. Plünder eine Kumane. Das kann ich ausmachen. Mit einer Bande im Bunde. Ja, das ist hier. Im Samu-Pesh gehört zum Turnier. Ach, das ist gar nicht die Bastard-Quest. Das ist eine Turnier-Quest hier. Ja, dann würde ich mal. Dann habe ich das also komplett falsch verstanden. Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass das eigentlich eine Turnier-Quest ist. Ich dachte immer, das wäre die Band auf Bastards. Ja. Wie gesagt, die hatte ich, habe aber noch nie gespielt. Erstens möchte ich aber Primis Lavitz etwas ausbauen. Kann nicht sein, dass wir hier wirklich so ärmlich aussehen. Ich ja Vogt bin und erstmal nichts mache. Und jetzt mal sehen, wie viele Ratajer sich entschieden haben. Ihr hattet ja ungefähr eine Zahl. Ich glaube, es waren immer sehr viele. Ich würde mal eher von 4, 5, 6, 7 schätzen. Es standen zwölf Leute, als der Ratajer Vogt gesprochen hat. Errung ist oft freigeschaltet. Fettsack. Oh! Wie schnell sind die bitte? Das sind ordentlich Leute. Aufräumdienst, äh, Primis Lavitz? Ich war doch nicht mal zwölf Stunden unterwegs. Also das muss ich, das muss ich. Also das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der helle Wahnsinn hier. Boah! Boah! Eins, zwei, drei, vier. Hallo, der Vogt kommt. Mann, haben die hier aufgeräumt. Ja, ich habe einen schwarzen Peter getötet. Der wollte mich vergiften. Und der hat mich keinmal besiegt. Keinmal! Ja, so war das. Ihr hattet bestimmt ein paar Ketten zu sehen und jetzt ist der Wald weg. So, ab mal zu dir her. Du, sag mal, ihr seid ja unglaublich schnell. Mein Fettsack, ich bin immer noch, guck mal, ich war voll gefressen. In der Zeit, in der ich voll gefressen war, haben die komplett Primis Lavitz aufgeräumt. Der Sieger schreibt die Geschichte. Wie war's denn? Guck mal, was du mit meinen Leuten gemacht hast. Der erste... Der erste Schritt, guck doch mal an, was hier alles schon gemacht worden ist. Echt? Sag nicht an Haus. Du hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Ratai gesehen. Zwei. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen. Nachdem sie einige behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Innerhalb von zwölf Stunden. Innerhalb von... Wie, wie... Warte mal, können die Arbeiten denn beginnen? Können die Arbeiten beginnen? Wenn du dir über die Gebäude im Klaren bist, kann ich den neuen Siedlern sagen, was zu tun ist. Sorge für ausreichend Einkommen. Du kommst auf den landsvermessenen Parzellen. Du kannst sie dir vorher ansehen, wenn du möchtest. Ach, wenn die schon davor vermessen sind, ist das in Ordnung. Nichtsdestotrotz lässt sich das nur schwerlich mit einem Blick auf die Bauplätze entscheiden. Nichtsdestotrotz. Es heißt trotzdem. Aber mit mehr Trotz. Ich liebe Alan frei. Leute, euer Meister verlangt WLAN. Hallo, hübscher Rübschenritter. Teilt sie einen wunderschönen guten Tag. Ja, Leute, aber Gott. Wie entscheide ich, was gebaut wird? Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Wo ist denn das Hauptbuch? Erstmal baue ich mir ein riesengroßes Haus. Kann es sein, dass du heute etwas mehr brüllst? Ja. Ich, ich normalerweise brülle ich kein bisschen. Und ich glaube, ich bin heute wahnsinnig am brüllen. Es kann sein, dass ich mich heute schlechter höre und deswegen anders rede. Also ich höre alles anders. Was das Finanzielle betrifft eigentlich. Was ist mit dem Lohn für die Arbeiter und dem Geld für Baumaterial? Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Okay. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Heißig, hau doch mal erst was Kohle rein. Wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Ah, ja, natürlich. Äh. Ich muss den bezahlen. Wie viel schwebt ihr denn vor? Hi, Johnny. Hallo, hallo. Dankeschön für 18 Monate. Da ist er. Ein Zahlungsbesieg, was will er? Was? Ah, ich muss mich beeilen. Auf den alten einen großzügigen Lohn. Einen geringeren Lohn. Vorschlagen. Ach Mist, er hat elf. In Redekunst. Äh. Nun ja, prinzipiell setzt du ja einfach deine Arbeit für Herrn Dibbisch vor. Obwohl ich viel mehr Verantwortung und Arbeit habe? Du beliebst zu Scherz. Ne, ne, ne. Na schön. Das sollte doch deinen Mühen gerechten. Mann, mehr Redekunst. Sind wir uns offenbar einig. Überbezahlter Lokator. Gut. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Kann man den umbringen? Und mir einen anderen Lokator besorgen? Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ach, da bin ich beruhigt. Und Johnny, wir haben, äh... Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Unterbezahlter Lokator? So, das soll... Ich will etwas bauen. Erstmal gucke ich mir das Haupthaus an. So. Der hat entweder gesagt. Äh... Öffnen. Was ist hier? Wo muss denn jetzt die Kohle rein? Hier sind mehrere Drohnen. Errichte das Geschäft. Wahrscheinlich hier. Äh... Dann muss hier ein bisschen... Packen wir hier mal 2000. Hat hier irgendeiner was gesagt? Schönen guten Tag. Äh... Hauptbuch. So. Wir haben... Grosch... Warte mal. Provisorisches Rathaus. Was stehen da für komische Zahlen? Dorfeinkünfte? Hä? Überbezahlt... Minus 195. Zunächst musst du ein Zelt als Rathaus genügen. Zumindest bist du ein Ort zum Schlafen. Und bis ein Gebäude richtet wurde oder als Unterkunft für den angemessen ist. Nightstalker. Lass mich doch mal das Spiel spielen. Ich hab doch gerade erst angefangen. Ich werde das ja sehen, was dann passiert und was mich was kosten soll. Ne? Da seh ich jetzt. Preis fürs Rathaus 5000. Irgendwann einmal erkennen lassen, bitte. Hätte ich ja jetzt schon gemerkt. Ah, ich will mein Rathaus ausbauen. Oh, 5000 reichen nicht. Hätte ich ja auch gesehen. Circa 3 Sekunden später. Ah, und ich zahle ja jetzt schon wie viel? Ich generiere nirgendwo... Preis für ein ausgebautes Rathaus 9000. Warte mal an. Kirchenreparaturbeginn. 11.000. Kirche nochmal 11.000. Altar. Schmiede. Rüstzeug für Waffenschmiede. Rüstzeug für Rüstschmiede. Kostet 8.000. Eine Bäckerei. 11.000. Oder ist das 1000? Was ist das? Das steht da oben. Kann ich doch nicht lesen. 5000 Verstallungen. Was ist das für eine Zahl? Also das könnte... Wisst ihr, was das für eine Zahl da oben sein soll? Also das ist ja 8000. Was ist das? 69.000, ja. Für eine Bäckerie. Was ist eigentlich Eckbaut? Ja, ich kann doch nicht so gut lesen. Wie geil, wenn ich jetzt hier ohne Lese-Skill wäre. Dann könnte ich das Buch nicht lesen. Inkompatibel mit Stallungen. Dann kann ich ein Wachhaus bauen. Ah, okay. Das heißt, ich kann entweder entscheiden Stallungen oder ein Geschäft. Oh, das ist ganz wichtig. Eine Schenke kostet mich 8000. Was nimmt die denn ein? 500. 15 Leute. 500 Einnahmen. Oder was kostet mich? Generiert 500 Einnahmen. Ja, warte mal. Was kosten die Leute? 15. Die muss ich doch auch nochmal bezahlen. Würfelspiele. Also erstmal eine Schenke bauen. Wäre eigentlich keine so schlechte Idee. Brücke und Straße. 11.000. Was ist denn mal günstig? Ein Holzfällerlager. 1500. Holzfällerwellenbäume in den umliegenden Wäldern. Verarbeiten das Holz weiter. Das dann Bauhaus für die Gebäude, bei Reparaturarbeiten einfache Befestigung verwendet wird. Generiert aber kein Geld. Was generiert denn Geld? Bienenstöcke? Bringt Honig für den Bäcker und Honig für die Schenke. Arbeiterunterkünfte? Ja, bringt nichts. Also das heißt, ich muss doch irgendwas... Erstmal eine Schenke. Die bringt Geld. 8.000. Das heißt, die werden erstmal machen und dann kann ich hier erstmal... Okay, das ist doch keine schlechte Idee. Oder ist das für 2.000? Warte mal, steht das vielleicht für eine 2.000? Jetzt habe ich nämlich 9.000 Groschen drin. Das ist vielleicht 2.000. Das ist zwar 11.000, aber dass das hier nicht für 11.000 steht, sondern für 2.000 eine Bäckerei. Und die generiert ja auch Geld. Okay, gucken wir mal. Hi! Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Ja, erstmal eine Schenke eigentlich. Ein Gebäude im Dorfzentrum. Äh... Eine Bäckerei. Die Leute müssen essen und brauchen Brot. Bauen wir eine Bäckerei. Das geht leider nicht. Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Ah, ich glaube, ich will gerade... Äh... Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Warte mal ganz kurz. Äh... Hauptbuch. Lass mal lesen. Warum geht das denn nicht? Okay, nochmal. Rathaus. Äh... Schmiede Bäckerei. Ach, das braucht einen Trockenschuppen. Voraussetzung ist Getreide. Wir haben kein Getreide. Ah, Voraussetzung Vieh. An der Bäckerei kann ich erst bauen, wenn ich Getreide habe. Und Getreide muss ich wahrscheinlich einmal handeln. Der braucht Kohle. Okay, kann ich denn eine Schenke bauen? Oder hat das auch Voraussetzung? Bestimmt, oder? Vieh? Stallungen braucht Getreide und Schmiede. Wachhaus? Wo waren die Geschenke? Holzfällerlager, Brücke und Straße. Das braucht das Geschäft. Also sollte ich einen Holzfällerlager bauen. Eine Schenke braucht Stein und Getreide. Brücke und Straße und Holzfällerlager. Also bauen wir erstmal die Brücke und Straße und Holzfällerlager. Ne, die habe ich noch nicht ins Dorf geholt. Äh, Gebäude im Randgebiet. Ein Holzfällerlager. Holzfäller, damit wir... Hm, ja, das sollte gehen. Wohlan, komm. Wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Macht doch einfach. Muss ich jetzt mitlaufen? Wie gesagt, wenn ihr das Holzfällerlager habt, kann ich Kunesh holen. Dann kann ich, bin dann offiziell der Boss von Kunesh und kann ihn rumkommandieren, wenn er Scheiße baut. Gefällt mir, dann kann ich ihn in den Kerker stecken. Ha, 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 ha. Äh. Marius. Lauf mal was schneller. Du bist überbezahlt. Ich bezahle so langsames Laufen nicht. Lauf schneller. Wo hast du die Rüstung her? Die habe ich mir gestern geholt. Als wenn, das wäre aber schon ziemlich geile 3D-Animation, oder? Du willst Kunesh anstellen, bist du dir sicher? Ja, lieber mit dem Feind arbeiten, mit dem du kennst. Und dann, ich traube an eine zweite Chance. Und du hast die Verantwortung, bist ja Vogt. Richtig. Der kann nicht schneller laufen, seine Hosen sind ganz schwer vom ganzen Geld. Glaube ich auch. Gib mir mal hier. Lauf weiter, ich laufe schneller als du, wenn ich es einsammle. Habe ich zumindest mal einen Pilz aufgesammelt. Na. Ein Schirmling, oder was ist das? Ja, ne? Im Zweifel kriegt er wieder auf die Nase. Die KI wird im Moment sehr schnell entwickelt. Also so weit weg ist nichts mehr, was? Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Hm. Jetzt da oben im Buch. Dann wollen wir mal. Wo hast du es jetzt gesehen? Das Geld war oben. Einige Tage später. Ruf verbessert. Ach, gucke mal eine an. Die bezahle ich jetzt auch noch. Hast du vor, mit Schwertkampf anzufangen, oder weshalb die Rüstung? Äh, weil ich allgemein ja interessiert bin am Lagern. Und ich vermutlich hoffentlich endlich im August das erste Mal lagern will, nachdem es drei Jahre sich verschoben hat, das erste Lagern. Hi, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Du bist Holzfäller? 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 Oh, schöne Namen habt ihr. Seid ihr Vierlinge? Und haben euch eure Eltern alle den gleichen Namen gegeben? Vermutlich. Schon langweilig, oder? Wussten wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben, was sie werden. Oh, ich werde Holzfäller. Da. Ich möchte etwas bauen. Familie Holzfäller. Die Brücke ist zu alt und wackelig. Wir brauchen eine stabile Brücke und Straße. Rhinos Kind hat angefangen zu werfen. Ja, das sollte gehen. Ah, sehr schön. Sir Uhersh, das ist die kleine... Also das ist... Ich habe sehr viel gestern gekriegt. Das habe ich am Anfang des Streams. Können wir mal zusammenfassen. Es ist... Es ist... Ich würde mal sagen, ich habe den größten Schnapper des Jahres gemacht. Wirklich. Und bin demjenigen sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Aber er war sich auch dem bewusst, dass er ist offiziell für den Preis. Also er wusste eindeutig, was es wäre. Da hat jemand sein Hobby halt aufgegeben. Das heißt, er hat sich das alles auch selber geholt. Und war damals auch in Satzwei unterwegs. Und meinte einfach nur, ich möchte, dass es an jemand geht, der es wetscherzt und Spaß an dem Hobby hat. Wo laufen wir denn eigentlich gerade hin? Wolltest du nicht an die Brücke? Wir wollen doch Brücken und Straßen bauen. Dann lauf doch zur Brücke. Oder musst du jetzt erst zum Start... Wir laufen jetzt nicht von hier aus zur Brücke, oder? Wir waren gerade bei den Holzfällern. Und laufen... Wenn wir jetzt zur Brücke laufen, dann... Ich klatsche dir eine. Sag mal... Weißt du, so kann man auch Arbeitszeit vergehen lassen und sich bezahlen lassen. Wäre ein guter Taxifahrer. Hm. Wir müssen von hier nach da. Wie wäre es denn, wenn wir komplett nach oben fahren und dann wieder nach runter gehen? Voll der Beamte. Er muss erst die ganzen Sachen holen, die er braucht, um mit der Arbeit anzufangen. Der sagt hier und ich entscheide. Und dann guckt er immer noch nach, ob wir genügend haben, Nackishot. Hier werden wir bauen? Guck. Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wenn er das, der es gerade mitgenommen hat, müsste er es nicht überprüfen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Einige Tage später. Und sollte er in einem Spiel ein Kind bekommen, nennen wir es Reitunfall. Ach, guck mal an. Er prüft noch mal zur Sicherheit. Wieso konnte ich eigentlich die Brücke bauen, wenn ich keine Steine habe? Aber braucht Steine für die Schenke oder für die Kirche. Wo habt ihr denn die Steine her? Wenn er schon überbezahlt ist, kann er ordentlich arbeiten. Gehen wir mal kurz zum Hauptbuch. Die Brücke in ein paar Tagen. Respekt, oder? Ich finde, allgemein sind die hier unglaublich schnell. Ich meine, innerhalb von zwölf Stunden war komplett Prämislawitz leergeräumt. Das sind sehr spezielle Steine. Ah. Sind das nie Steine? Ja, sind bestimmt solche Steine, ne? So nie Steine. Weißt du, weil die so leicht zum Heben sind. Die anderen Steine sind halt schwerer. Was wollte ich noch? Hauptbuch. So, was haben wir denn? Dorfeinkünfte, Ausgaben, Ruf 100. Ich glaube, unser Ruf ist gut. Groschen sind... Wie viele Groschen sind da drin? Ein Moment. 2.700. Alles klar. Da müsste jetzt hier... Da steht 2... Okay, ich verstehe es nicht, wie viel Groschen da steht. Provisorisches Rathaus. Minus 390. Was am Tag? In der Woche? Wann ist... Weiß das einer zufällig? Wenn ich einen Tag vergehe, 390 weg? Oder wie schnell ist das weg? Oder kommt wieder was da drin ist? Am Tag. Tagespreise. Sag mal, sind die bescheuert? Wo soll ich das ganze Geld hernehmen? Ich brauche eine Schenke. Okay, dafür brauchen wir... Inkompatibel mit Fleischerei. Ja, Bäckerei ist besser als eine Fleischerei. Vieh oder Getreide? Nee, lieber ein Bäcker. Es gibt da sinnvolle Baureihenfolgen. Du brauchst aus allem, was du da baust, brauchst du aber erst mal, äh... Holz für eine Lagerbrücke oder ein Geschäft. Ah, das kann ich bauen, das Geschäft. Kostet mich... Wie viel kostet das Geschäft? Habe ich nicht. Preis kann ich nicht. Grund, aber generiert 50 Einnahmen. Aber dann kann ich Sachen verkaufen in dem Geschäft. Das heißt, es generiert Allgemeingeld und ich kann direkt Sachen hier verkaufen. Dann wird der Händler reicher und ich habe einen reichen Händler zu Hause. So, finde ich gut. Der Handel spielt im schnettischen, dörfischen Leben eine tragende Rolle. Da die Bewohner einerseits Zugang zu Waren bekommen, die sie selbst nicht herstellen, andererseits aber auch ihre eigenen Produkte verkaufen können. Klasse. Generiert drei Leute und 50 Einnahmen. Preis verstehe ich halt nicht. Ob es 11.000 sind. Sind das 11.000? Gott, ich habe kaum mehr was, ne? Ja, heilige Maria. Ich frage mich auch, was los ist. Ich dachte, ich wäre reich. Bin es aber nicht. Was denn? Nein, sowas. Mein ganzes Geld. Was ist das für eine Anzahl da oben? Wo kann ich lesen lernen? Ich gehe mal kurz nach Dingsbums. Das kann ja nicht sein. Minus, Minus, Minus. Minus, Minus. Es sind nur zwei Gebäude, die Geld generieren. Grundgebäude 500 Schmiede. Dafür brauche ich Kohle. Und 8.000. Aha. 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 Stahlungen sind günstig. 5.000. Dafür brauche ich aber eine Schmiede. Okay. Wachhaus. Aha. Preis. Hä, das kann ich mir leisten. Das Geschäft. Dann baue ich mal ein Geschäft. Ich kann es mir anscheinend leisten. Ey, Marius. Äh. Ich kann lesen, aber Stufe 1. Ich kann lesen, aber Stufe 1. Wie wäre es denn mit einem Geschäft? Außerhalb des Gebäudes? Okay. Musst du anfangen? Nö, ich muss ein paar Romanen jagen. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Ich muss nur ein paar Kumanen jagen und dann verkaufe ich mal wieder ein bisschen was, ne? Ich meine, dann machen wir mal das Pferdchen ein bisschen voll, dann habe ich mein eigenes Geschäft hier. Dann mache ich den erstmal reich, dann kann ich hier mal verkaufen und dann kann ich mit, äh, das nennt, wie würde man diese Einkommensquelle eigentlich nennen? Menschliche Arbeits-, nein, menschliche Einkommensquellen? Wäre lustig, wenn ich nicht lesen könnte und das Falsche zahle. Das wäre ziemlich kacke. Geldwäscherei, Steuerzahler. Ich bin ja jetzt der Vogt, das waren alles keine, die haben Steuer nicht gezahlt. Und dann, äh, konfizziere ich halt deren, äh, deren, deren, äh, Besitztümer. Und da sie nur Rüstungen anhaben, nehme ich die und verkaufe sie dann, um dann ihre Steuernachzahlung bezahlen zu lassen. So ist es. Hm. Wie viel hat mich das denn jetzt gekostet? Errichte das Geschäft. Oh, guckt mal an, was ich da hingestellt habe. Na, das ist doch mal ein richtig schönes Geschäft. Das ist ja ein richtig geiles Gebäude. Danke, oh, doch, ich find's ein richtig geiles Gebäude. Guckt's euch mal an. Zwei Karren. Hm, dafür geb ich doch gern mein Geld aus. Du hast keinen, der darin arbeitet. Alfred. Da steht noch Händler. Hallo da. Lass uns mal handeln, wie viel Geld hast du denn? 500. Ja, gut. Verkaufen. Kommunionskelch. Komm, okay, nimm mal. Äh. Ein Elben-Jagdbogen. Ja. Und ein Hornstrauchbogen. Ja. Hm. 193. Dann kann ich nochmal. Verbesserte Langstreckenpfeile. So viele brauch ich davon nicht. 235. Die Horde rennt. Die macht alles wieder. Die Horde rennt. Nichts kann dir widerstehen. M'Wahn. M'Wahn. Moinsen kann der immer noch nicht. Steht immer noch im Wahn. Zagong-Druide. Dankeschön für fünf Monate. Ja, Dino, natürlich. Dann siehst du, was alles dazugehört, was ich mir geholt habe. Äh. Deswegen habe ich gestern nicht streamen können. Wo war denn das Schild? 40. Okay. Äh. Dann habe ich das. Dann habe ich das. Komm, der hat nur 500. Dann habe ich wieder ein bisschen Geld. So ein bisschen Geld. Äh. Handel abschließen. Dann dürfte mein Ruf sich verbessern. Stimmenden Händlager gibt es nicht. Genau. Aber die gibt es ja sonst, glaube ich, Standard. Und dann kannst du besser... Ich könnte denen auch alles stehlen. Salbei. Biet doch mal coole Sachen an. Wo ist denn mein Bogen jetzt? Axt im Haus. Die Horde rennt. Die macht alles nieder. Die Horde rennt. Nichts kann ihr widerstehen. Danke für die lieben Worte. Hallo, edler Recke. So möget ihr tapfer und ehrenvoll im Kampf fallen. Dankeschön. Dankeschön. 20 Monate. Dankeschön. Das hilft mir natürlich alles. 20 Monate schon, Manni. Geil, dass du da bist. Schönen guten Tag. So. Dann müssen wir mal langsam, glaube ich, da mal gucken, ob wir, äh... Auf dem Weg... Warte mal, wo haben wir denn hier? Stein aus Tallenberg. Oh, Steine kann ich mir natürlich holen. Getreide aus U-Schütze. Ah, da Getreide holen, um dann die Schenke zu bauen. Da... Ah, gucke mal an, was wir alles haben. F, äh... Kohle aus Sasau. Äh, Vieh aus Sasau. Getreide aus Sasau. Ah, ich muss handeln. Okay, Kohle aus dem Galgenberg. Vieh aus Ratei. Okay, das versteht sich natürlich. Das versteht sich natürlich. Seele, einen wunderschönen guten Tag. Hier kann ich bei den Köhlern, kann ich natürlich Geld holen. Oh, bei Rotschops Köhlerfreunden. Vielleicht machen die mir einen guten Preis, weil ich den Rotschopf, äh, ähm, am Leben erlassen habe. Vielleicht kriege ich da einen extra Preis. Finde ich gut. Finde ich gut. Mit denen bin ich gut. Das heißt, da könnte ich mir vielleicht... Aber vorher sollten wir auch noch unseren, äh, Reitwert erhöhen. Würde auch helfen. Zocken in Vollrüstung. Genau, wenn der Tor ist. Das ist jetzt, äh, die nächste Schwierigkeitsstufe des Spiels, weil mir das Spiel zu leicht wurde. Äh, macht Spaß, muss ich sagen. Äh, wo wohne ich hier eigentlich? Wo ist eigentlich... Ich müsste doch persönlich hier irgendwo ein Häuslein haben, wo ich mal ein paar Sachen ablegen kann. Da kann ich hier noch meine Truhe voll machen. Dann nehme ich mein Pferd. Dann gehe ich mal so ein bisschen auf, auf, auf Kumanenjagd. Und, äh, das ist nicht meine persönliche Truhe. Wohne ich hier irgendwo? Da ist nicht meine persönliche Truhe. Wo wohne ich denn hier eigentlich? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Bett? Da ist mein Haus, da ist mein Bett. Schlafen und speichern. Ja, das scheint mein Haus zu sein. Das unrunde Ding aufrunden, kaputt. Dankeschön, Dino. Vielen, vielen lieben Dank. Das unrunde Ding aufrunden. Einfach mal 13, 22 und aufrunden auf 4, 170, die ich jetzt schon investieren kann in eine neue Grafik hatte. Das ist, glaube ich, das große Ziel erstmal. Wo, wo? Habe ich hier keine Truhe? Ja, wahrscheinlich muss ich erstmal... Es ist... Klauen die mir Sachen aus der Ratshaustruhe? Ja oder nein? Ich habe das Gefühl, das kann ich bestimmt nutzen. Also, das heißt, ich habe mal die Hoffnung, dass ich einfach mal leer machen kann. Ist ja Angst, so ein wunderschönen guten Tag. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Ja, ja, mache ich halt Platz. Komm, schönen guten Tag. Die wollte ich ja nicht behalten eigentlich, die Sachen. Deswegen nehme ich die schon mal mit. Den Rest kann ich verkaufen. Achtung, Köter! Oder Köter macht was? Äh, zack. Und dann bitte verschieben. Wäre cool, wenn ich das einfach für den Preis... Ja, bitte? Inventar, Waffen, Händlerschwert weg, Kriegshammer weg, die zwei Stück schwerer Schild weg. Dann dürfte es eigentlich passen. Wird schon unbequem und schwer? Äh, es wird nicht... Es ist unbequem und schwer. Es wird nicht dazu. Es ist von Anfang an unbequem und schwer. Aber es läuft. Und man muss ja auch mal was Besonderes machen dafür, dass gestern der Stream ja deswegen ausgefallen ist. So, und da mal... Äh... Renoviere die Kirche. Mit einer Bande im Bunde. Das kann auch viel Welt bringen, wenn ich da die Leute... Das ist ja auch eigentlich Jagen. Plündere Kumanen. Töte den Anführer des Lagers. Ey, guck mal, der ist direkt nebenan. Klasse. Klasse, klasse. Können wir mal direkt hingehen. Und dann können wir mal gucken, mit der Pest, mit dem hiesigen... Mit dem hiesigen Fugt reden, warum dann eine Pest in Meho jetzt sein soll. Oder ob der mich dann nur ablenken möchte. Habe ich gelesen? Ich lese alles auf dem Discord. Keine Sorge. Hast du alle DLCs schon durch? Es gibt sehr viele DLCs, die du noch spielen kannst. So. Pass auf, ich bin der Vogt. Sei ruhig, sonst bist du gleich ein Kopfkürzer. From the shadows I come. Neue Stufe erreicht. Reiten. Dankeschön. Ich mag das Spiel halt auch, dieses... Das ist Learning bei was tun. Nur beim Turnierversage ich immer. Stimmt, beim Turnier, die Caste kann ich auch machen. Such dies. Was für such dies, Forseti? Achso, weil sie neu anfangen. Dann merkst du, wie gut das Spiel ist. Die Frage, warum suchtest du nicht? Ah, ah, ah. Mhm. Turnier bekomme ich auch noch auf die Nase. Hast du die Reposte gelernt, Forseti? Hast du die Reposte gelernt? Sobald du Reposte beherrschst, ist es eigentlich möglich, das Turnier zu gewinnen. Würde ich sagen. Ob es davor bestimmt auch irgendwie möglich. Aber für mich ist das, glaube ich, irgendwie Grundvoraussetzung. Ab dann kannst du ja abwehren. Dann ist es echt schwer, zwar immer noch, wenn du noch nicht so viel gelernt hast. Aber sobald du die Reposte kannst. Gibt es auch versteckte Schätze? Ja. Wenn dann steht, interessanter Ort. Du kannst dann Sachen ausgraben. Also die unterschiedlichsten Sachen zu finden. Ist der perfekte Block, genau. Den lernst du halt. Und dann. Nein, wie konnte ich ihn daneben schießen? Ja, ja, ich verstehe euch nicht. Aua. Oh, der war ein guter Treffer. Puh, das sind aber ziemlich viele. Das sind ziemlich viele von denen. Die kommen zur fünfte auf einmal. Da habe ich ein Problem. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Oh, haben die gute Rüstung. Genau richtig. Genau richtig. Reit. Reit los, Pferd. Hallo, Pferd. Wieso reitest du nicht? Pferd. 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 Da macht man nämlich so. Und das war direkt der Anführer, oder was? Her mit deinen Sachen. Maske. Next. Äh, was hast du für eine Waffe? Wo ist denn deine Waffe? Komanische Axt nehmen wir mal. Wo ist denn der nächste? Da. Komm mal her. Dass ich auch da direkt den Anführer kriege. Sorry, lieber Hund. Aber du bist leider stark. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ausdauer kriegen, Ausdauer kriegen, Ausdauer kriegen. Na, komm her. Komm her. Ja, ja. Ist da cool. Kann hier einer ungarisch? Ich sollte mal wieder den Dingspumps-Attacke hier. Ah, scheiße. Oh, das war ein guter Treffer. Unten links. Nein. Ich will unten links. Unten links. Zustechen. Ah, fast. Eins. Zack. Ab ins Gesicht. Und dann von oben drauf. Ah, jetzt habe ich dich. Und dann töten, bitte. Weil ich den Schädelbrecher. Ja. Habt ihr das gesehen? Unten links. Zustechen. Zustechen. Wenn die das nicht abwehren, dann machst du diesen Narbenmacher ins Gesicht. Und dann konnte ich den einfach umbringen. Sehr schön. Anführer, Helmunger. Ja. Groschener. Du hast noch minus 28. Sehr schön. Ein Verband. So, next. Wo ist mein Pferdchen? Da hinten. So, wir wollen das Lager noch ausnehmen. Ich will noch das gesamte Lager ausnehmen. Was wohl in der Höhle ist? Genau das. Genau das. Genau das. Muss ich noch in der Höhle finden. Pferdchen bleibt mal in der Nähe. Wenn mir zu viele auf einmal auf mich zukommen, habe ich ein Problem. Wo war denn die Höhle? War der nicht hier unten irgendwo? Ist doch auf der Karte markiert. Ne, ist nicht mehr. Ah, da. Ist doch spannender, das zu finden, Heike, oder nicht? Dann nicht mal auf die Karte gucken, wenn du gerade so bist. Ich wache noch. Ist doch spannend. So ein bisschen dieses Gefühl kriegen für kein Navi einschalten. Ich fahre auch gerne mal ohne Navi, wenn ich den Weg kenne. Einfach, um das Gefühl zu lernen. Zu wissen, wo Sachen sind. Ah, Mist. Der war besser, als ich dachte. Ich habe drüber geschossen. Nur einer? Das ging aber schnell. Das ging aber schnell, du. Ich sag doch, ich sag doch, der Zweihänder ist dieses Schwert, seitdem ich dieses Schwert habe. Wenn die keine Rüstung anhaben, sind die schaschlig. Wenn die keine Rüstung anhaben, sind die schaschlig. Sofort schaschlig einfach nur. Machen ja nichts. Das ist ja echt, äh, ich liebe meinen Zweihänder. Äh, wirklich, das ist geil. Das heißt, ich habe hier nochmal Geld gekriegt, weil hier natürlich, wenn ich die jage, wir haben ja echt keine guten Sachen. Wir haben richtig schlechte Sachen. Hi, Venus. Sexy, danke schön. Oh, ich bin schon gespannt, was danach, wie rot mein Kopf sein wird. Zum Glück habe ich da drunter eine Bunthaube an. Zum Glück habe ich da drunter eine Bunthaube an. Wo ist denn... Das war aber nicht die Silbermine, oder? Sag mal. Äh, Rüstungen, was ich nicht anhabe. In die Satteltasche, in die Satteltasche. Drei Stück. Ja, 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 ja. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Äh, Kerzen. Uh. Sehr schwer zu knackende Schlösser. Man, no. Wieso hat denn keiner hier Schlüssel? Also, warum... Wer... Wer macht denn das mit... Was macht ihr das Schloss auf? Die kann ich leider noch nicht knacken. Ich meine, ist mein Wert zu niedrig, ne? Ja, das Schloss ist zu kompliziert. Äh, finde ich hier noch sonst irgendwas? Ich kann hier schlafen, ansonsten... Ja, aber nichts Interessantes drin. Vielleicht ein bisschen Obst. Ja, 15 Äpfel. Wahrscheinlich sind da wertvolle Sachen drin, aber die kann ich halt noch nicht rausholen. Irgendwie ein enttäuschendes Lager, muss ich sagen. Die waren jetzt sehr schwach. Die waren jetzt sehr schwach. Na komm, man kann mal gucken, ob ich hier noch vielleicht irgendwas günstig verkaufen kann. Was haben wir hier noch? Ein Ritterjagdschwert? Gewöhnlicher Säbel. Na, nimm mal mit. Ich habe im Moment böse Gedanke. Richtig böse. Bin wir emotional am Boden. Oh, geht's weiter bei dir kompliziert? Ja, dann brauchen wir mal. Komm, wenn wir ein aufbauendes Ahu brauchen, dann ist die Horde, glaube ich... Oh, da ist einer. Wo? Wo? Komm her. Ich höre hier. Wo ist mein Freund? Komm her. Ah, danke schön. Geld. Guck mal. Ich mag es, wenn Geld auf der Straße liegt. Guckt. Zack, einmal von unten angreifen. Nein, noch nicht. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Jetzt. Oh, aber da muss ich dich. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Er hat einen geilen, geiles, geiles, geilen Helm. Den brauche ich. Komm, greif an. Greif an. Greif an. Trau dich doch. Komm, schmeiß dich um. Zack. Und dann geht's... Ah, der ist gar nicht mal so schlecht. Bam. 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 Nein. Oh Gott, ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Scheiße. Mist, ich hätte mir die mit mehr Ausdauer angreifen sollen. Mein Schädel tut weh. Komm, schmeiß dich um. Vergiss es. Vergiss es. Ich lasse dich heute noch nicht aufgeben, nachdem du hier... Nee, 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 nee. Ich hätte den jetzt am Leben lassen können. Verzierter Comanche. Das ist ja auch nicht so viel wert. Der hatte doch einen anderen Helm auf. Der hatte auch so einen Shishak. Naja. Dorf bezahlt mit Kumalenohren und Loot. Ja, so... Womit sonst? Ist noch einer da? Oder war es das? Keiner? Slide near. Ab nach Thallenberg. Geld holen. Einmal Geld holen. Hoffentlich ist der Hauptmann Robert noch wach. Ist ja schon spät. Ich meine, aber ich kann ja ein Teil weg pennen, was ja gut ist. Da ist das Killerkanickel. Tipp für Neuling. Mach, mach, mach die, äh, Kampfe... Ah, Waffe weg. Mach die Kampf-Tutorials am Anfang. Mach die Kampf-Tutorials, äh... Sei nicht sauer, äh, und, äh... In, 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 Arenen, äh... Lässt sich gut kämpfen und, äh, das Kämpfen üben. Äh, und sei nicht frustriert am Anfang. Das ist das Wichtigste, Xuling. Aua! Ich hab da größtes Vertrauen. Ah, warte mal. Holzschwerter? Nicht im Mountain Blade, Xelina. Nicht in Mountain Blade. Wir reden über Mountain Blade 2. Mountain Blade Bannerlord. Robert! Ich hab ein Lager ausgeräumt. Äh, die Sache mit dem Lager ist erledigt. Wie viel Groschen? Ja, ja, hier ist der Helm. Ja, hier. So, wie viel Geld? 375 Groschen. Ein paar U-Schitzer-Bauern haben sich beschwert, dass es ein weiteres Lager östlich ihres Dorfes geben würde. Gut, ich sehe mich dort um. So, in U-Schitze. Ah, da kann ich sowieso hin und vielleicht mit denen aushalten, dass wir Getreide kriegen. Gute Arbeit. So, mach's gut. So kommt man natürlich weiter an Geld. Ich geh mal hier eine Runde pennen. Morgen findet in Ratai ein Turnier statt. Uuuuuh. Ah. Und dann noch mit dem... Oh, das mach ich. Und dann noch mit dem, mit dem, mit dem, äh... Mit dem Dingsbums verhandeln. Mit dem, mit dem, äh... Hier mit dem Müller auf das Turnier setzen. Schön mit dem Müller auf das Turnier setzen. Ich hab ja noch ein paar Sachen mit. Wo bekomm ich denn Tallenberger Schuhe? Äh, Ratai-Schuhe. Wozu brauchst du Ratai-Schuhe? Wofür brauchst du Schuhe? Ansonsten würde ich sagen, einen Ratai ja mal platzschlagen. Kannst du ja mit dem Prügeln da und den dann, äh, nachdem du die, äh, sich mit den, äh, angelegt hast. Entweder beim, beim Schuster kaufen. Beim Schuster kaufen. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Natürlich kriegst du es in Teilberg. Musst nur jemanden schlagen und ihm seine Schuhe wegnehmen. Also, kommt drauf an, wie man Schuhe kriegen möchte, ne? Ist ja immer eine unterschiedliche Herangehensweise, ob was möglich ist oder nicht. Kein Angriff auf mich? Ich hätte mir jetzt irgendwie einen Angriff gedacht. Also nicht legal. Ja, dir ist aus Versehen. Aus Versehen. Dein Schwert, oder du hast aus Versehen mal geguckt, was hast du mal angefasst und dabei zu stark. Du wolltest die bewundern, die putzen. Und beim Putzen sind sie abgefallen. Du hast vergessen, wem sie das, wem sie das gehört. Und dann, ähm, ja. Passiert doch mal. Du hast vergessen und dann dachtest, okay, ich warte, ich hab die so lange an, bis der Besitzer sich meldet. Dann gebe ich dem die Besitzer dann zurück. Ich find's ein nettes Detail, dass du dich an den Füßen verletzt, wenn du im Wald ohne Schuhe rumläufst. Auf steinigem Gelände und sowas. Ist auch ein lustiges Detail. Krasser Ritter aus Rüstung und wäscht sich mit Regenwasser aus dem Trog. Inflation hittet hart. Ich, ich, ich bin Vogt. Ich muss Geld sparen. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ja, ja. Ich wollte aber vorher noch mit dem Reihier Müller hier wetten. Na, Bursche? Na, Bursche? Willst du dir deine Wette fürs Rataia-Turnier? Ja. Beste Gesund. Ja, dir auch. Ich will wetten, wer das Turnier gewinnt. Was die Turnierwette betrifft. Freut mich das? Äh, komm, 100. Eine schöne Wette. Mach's gut. Auf aufreden oder schaffst du. Bin ich auch von überzeugt? Ich hab nur ein bisschen Sorge, dass ich ein bisschen zu überzeugt auf meinen Sieg bin. Dass dann irgendwann so ein Aufmerksamkeitsfehler kommt. Das ist so ein bisschen, was ich befürchte, was passieren könnte. Töte, ohne zu sterben. Die Gegner werden nun schwerer. Naja. Haps. Ei, bis die Lurie... Ei. Ich werde aber auch immer stärker. Irgendwaschen konnte man auf deine Ausdauer achten. Nee. Du musst doch nicht auf deine Ausdauer achten. Was ist daran denn wichtig, auf die Ausdauer zu achten? Das glaube ich nicht. Habe ich, glaube ich, eben das Spiel noch nie gemacht. Braucht man nicht. Absolut unwichtige, äh... Detailarbeiten sind das. Quietsch. Die kämpfen ja schon. Bin ich zu spät? Gott segne dich. Ich möchte am Turnier teilnehmen. Du möchtest am großen Turnier teilnehmen. Gerne. Sofern du das Startgeld aufbringen kannst. 60 Groschen habe ich. So. Davor aber noch mal eine Vorhersage. Ich, ich habe die Hoffnung. Also wie gesagt, ich bin langsam... Ich kann es ja ein bisschen. Die Frage ist, mache ich einen doofen Fehler oder, 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 äh... Nicht. Gewinnen wir das Turnier? Ja? Oder nein? Ich bin gespannt. Zwei Minuten Zeit. Los geht's. Also du willst das Spiel in Schwarz-Weiß spielen. Ist doch geil. Schön noch Seepier, äh, schönen Schwarz-Weiß-Filter drauf. Wie viele Leute sind dabei? Auch wenn ihr nur 10 Punkte setzt am Ende, weil die Quote auf nein gerade so geil ist, mal 10 Punkte zu setzen, würde sich lohnen. Ansonsten 10 Punkte oder 150. Ähm. Ähm. Ja, wird's... Also es lohnt sich derzeit nein zu sagen. Zumindest von der Quote her. Weißt du noch, wie man die Vogt-Wach-Mission abschließt? Ja, du läufst dem Typen hinterher. Du läufst dem hinterher, dann würfelst du mit dem Wachsoldaten, dann haust du dem Herrn Karpon auf die Fresse und dann ist sie schon vorbei. 14 zu 5, 19 Leute sind wir schon. Wie viel kriegen wir zusammen? Ist 42 in Sicht oder heute nicht? 23. Mal alle mitmachen, auch mal wach werden. Einmal mal 10 Punkte reinschmeißen. Conny Cornetti. Geiler Name. Schöne Alliteration. Einen wunderschönen guten Tag. 25 ist immer. Kriegen wir da noch was zusammen? Auf jeden Fall würde ich jetzt 10 Punkte auf nein schmeißen. Weil... Oder mal so 100 Punkte auf nein. Weil auf ja kannst du gerade nicht so viel gewinnen. Da hast du das 1,1-Fache. Und wenn man mal 100 Punkte einfach mal auf nein schmeißt, kann sich das lohnen. Na los, Bass. Auf die Quote. 34 sind wir schon. So. Ha. 35. Nochmal viele Punkte. Ah, langsam ist das 6,66. Wache. 666. Wer traut sich denn da? Abend. Sie macht alles Niedermordnerick. Einen wunderschönen guten Tag und Dankeschön für 23 Monate zahle ich. Hier bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich sagst du? Ja. Und ich muss wissen, welcher... Heinrich sagst du? Wie hieß du nochmal? Du dreifacher Sieger dieses Turniers. Das Langschwerte ist das Langschwerte. Auf geht's, schwarzer Ritter. Gut. Mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Ach. Schwarze Peter ist schon tot, Lucky Teddybär. Sorry. Das klippert so schön, ne? Ich klinge auch so. Das klingt richtig realistisch hier. Schlägt natürlich auch so ein bisschen auf den Kopf. Pavel vor mir. Pavel Bronkowitsch. Dankeschön. Der erste Kampf wird ein Kampf mit Langschwertern. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Ja? Ich nicht. Wo finde ich die Nachtigall? Äh, am, äh, äh, in der Nähe der Kirche. Zack. Auf den Kopf. Hops. Schmeiß ihn um. Schmeiß ihn einfach um. Hau drauf. Vorsichtig. Ausdauer. Ach, ich wollte doch gar nicht auf die Ausdauer achten. Ei. Oh, richtig schön. Rauf. Rups. Bups. Mann hält der was aus. Ah, schmeiß ihn um den Gerl. Unten. Zack. Hand. Gesichtsfeger. Narbenmacher. Abwehren. Draufhauen. Draufhauen. Zack. Die Nachtigall ist in der Nähe der Kirche. Ich liebe den Narbenmacher. Unten links zustechen, zustechen. Läuft gut. So. Oh, schwer. Ich will Axt und Schild üben. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Ja. Hoffe ich mal. Die Kräfer werden hier können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Warum man nicht nur mit Kurzschwert gekämpft wird. Komm. Komm her. Komm her. Wir schmeißen. Nein. Schmeiß ihn um. Aufpassen, aufpassen. Doktor, fest die Lanz. Ja, ein bisschen. Weil meine Ausdauer weg ist. Dankeschön für... Neun. Das nächste Twitch, Baby. Heute ist der Tag der Resubs vor neun Monaten. Haben wir das? Oh, nee. Jetzt ein Tra... Oh, Gott. Konzentrier dich. Nicht ablenken. Lassen draufhauen. Ich hasse, dass Schädelbrecher nicht funktioniert. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ah. Abfahrt. Krieg dich konzentriert. Krieg dich konzentriert. Krieg dich konzentriert. Der hat ja noch keine Lebensenergie verloren. Was soll das? Dankeschön. Das Starten des Hype-Trains an Damm-Kalifee. Bingeli, dankeschön für 500 weitere Bits. Dankeschön für deinen Support. Hau ihn doch endlich mal. Vernünftig. Der kriegt keinen Schaden. Jesus Christus. Wie viel hältst du aus? Jesus Christus, ey. Hau ihn um. Hau ihn um. Und lass dich nicht ablenken. Jawohl. Oh, ja. Da war der Schlag ins Gesicht. Geht's auch. Geht's auch. Klapper, 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 klapper. Klapper, klapper, klapper. Ich liebe die Riposte ins Gesicht. Das ist nämlich meistens der Direct-Sieg. So, mal sehen, wen wir jetzt haben hier einen Gegner. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun... So, Wasser trinken. Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Ich hätt's auch schön gefunden, hätte man den anderen beim Kampf zugucken können. Das würde ich auch noch wünschen. Das würde ich auch mal als Zuschauer hier aktiv sein kann. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Es wird ein Kampf mit Langschwertern. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Richtig. Also bei der Kirche drumherum. Das wird ja normalerweise angezeigt, oder nicht? Links. Zack. Nabenmacher, zack. Und von oben draufhauen. Ende. Nein. Er hat auch keine Lebensenergie verloren. Was soll das? Ich treff den, mach den Nabenmacher ins Gesicht. Was hat er für eine Rüstung, ey? Komm, umhauen, 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 umhauen. Umhauen, 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 umhauen. Umhauen, 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 umhauen. Und bis die Lore sagt sich, das Level, hau ich doch... Fast voll, fast voll. Dankeschön für weitere 200 Videos ein lautes, mächtiges Aho für dich. Hau ihn doch mal aufm Schädel. Und am Kali, wie gesagt, das Level nehme ich so mit. Dankeschön. Für weitere 200. Danke für den Support. Nein. Oh, scheiße. Hat er gut getroffen. Ey. Jetzt aber langsam mal. Ah, nein. War nicht. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Gar nicht. Äh, doch, doch, das, äh, das lila, das lila Ding. Das lila Ding neben deinen, äh, deiner Lebensenergie. Gar nicht, was ist ein Blödsinn. Äh, das lila Ding, äh, neben deine Lebensenergie. Da, wo du auch normalerweise die Ausdauer des Pferdes siehst. Da links oben, musst du sagen, in, in den Balken unten, der links oben. Ach, du Scheiße, das macht der Riposte. Ah, 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 ah. Ei, ei, korlosch, einen wunderschönen guten Tag. Ist du schon auf? Nein. Ich will nur langsam mal durchkommen bei dir. Du hast ziemliche Ausdauer. Ab, 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 ab. So, Konzentration, Konzentration. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, abwehren. Jawohl, genau. Und jetzt zurückkontern und... Ey, sagt mal nicht. Wortwahl hier. Wortwahl. Benimm dich. So, jetzt hat er kaum Ausdauer. Komm, jetzt muss ich den noch eigentlich... Das ist so viel weniger Ausdauer. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Prost, geschafft. So, Sieg Nummer, äh, einen Teil, äh... Mal sehen. Oh ja, Axt. Nee, Streitkolben, okay. Auch gut. Kriegshammer. Damit muss man nur einmal richtig schön auf die Glocke hauen. Dann ist gut. Komm her. Einmal auf die Glocke. Sack. Einmal die Riposte schön von oben links. Dann haust du den nämlich in sein Gesicht, wenn die Riposte klappt. Wenn er von oben links zuhaut. Ist immer nicht schön. Hau ihn einfach mal um. Und... Donner, hau, oben drauf. Ach, scheiße, hat er die Riposte gehabt. Matrikus! Dankeschön! Die Horde rennt. Sie singt ihre Lieder. Die Horde rennt. Abwehren. Ah, Mann. Autsch! Scheiße, jetzt wut ich auch noch. Hau den Typen um. Wieder eine Riposte von ihm. Scheiße, direkt angeschön. Wir finden weitere Verschenkte des Ups. Ich guck... Ah... Zack. Hat er aufgegeben. Hey! Ah, ist auch verblutet. Ah, an Captain Elmo McElroy. Garmix. Maximal Erde und Abend. Viel Spaß mit euch. Zappi-Maus. Werbefreiheit. Und den... ...wunderbaren kleinen Reno neben dem Namen. Das Gute ist, dass man hier Auto hier hat zwischen den Runden. Der erste Wettstreiter ist... ...Heinrich von Dalitz. Wer ist denn das? Der sieht cool aus. Der gefällt mir. Der gefällt mir vom Aussehen. Geiles, geiles, geilen Wappenrock hat er an. Volkerts Aage sieht aus wie ein Leiparaner. Ah, nach elf ist er da. Dann war es leichter gelöst, als man dachte. Und Dankeschön, Matrikus. Dankeschön für den Support. ...Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ah. Komm schon. Abs. Und links. Zustechen, zustechen. Nein. Nochmal. Abwehr. Ah. Eieieiei. Gott verdammt. Ah, Mann, ist der gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ab. Komm, schmeiß ihn um. Schmeiß ihn um. Schmeiß ihn um. Jawohl. Und... Ah, fuck. Yes. Oh Gott, ja, bitte. Das kann ich für dich tun. Der dürfte doch auch keine Ausdauer mehr haben, ey. Was hat der für einen Ausdauerwert? Yes. In your face und... Weicht er dem scheiß Ding aus. Komm schon, konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Abs. Hey, der muss da... Leg mich doch mit deiner Ausdauer. Jetzt, Namenmacher. Sag, Namenmacher und drauf. Ja, jetzt hab ich ihn. Boom. Weg mit euch. Ich liebe diesen Schwertkampf, das macht so Spaß. Konzentrieren. Ah, Kurzschwer und Schild, das hasse ich am meisten. Das macht mir auch irgendwie am wenigsten, deswegen kämpfe ich auch halt, wie gesagt, mit normalen Kampf. Und warum sieht's so wenig? Aua, 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 aua. Komm von oben links und dann mach ich Reposte. Komm schon, dann ist das meistens zu Ende. Weißt. Komm schon, greif an. Komm schon, greif an. Zack. Na, Mann, jetzt im Haar kriegt er meine Sache hin. Ach. Autsch. Autsch. Ah, das benutze ich am meisten. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ah, das ist ja das Schöne, dass es so unterschiedliche Arten das Spiel auch zu spielen gibt. Und auch mit Waffen technisch. Autsch. Jetzt. Donner ihn doch. Ah, scheiß Reposte. Kann der Gegner halt auch. Muss konzentriert bleiben, auf Abstand halten, auf Abstand halten. Hau den um, hau ihn um, hau ihn um. Und Dankeschön für den Zug, der hier auf Level 3 einfährt. Gleis 3. Ach, scheiße. Ja. Kriegshammer, damit detscht sich so schön von oben auf den Kopf, ne? Ah. Jawohl. Ah. Sehr ritterliches Geräusch. Ja, klar, Reposte und fasst mein halbes Leben weg. Konzentriert, konzentrieren, konzentrieren unten rechts. Jetzt hab ich ihn. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Es ist... Heinrich aus Karlitz. Kennt ihr Heinrich schon? Ah. ...des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle, Herrn Hanusch von Leipa, unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Karlitz. Waffenknecht in Gefolge von Herrn Ratzich-Kobella. Ich kann nur aus. Du kannst... ...goldene Tuf-Tuf. Dankeschön. Und ich kann mir noch schön vom Müller meinen Gorschen holen. Schön erstmal vom Han... Hanuschi! Wo ist Herr Hanusch? Meistens kommt er da runter. Hat sich nämlich häufig von da oben das Turnier angeschaut. Dann kommt er runter. Dann spreche ich mit ihm, hol mir das erstmal ab, was er hat. Mal sehen, was ich diesmal kriege. Plattenbeinlinge. 400 Groschen finde ich halt arg wenig, ne? Na, für dass ich der Größte auf aller Zeiten hier bin. Ähm... Hm, die gefallen mir. Die muss ich zugeben, äh... ...gefallen mir deutlich besser. Die ziehe ich an. Hm, ich muss was vom Hanusch klauen. Äh... Spielerisch? Oder... Warte mal, Vorhersage auflösen. Stimmt ja. Vorhersage auflösen. Es hat geklappt. Ich wurde nicht hochnäsig. Oh, das 1,65-fache. Wir hatten die Quote da noch geändert. 19 zu 19. Vulkankrieger, sorry. Ah, gewinnen wir das Turnier? Ja. Da hat der Vulkankrieger den Ja-Sagern nochmal Quote beschafft. Gegensatz zu dir mache ich Müller-Quests. Ey, ich habe Müller-Quests gemacht. Ach komm, was? Wie viele Punkte hast du gesetzt? 20. 25.000. Habt ihr so wenig an mich geglaubt? Das macht mich auch ein bisschen traurig. Schaut euch diese Gurken an. Guckt euch diese Gurke. Schnee, greif zu, bevor sie weg sind. Äh... Hast du überhaupt Kohle? Hast du überhaupt Geld? Gott segne dich. Ich wurde gedrängt. Gott sei mit dir. 2.000... Ne... Ach... Was? Was? Hab ich gerade richtig gelesen, dass er 18.000 hat? War das gerade die richtige Information? Der Typ hat 18.000? Ich habe ihm, glaube ich, was reicher gemacht. Der hat endlich die Sachen auch verkauft, die ich ihm gegeben habe. Ich... Ein Tag! Aber... Ich habe Sachen in Priebus Lavitz gebaut, Xelina. Offiziell ein Tag, aber es ging halt Tage ein in Priebus Lavitz. Und die Zeit hat wohl... Ist wohl mitgerechnet worden. Ja. Äh... Schön. Würde mal sagen, äh... Kann ich den Rest ja kaufen, ne? Jetzt wird er das mal schön, äh... Geld bringen. Äh... Ja, 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 ja. Das lohnt sich, also man muss immer, wenn man, wenn man was... Wenn man möchte, dass er mehr Geld hat, einmal, äh, wieder, äh, Priebus Lavitz-Quests machen. Lohnt sich ja richtig. Nächstes Mal retten, ob man ohne Niederlage das Turnier gewinnt? Ja, das müsste man... Das könnte man machen. Danke. So, dann noch zu Müller. Zu einem Teil. Ein Pferd kann hier nicht hin. Ab zu Müller. So. Verkaufe es auch in deine Stadt. Die... Ah, äh, die hat... Ich hab den Händler aber zuletzt gebaut, Kaki. Der hat kaum Geld. 500 hat er, der Händler. Äh, die 2900 hätte ich nicht gekriegt. Ich muss erst mal immer wieder was verkaufen. Machen wir aber auch. Aber wenn ich da jetzt hinreiten würde, würde ich vielleicht für 6, 700 was verkaufen können. Ähm... Da brauche ich erst mal Massen an Geld. Aber macht auf jeden Fall Sinn. Und sich seine eigenen Händler, äh, so hoch zu züchten. Weil desto mehr ihr an euren Händler verkauft, umso bessere Waren hat er, die verkauft er auch irgendwann. Und er macht dann wirklich das Geld. Das ist sehr angenehm. Aber das ist auf jeden Fall durch DLCs so... Oder nicht DLCs, sondern durch Updates so geworden. Weil es ist so heftig, fand ich das am Anfang nicht in Erinnerung. Oder ich hab's damals nicht so krass gemacht. Grüß dich. Lust auf eine Wette? Ich will erst mal mein Wettturnier gewinnen. Ah, schön. Immer noch mal 5. Ich versteh's nicht. Vielleicht? Der hat gesagt, man verdoppelt sein Ding und ich krieg jedes Mal 500 Groschen. Also das versteh ich noch nicht ganz. Ich kann sie ja leider noch nicht arm machen, weil so viel Geld hab ich noch nicht. Wo werden das nächste... Ah, warte mal hier. Ah, warte mal. Hier ist das Lager. Wenn da das Lager ist. Äh... Von Teilenberg aus dahin? Ich muss ja sowieso... Will ich nach Getreide handeln gehen? Ich will sowieso Getreide handeln gehen. Oh, wenn ich mich in der Nacht angreife, kann das natürlich gut fürs Lager sein, aber auch schlecht. Das ist die Frage, ob ich da eine Runde übernachte in Teilenberg. Das Problem ist, wenn ich da eine Runde übernachte, hab ich wieder einmal Geldverlust. Tod am Wegesrand. Äh, halten. Was? Da ist doch einer. Irgendwas klotzt hier. Ich muss bedenken, wenn es rechts klotzt, ist es links. Hey, Fleisch. Dankeschön, Braukessel. Es fehlt drei Jahre Support. Wovon zum Teufel sprichst du? Was machst du hier? Umso teufel. Du hast dich recht, Wilderer? Dieses tote Reh? Ich jage hier Kumanen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du wohl kaum. Du wohl kaum? Du hast den Kadaver zerteilt. Ich wollte nachsehen, ob ich vielleicht noch helfen kann. Aha. Und? Konntest du? Da war leider nichts mehr zu machen. Ich habe ein komisches Gefühl bei dir. Aber ich weiß nicht, ob du es getan hast. Nein, habe ich nicht, du Idiot. Dankeschön, Braukessel. Und was hast du hier gemacht? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Du trägst die Mordwaffe bei dir. Du trägst die Mordwaffe bei dir. Das kannst du nicht beweisen. Aber ich werde beweisen, dass ich damit umgehen kann. Ey, der hat versucht, mich rauszutricksen. Gib es zu, sonst machst du es noch schlimmer. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut. Ich war's. Ich brauchte was zu essen. Die Kumanen und die Banditen haben uns doch völlig ruiniert. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. So, lieber Chad. Der hat gewildert. Er brauchte aber natürlich Essen. Es sind schwierige Zeiten mit den Kumanen. Gib mir das Geld und du kannst gehen. Ich lasse mich nicht bestechen. Oder ich will nichts von dir. Geh. Ich will das Geld nicht von dem. Ganz ehrlich. Wenn, wenn, wenn lass ich ihn gehen. Warum mir das Geld nehmen? Der hat so gute Klamotten an. Ja, du hast ja immer noch deine Klamotten. Und die verlierst du ja nicht, wenn das ganze Geld weggenommen wird, oder? Oder ihn sagen das, dann drei und ihn umbringen lassen. Ich will nichts von dir. Geh einfach. Keine Sorge. Ich verstehe dich. Geh jetzt. Verschwinde und komm nicht mehr. Ja, ne? Ich meine, er wollte das. Jetzt bist du nicht mehr neu. Jetzt hast du keinen Schnuller mehr. Oh. Guten Abend. Bin jetzt nicht mehr. Er ist ein Kumanen. Nein. Er ist kein Kumanen. Nimm doch das Fleisch mindestens mit. Mann, ey. Er ist kein Kumanen. Achso. Kein Kumanen. Und der Fürst einen wunderschönen guten Tag. Und Dankeschön für den dritten Monat. Der dir deinen kleinen Schnuller wegnimmt. Jetzt bist du endlich Schnuller frei. Ich könnte auch von hier nach U-Schütze einfach durchreisen. Vielleicht ist hier noch was im Lager drin. Hier ein Lager. Da ein Lager. Kommen wir hier. Hier könnte man vielleicht sogar drüber. Kann man ausprobieren, ob ich da hinkomme. Einfach geradeaus. Ja. Aber manchmal, also dass du so schnell dich schnullerlos wirst, ist natürlich auch gut. Ist bei manchen Kindern ja deutlich komplizierter. So. Ich hoffe, du beeilt nennst du ja noch ein Sondra. Um Ledetschko ist immer Trouble. Ja, ja. Ich gehe aber da die Aufgabe lösen. Die Horne rennt. Nichts kann dir widerstehen. So ein Lager Nacht jagen könnte auch gut sein. Könnte man natürlich auch gut tun. Dankeschön, der Fürst. Nicht mehr neu hier. Da hast du auch schon 48 Zabs rausgehauen. Dann würde ich auch sagen, dass du nicht mehr neu hier bist. Und Dankeschön für den 48. An Iljauben. Iljauben, viel Spaß. Weiterhin mit den Zapfimods. Der wäre befreit. Dem wunderbaren kleinen Rino neben dem Namen. Bei Iljauben weiß ich, dass das noch Wehre sind. Was fehlt dir noch für die schwere Truhe? Ich habe keine Ahnung. Ich mache keinen Schlossknacken. Obwohl ich das bei Müller mal lernen könnte. Komm. Hey, wie war das? In Russland oder in Russland? Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Konzentration, Konzentration. Ach, scheiße. Das sind ein bisschen viele. Sorry, lieber Hund. Fuck, 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 fuck. Konzentriert bleiben, konzentriert bleiben. Noch ein Hund. Ach, fuck. Jetzt sterbe ich. Zu unaufmerksam. Oh, lieber Hund. Ich will dich nicht töten. Ach, du Scheiße. Wie viele sind das von denen? Wie ich will, habe ich fucking angegriffen. Nein, es war so knapp. Ah, es war so knapp. Ah, Mann, ey. Ich hatte sie doch fast. Boah, der Berserker-Skill ist ja mal geil. Ah, nee, ich will den eigenen Köter nicht. Wenn, dann schaffe ich das selber. Äh, fortfahren. Hallo, liebes Spiel. Liebes Spiel, jetzt nicht abspälen. Nicht abschmieren. Unxelina, weiterhin Spaß. Und jetzt habe ich mir was der Werbefreit. Nur wunderbar, einen kleinen Rhino neben dem Namen. Fünf oder sechs. Ja, vier habe ich, glaube ich, down gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele gleichzeitig um mich herum waren. Und dann war noch ein blöder Bogenschütze. Da gehe ich einmal unkonzentriert rein. Aber ich glaube, mir ist das Spiel abgeschmiert. Und die Hunde. Ja, und zwei Hunde, stimmt. Und zwei Hunde, die ich einmal meine ganze Ausdauer verloren habe. Das war auch das Problem. Dass ich drei um mich herum hatte, während der Hund mich gebissen hat. Und dann konnten die mir meine Lebensenergie weghauen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich glaube aber... Ja. Das allererste Mal. Nicht erschrecken. Jetzt bin ich mein Spiel abgeschmiert. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der gespeichert hat. Ich hoffe nicht zu weit weg. Ich hoffe nicht zu weit weg. Ja, ja, ja. So, einmal starten. Was blödes, ich muss langsam ums Eck. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich muss dann meine Kopfhörer wieder reinkriegen. Das wird das Schwierige. Das wird das unglaublich Schwierige. Oder nee, warte mal. Ich kann meine Kopfhörer da ausstecken. Ach, stimmt. Ich habe ein Verlängerungskabel dran. Dann kann ich die Kopfhörer mitnehmen. Ah, gute Idee. Gute Idee. Ich mache sie einfach ab. Ich habe mein Verlängerungskabel. Dann ist das Kabel immer noch drin. Oh, yes. Oh, zum Glück ist mir das eingefallen. Weil sonst wäre es wirklich kompliziert geworden, mir dann wieder die Kopfhörer anzuziehen, weil sie unter meiner Haube sind. Und ich müsste erst Kettenhemd, erst Platten, dann Kettenhemd und dann die Bunthaube ausziehen. Ah, ich mag es, wenn Sachen... Ich mag es, wenn das Gehirn noch kurz Ideen hat, wie man was lösen kann. So, ein, ach nein, zurück. Das muss ich ohne Rand, bitte. So, ich muss nämlich ziemlich dringend ums Eck. Und jetzt, wo ich die Lösung gefunden habe, sagt mein Körper auch. Alles klar. Kurze Pause. Wir sind in wenigen Sekunden wieder. Bis gleich. Viel Spaß mit Studi. Aber du hättest die Kopfhörer drehen können. Ja, zu kompliziert. Da komme ich besser mit. Klar, ist nicht so schlimm. Habt ihr gerade gesehen, was ich getan habe? Habt ihr gerade gesehen, was ich getan habe? Ich habe so eine Muscle Memory, dass wenn ich losgehe, mir die Kopfhörer ausziehen muss, dass ich gerade die Kopfhörer ausgezogen habe. Ich habe gerade wirklich automatisch alles klar, erst mal ausziehen und wollte hier hinnehmen. Bis gleich. Ich wollte hier den Helm aufnehmen. Warte mal, ich muss jetzt gucken, wo es sich eingezogen hat. Ich habe noch mal, ich muss jetzt gucken, wo es sich einfach mit einem lachen gemacht hat. Aber ich muss jetzt sagen, wo es sich nicht besser macht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 War es das Lager oder das Lager? Ich bin ja von irgendwo aus rein durchgeritten. Ich wollte ja daraus hindurch. Nee, das war nicht das Questlager. Da kam ich noch nicht an. Das Questlager ist hier oben. Da war ich noch nicht, Selina. Hier bin ich nicht angekommen. Da bin ich ja noch durch, aber das Lager gerade eben war nicht das Questlager. Da war ich noch nicht da. Ich war immer noch hier davor und wollte eigentlich nach U-Schütze durch und dann noch Getreide aushandeln. Ich meine aber, ich bin hier an dem durchgelaufen. Und hier rein. Also müsste es eigentlich hier gewesen sein ungefähr. Also, zurück. Den Weg? Nee, oder doch, wir können den Weg eigentlich auch gehen. Nachhof, ein Speicherschnaps. Das ist natürlich ein Speicherschnaps. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit zurück ist. Also nach dem Turnier mindestens. Der sagt doch immer, bei wichtigen Quests wird gespeichert. Ich finde ein ganzes Turnier nicht abzuspeichern schon, äh, heftig. Da finde ich schon, äh, endlich, oh Gott, ich bin falsch geritten. Natürlich bin ich falsch geritten. Vollidiot. War ja keine Quest. Was? Nö, ist keine Quest. Nee, das Rataia-Turnier sehe ich nicht unter Quests. Ist eine Aktivität. Ist halt eine Aktivität. Keine, keine, keine Quest. Du hast recht. Ist eine Aktivität. Also ich sehe es schon, wenn es in meinem Aktivität-Log ist. Ja, ja. Naja, ändert nichts an der Tatsache, dass ich finde auch bei einer Aktivität, zu der geladen wird, kann man nach der Aktivität, finde ich, speichern. Also das wäre für mich ein, ein Verständnis, was ich sage, das ist, das finde ich, kannst du speichern. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber, ist ja jetzt so. Weiß ich Bescheid beim nächsten Mal, wenn ich da, äh, nach dem Turnier was mache, lieber vorher nochmal eine Runde schlafen gehen. Lieber vorher nochmal einen Ründchen schlafen. Aber wo war das jetzt? Oh. Ey, wie viele Lager sind hier? Wie viele Lager sind hier? Ich treffe von hier aus, nicht? Was ist das denn beim Nichts? Ey, wie viele Lager sind hier? Nicht treffen, hast du doch gesehen. Eindeutig beantwortet. Eine Riposte und Tod. Okay, die sind nicht so ganz so stark. Auch nicht ganz so groß, das Lager. Der erste ist ja schon abgehauen. Ja, ja, ich war juckt, genau. Also einen habe ich weglaufen sehen und zwei greifen mich an. Den vierten habe ich bisher noch nicht, äh, kämpfen sehen. Oder auch nicht weglaufen sehen. Werden jetzt auch ein vierter mit weggerannt. So. Was haben wir hier? Säbel, näher ist nichts wert. Das Comanche und Metallschild ist halt auch nichts wert. Ach Gott. Schwer und nichts wert. So ein Schrott. Er holt seine Brüder. Ja, wäre eine gute Idee für den. Meine Güte, ey. Lederhandschuhe. Arme Socke, ey. Dass ich euch platt mache, tut mir wirklich leid. Sorry, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so arm sind. Klar, dass die räubern. Ein bisschen hier. Ach, da ist auch mehr Bass. Ja, hallo, wo bist du? Irgendeiner hat sich gerade aufgeregt, dass ich hier bin. Wo ist Michok, Michok? Michok, wo bist du? Ach, da. Wo kommst du denn her? Hat er sich gerade auf... Hat er aufgegeben, als ich in die Nähe kam? Der hat sich doch gerade so geduckt, als ich kam. Joa. Blind auch noch. Boah, ich weiß, wo ich morgen Muskelkater haben werde. Ich weiß, wo ich morgen Muskelkater haben werde. Was denkt ihr, wo habe ich morgen Muskelkater vermutlich? Schultern? Na, die gehen. Schultern und Arme? Nein. Linkes Ohrläppchen? Nacken. Exakt. Es geht mir gerade voll auf den Nacken. Weil ich ja nicht so nämlich zurücklehne, sondern ganz ehrlich den Kopf nach vorne halte. Aber sie sollten mal bitte reicher sein. Die kleinen Lager haben auch nicht so gute Materialien. Ich habe ja kaum was gekriegt hier. Nacken, Nacken. Ja, Kaki. Es ist wirklich... Das merke ich gerade. Den kubanischen Bogen, der ist doch eigentlich ganz leicht. Und einigermaßen was wert. Pferdchen? Wo war der vierte? Also zählen kann ich. Ich habe immer noch gegen drei gekämpft. Ich habe nicht den vierten nicht gesehen. Schlafen und speichern. Wie sind wir beide auf Ohr gekommen? Ihr verbringt zu viel Zeit miteinander hier bei mir. Und kommt auf genauso idiotische Ideen wie ich. Das war ja mitten im Nirgendwo das Lager gerade. Das war ja nicht mal so ein offizielles, offizielles Lager. Eingezeichnet. Oh, ein Prakti. Das ist ein bisschen köhler wahrscheinlich, ne? Wo waren denn die mit den Feater? Vielen lieben Dank für den Follower. Die Rino Horde grüßt dich. Lautmächtig innen grünstig. Das Schreiben lernen braucht das lange. Die Quest nicht. Es vergeht Ingame-Zeit. Aber die wird übersprungen. Und Dankeschön, Prakti. Herzlich willkommen bei uns. Naja, ist doch gut. Ist doch gut, dass sie nicht angezeigt werden. Ab und zu siehst du sie aber. Wenn es irgendwo brennt. Wenn es irgendwo brennt, weißt du, da ist es potenziell möglich, dass da ein Lager ist. Nicht in voller Montur, nein. Haru, nicht in voller Montur. Das würde ich mir nicht anmaßen, dich anzudeuten, dass ich hier in voller Montur, nee, in Kettenhaube, Bunthaube und Platten. Das muss ich eingestehen. Obere Schulterplatten. Die untere Montur habe ich nur an Hemd an. Da habe ich mich jetzt zurückgenommen, aber ich habe die komplette Montur gestern geholt. Ich habe gestern einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Glücksgriff. Ich habe auf Ebay Kleinanzeigen getroffen. Und ich würde sagen, das ist der größte Glücksgriff, wenn man im Bereich dem Hobby anfängt, machen konnte. Besonders, weil es eins zu eins passt. Natürlich habe ich keine Hose an. Du hast 500 Bits geschmissen, Bingeli, da ist die Hose direkt weg. Das ist es, ne? Man muss sich da halt keine Hose mehr anlassen. Mit welchem Schwert möchtest du mit dem Zweihänder? Ja, mit dem Zweihänder? Ja, mein Heinrich steht da hinten. Boah, hier 34 Monate. Zu dir, Corvus. Der Almighty hier. Vielen, vielen lieben Dank. Dann einen guten Frühdienstmorgen und Dankeschön, dass du diesen Kanal hier immer noch so support hast. Ich hole mal den anderen, ne? Mach! Solange du mich schlägst. Ich hole mir mal die neuen Schwerter, die ich habe. Ich habe nämlich einen Kollegen jetzt hier. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn Calvin oder Heinrich nenne. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, wie wir ihn nennen sollen. Ich glaube, Olaf war auch eine Idee. Die macht alles nieder. Die Horde rennt. Nichts kann ihr widerstehen. Und ich habe auch, wie gesagt, da mal ein Filt und alles. Da. Zack. Dam Califee. Hiermit schlage ich dich mit meinem neuen Schwert, ohne dass du mein Gesicht siehst. Weil das ist der Blick, wenn man auf die Knie geht ungefähr, ne? So, Dam Califee. Ein mächtiger Shieldmite. Mächtige Ritterin. Champion der Horde. Vielen lieben Dank. Erste Hilfe. Erste Hilfe würde ich auf jeden Fall nehmen. Äh, bei dem Spiel. Ich würde auf jeden Fall Erste Hilfe nehmen. Weil das für Quests sehr relevant sein kann. Und dir hilft, dass Leute dich mögen. Speer, wenn du kämpfen kannst, ist dir ja eigentlich Jacke wie Hose. Äh, Erste Hilfe hilft dir in Quests. Speer, stirbst du vielleicht mal aus Versehen und musst mal vielleicht mal laden, wenn du wirklich doof von Banditen gejagt wirst. Erste Hilfe ändert Quests. Und Speer halt nicht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall den Speer wählen. Äh, den Erste Hilfe wählen. Meines Erachtens. Finde ich, finde ich die, 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 äh, spielerisch sinnvollere, äh, Variante. Und dann auf Erste Hilfe 3, so schnell es geht. Besonders gehst du erst nach Sarsau, wenn du Erste Hilfe 3 hast am besten. So, jetzt, oh, jetzt, warte mal, ich muss mal wieder... Nicht wundern, was ich gerade tue. Ich, ich hau mir die, die Kopfhörer vernünftig in mein Ohr rein, damit ich vernünftigen Sound habe. So, und dankeschön, der Fürst, der hier den nächsten... An den Prakti! Warte mal. Hat Prakti gerade den Follow rausgehauen und es war Praktis zweiter, äh, Monat als Sub? Hab grad gesehen, dass da ein zweiter Monat als Sub war. Vielleicht war es auch das Lager hier? Wo sind wir gerade reingeraten? Oder haben wir einfach ein ganz kleineres Lager gefunden? Oh, wenn wir da landen. Gutes, wir haben jetzt so ein bisschen Material. Wie gesagt, und dann würden wir noch mal Ratei gehen. Brauchen wir... Oh, ich hör was. Habt ihr es auch gehört? Ey, Privalots. Warte mal, ich hab's rechts gehört, also ist es links. Also müsste es links sein. Genau, das ist Johanka. Wo? Wo? Oh! Ich weiß wo! Ich weiß wo! Reit mal weg! Ah, der Fürst! Dankeschön! und Ninen da war. Viel Spaß mit dem Zappi-Munzerwerber. Ich glaube, ich hab's gefunden! Dafür, dass ich so... Ich weiß nicht mehr, wo euer Lager ist. Ich glaube, ich treffe aber halt in einen Typen mit Rüstung. Jawohl! Jawohl! Hi, Jungs! Ah! Wie kann ich da daneben schießen? Ah! Ja, jetzt komme ich runter. Entweder die Rüstung ist zu klein oder sie macht fett. Macht fett. Aber zu klein ist sie nicht. Ich müsste mein... Ah, warte mal. Ich sollte ihn erstmal erschlagen. Ah. Ja, die machen das nicht klug. Die sind richtig klug, sich von vorn und hinten ranzustellen. Das ist natürlich echt klug von denen. Das ist richtig klug von denen. Ja, GG. Macht ihr echt gut. Hau den um. Hau den um und jetzt von oben drauf. Yes. Äh. Und links. Scheiße. Jawohl. Und jetzt. Hast du auch wieder generell. Ja, schön um. Ah, jetzt habe ich das. Habe ich ihn. Bringt mir auch Vitalität. Also ich glaube, einfach kämpfen. Einfach kämpfen. Das hat auch Vitalität gebracht. Ich finde das Kampfsystem einfach graus. Aber ich liebe dieses Kampfsystem. Ich finde es so herrlich. Ich finde es für mich mit eines der interessantesten und besten Kampfsysteme, die ich bisher kenne aus dem Spiel. Die mir einfach mich so zufriedenstellend machen, wenn ich es erfolgreich bin. Ja, wo ist Pivo? Pivo lol. Komm mal her. Also, aber das ist ein persönlicher Geschmack. Ich sage mal so. Ich kann absolut jeden verstehen, der das hasst, das Kampfsystem. Das ist so ein bisschen das Wichtigste daran. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ted Striker, einen wunderschönen guten Tag. Oh, warte mal. Oh Gott. Ich höre den rechts. Also muss ich nach links gucken. Wo ist denn das Lager jetzt von euch? Du kannst nicht sporten. Um Pio morgens in Uschütze ankommen, durch die Nacht ohne Fackel gelaufen. Wurde es angegriffen? Ach, da ist einer. Sag, Kollege. Komm her. Ach, der ist ja schon tot. Ach, Hund, ich will dir nichts tun. Und leider kann... Oh, wenn ich mich abwehre. Wenn ich ihn abwehre, den Hund, schlage ich ihn leider. Ach, lieber Hund. Echt mal. Boah, warum müsst ihr auf eure Command hören? Das bringt euch leider um. Du Monster. Ja, ich fühle mich auch als Monster. Würde ich exakt so unterschreiben. Ich fühle mich richtig scheiße dadurch. Aber wenn sie mich halt selber umbringen wollen, ich muss mich nur abwehren und das tötet sie. Wo sind jetzt... Warte, aber ich bin hier lang, ne? Das heißt, das Lager... Runde sind okay. Fahne fände ich schlimm. Ich töte halt nur das, was mich angreift. Das ist das Lager. Wie viele sind da noch? Zwei. Zwei kriege ich hin. Zwei kriege ich hin. War das noch ein dritter? Okay, dann einmal rauslocken, von hinten angreifen. Zack, 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 zack. Hi! Tschüss. Komm her. Zack. Ungarischer Säbel, vielleicht sehr gut. Das ist eine Lüge, du tötest alles, was rumläuft. Das stimmt nicht. Konnte Lüge nicht mit, äh... Du sagst eine Lüge mit einer Lüge. Silberkelch. Aha, Ringelblumenaufkuss. Da geht doch mal Groschen. Äh... Ich hab noch ziemlich viel Fleisch, ne? Glaube ich, was ziemlich viel... Ich... Oh, ich hör wieder kaum was. Komm auch damit. So. Ich... Ich bringe aber, wenn es Katzen sind, nur kommissionierte Katzen um, verstehst du? Das ist wichtig. Ich finde, kommissionierte Katzen... Kann man mal. Ist dann nur... Ist eine nette Geste. Ich muss mich wieder abschieben. Wir sehen uns im nächsten Stream, alles klar. Bis morgen zu, äh... Smallland. Ach, warte mal. Da pennt ja noch einer. Morgen. Nitschak. Töten. Zack. Nur kommissionierte. Weil du eine kennst. Ich kenne nur eine. Oh, das war ein Anführer. Oh. Oh. Ja, ich habe ein Lager schon ausgeräumt, ohne dass ich es wusste. Oh, yes. Oh, yes. Wie geil ist das denn? Ich weiß noch nichts dazu. Die haben mir nicht zurückgeschrieben. Silberne Sporen auch noch. Geil. Die haben mir leider nicht geantwortet. Was haben wir denn hinten drauf? Was ist das für ein Schild? Ach, guck mal. Ein Schild. Okay. Ey, wie die alle, alle... Dass die nicht aufgefallen sind, dass alle seine Kollegen gerade verreckt sind. Äh, langweilige Sachen. Was? Nicht, wenn Sasa in der Nähe ist. Wenn, dann nur, wenn Sasa in der Nähe ist. Oh, wie sieht die aus? Wie sieht die Mailänder Brigante aus? Sorry, aber das ist die Aachener. Wie sieht die... Es ist eine... Die ist besser. Die ist besser, aber das ist eine Aachener Brigante. Da steht Aachen dran. Und die sieht so schön schwarz aus. Ich finde, die passt besser zu mir. Die passt besser zu mir, auch wenn die deutlich stärker ist. Deutlich, deutlich stärker. Ah, sowas ist natürlich immer eine Überlegung. Brigantenschultern? Wie sehen die aus? Ne, da finde ich meine schöner. Haps. Äh. Passt zu deiner Seele, du Katzentöter. Ich denke mal, was ich überdenke. Das wird ein Early Access Survival. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 20 und 30. Wäre jetzt meine, 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 meine kleine, voraussichtliche Schätzung, wie teuer das Ding wird. Boah, das drückt aber wirklich schön die Wangen hoch, ne? Ich müsste das Kettenhemd ja auch eigentlich... Ich muss es ja auch nicht mein Bart. Du würdest mit dem Kettenhemd, würdest du den Bart nicht rausholen, hast du das hier unten laufen. Dann ist das nicht so gespannt. Aber ich wollte unbedingt mein Bart draußen haben, aus dem Kettenhemd. Sieht besser aus, finde ich. Ähm. Das Lager ist Geschichte. Das war ein richtig gutes Lager. Besonders mit dem Anführer dürfte es sein, dass ich sogar dann den Herr Robert direkt die nächste Aufgabe schon erledigt habe. Dass er sagt, bitte das Lager danach machen. Aber bevor ich das mache, trinke ich mir ein Retterschnäpschen. Trinke ich mir ein Schnäpselein, bevor ich hier nach, äh, weiter nach U-Schütze reite. Ah, Schwert weg. Und ab nach U-Schütze. Kommissionierte Katzen wären sowieso ein schwieriges Thema. Nicht artgerechter Versand. Siehst du, deswegen töte ich sie lieber, damit sie durch den Versand nicht im Flugzeug sterben. Du hast vorhin Loot weggeworfen. Was habe ich weggeworfen? Was habe ich denn weggeworfen? Ich habe das in meine Sattel-Tasche gepackt. Rüstungsteile. Ich habe alles an. Und die teuren Sachen hat mein Pferd. Ne, die Rüstungsteile, die Rüstung drückt das hier nach oben. Hier, die Meile in der Brigante und so, das habe ich jetzt alles im Pferd drin. Zack, guck. Meile in der Brigante, das teure Ding. Habe ich alles hier rübergehauen. Kubanischer Anführerhelm. Die sind die, die Brigante, die hatte ich ja gerade bekommen. Sonst muss ich X gedrückt halten. Sonst hätte ich ja gerade alles rausgeschmissen, was ich gehabt habe. Oh, schon wieder ein Lager. Oh, schon ausgeräumt. Okay. Pferd mit Helm würde bestimmt gut aussehen. Naja, es gibt ja Pferderüstungen. Ich bin mal gespannt, was für ein Lager das ist. Hier ist nochmal ein Unfallort oder so. Ne, ist er nicht. Ist auch kein interessanter Ort. Jagdgebiete Rehe. Ich glaube nicht, dass die auf offener Fläche zu jagen sind. Boah, ich mag Pferde mit einer richtig großen Ausdauer. Oh, das finde ich klasse. Macht richtig Spaß. Ich habe eine Pferdekopfplatte im Nest gefunden. Im Nest. Oh, ich merke. Ich werde nicht kleiner. Aber die Rüstung treibt mich nach unten, dass ich falsch sitze. So. Wieder vernünftig hinsetzen. Es gibt doch nur eine Pferderüstung, oder? So, hierdurch. Ah, das klingt schon ein bisschen böser. Ah. Nein. Spring. Dem Pferd kannst du um die ganze Welt reiten. Ja, um die uns bekannte Welt hier. Auf einen Rutsch. Ein großes Nest. Ja, was mit dem großes Nest, dass du dann eine komplette Pferderüstung drin hast. Ah, noch ein bisschen nach unten. Ah, oh, das hat geknackt. Ah, mein Nacken. Ah, freue ich mich morgen auf meinen Nacken. Ei, ei, ei. Wird der Muskelkater haben. Das ist der U-Schützer Wald. Oh, da ist es direkt. Jungs, kommt der. Zum Bogenschießen benötigst du Pfeile. Wieso habe ich keine Pfeile? Verbesserter Langstreckenpfeil. Herr damit. Wo ist er? Ich höre ich doch. Natürlich sind die direkt im Wald. Komm mal schön auf die offene Fläche. Oh, warte. Wir sind im Angriff. Hä? Ah, da. Ah, Gott. Ich habe echt das Bogenschießen verlernt. Ah. Treffer. Aber man kriegt auch sehr wenig Bogenskill, muss ich sagen. Ah, Mann. Ey, das steht vor dir. Einen Meter. Das war jetzt... Also, alle Treffer davor kann ich ja verstehen. Aber den... Das ist peinlich. Oder man macht es so. Oder man macht es so. Der hat mir schon besser gefallen, der Schuss. Lieber Hund, könntest du aufhören? Könntest du bitte aufhören? Könntest du bitte aufhören? Ich will dich nicht angreifen. Könntest du aufhören? Geh einfach weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Hund, geh weg. Geh einfach... Ach, Mann. Hau doch ab. Ging der Schuss gerade in den Hintern? Ja. Mann. Blöder Hund. Wirklich. Also wirklich. Blöder Hund. Wirf ihn doch was zu essen hin. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Leider. Leider, leider, leider. Das wäre eigentlich cool, wenn die das einbauen würden. Aber auch wieder doof, weil eigentlich müssen sie aufs Herrchen hören. Das wäre gleichzeitig cool und doof. Was habt ihr für ein Schwert hier? Ungarischer Säbel. Wie viel kann mein Pferd noch tragen? Nicht mehr viel. Das heißt, so viel kann ich gar nicht mehr looten. Gut, dann müsste ich halt einfach ein bisschen Schrott weggeben. Das Unwertvolle. Genau, mein Pferd kann jetzt nicht mehr mehr tragen. Ich kann nur noch 30 tragen. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Das Gute ist, dass ich danach wieder nach Thallenberg kann. Wo seid ihr? Ich muss den Anführer ja noch töten. Das ist der Anführer. Oh, der hat eine Brigante an. Das war eine ziemlich geile. Und kann riposte, war klar. Aber kann auch aufs Maul kriegen. Ja, ja, genau. Ach, wo bist du denn? Wo kommen die denn auf einmal her? Wo die mal auf einmal herkommen? Konzentration. Konzentration. Treffen. Jawohl. Jawohl. Na. Ach, komm, genau. Komm. So. Einmal mitnehmen. Na ja, erstmal zum Anführer gehen. Die wichtig, schwierige, besseren Sachen. Nicht, dass hier irgendwo, dass ich den... Na toll. Dankeschön, Athen. Lief gut, oder? Würde ich auch sagen. Wo hab ich den Anführer gekillt? Ist das der Anführer? Nein, das ist das hier. Hier bin ich ran. Wo hab ich denn den Anführer gekillt? Zum Pferd. Ja, ja. Danke. Na, wie immer. Einmal hab ich ja gerade schön auf die Fresse bekommen. Im Gebüsch. Hier. Wird das wieder so ne... Ne, nicht zu schwer. Da ist auch nichts drin. Ich bin grad blöd, ne? Linke Seite vom Pferd sollte es sein, ne? Das ist die linke Seite vom Pferd. Ah! Da versteckt sich aber auch wirklich gut. Maske eines Command-Anführers. Oh, eines... Ach, ein Abrigant. Hast du noch schönes Teures dabei? Schöne silberne... Oh, ja. Aha. Ja. Aha. Jetzt bin ich zu schwer. Gucken, was der noch anderes Teures hat. Mh... Mh... Rüstung, was am wenigsten wert. Ja. Äh... Fallen lassen. Fallen lassen. Wiegt nix, also in die Satteltasche damit. Wiegt viel... Äh, das machen wir weg. Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Ja. 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 Okay, jetzt kann ich nichts mehr tragen. 15 kann ich noch. 15 kann ich noch. Was hatten wir hier? Ein komanisches Hild, komanischer Säbel. Äh... Berichte Robert. Wie gesagt, da war nix drin. Ansonsten hatten wir nix weiter. Ich guck nochmal bei... Wo ist mein Pferdchen jetzt schon wieder hin? Da. Und mal sehen, ob der hatte noch irgendein cooles Schild. Mal sehen, ob das gut war. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Da freu ich mich drauf. Und dir noch viel Erfolg beim Spiel. Bin schon gespannt zu hören, wie es bei dir weiterläuft. Ich hoffe, deine Wachdienst war, äh... Mit der Nachtigall lief gut. Wo ist denn das Schild von dem? Lag das hier nicht noch irgendwo? Ah, da. Komanisches... Ach, das ist ein komanisches Metallschild. Das ist nicht gut. So. Ich frage jetzt, ob wir jetzt erstmal nach, äh... Teilenberg oder erstmal nach Ratai reiten. Ich glaube, da wir sowieso nach Teilenberg wollen, gehen wir erstmal nach Ratai, verkaufen viel und, äh... Ja, macht Sinn. Und dann machen wir uns genügend Geld für Pribislawitz. Lagolina, einen wunderschönen guten Abend. Ah, aber ich glaube, wir kommen an, dann haben wir auf jeden Fall Tod am Wegesrand. Auch nicht schon wieder. Nicht schon wieder irgendein... Irgendein, ein, 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 äh... 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 Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Äh... Ähm... Äh... Du heißt Rüpel? Du hast die Leiche geplündert. Du hast mitten auf der Straße die Leiche geplündert. Na und? Eine Leiche braucht keine Habseligkeiten. Er hat null, gibst du? Oder ich mach's noch. Was wäre besser für dich, wenn du gestehst? Also gut, ich war's. Ich wollte ihn nicht töten, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Er stolzierte mit seinem Geld herum und ich kann mir kaum was zu essen leisten. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Äh... Also, bei Wildern sag ich ja... Ne? Aber... Nein, ich bin nicht bestechlich. Alles Gute. Jesus! Na, guck mal, ich bin sogar gnadenvoll. Bei Wildern mach ich das selber, richtig. Also. Oh, schönen Morgenstern hat er noch. Den nehm ich mit. So, mal sehen, wie viel Geld er hier hatte, mit dem er rumstolziert ist. Das wäre Clown. Das wäre alles Clown. Hm. Ne, kein Bock auf Schress. Hab ich 15 Groschen? Also, äh... Der stolziert mit seinem Geld herum. Er hat kein Geld. Und alles, was er in seiner Tasche war, waren 15 Groschen. Er stolziert mit seinen 15 Groschen rum. Wenn das die Aussage ist, finde ich ein bisschen wenig. Ein Mörder richtet einen Mörder wegen eines Mordes. Ja. Aber ich, ich hab ja... Ich bin, ich bin Heinrich Bond. Mit der Lizenz zum Töten. Ist beim Geld überhaupt jemals gestohlen Zeichen? Gibt es Geld mit gestohlen Zeichen? Hat jemand eine Rüstung geklaut? Ja. Kleider machen Leute. Ja, das soll Kleider werden in Ordnung. Nein, ne? Steht hier. Dankeschön. Ja, wenn er muss man schon so ein bisschen... Wenn man schon mal spielt, ab und zu... Oh, wie sind... Was haben wir denn hier für ein schönes Gebäude? Äh. Waffe weg. Hallo? Wohnt hier jemand? Ich bin der, äh... Bremislawitzer Vogt. Ich check mal, äh... Kurz die Lage. Ich muss checken, ob auch alles hier, äh... Offiziell richtig gelagert ist. Ich mach mal kurz einen Lagercheck. Äh, halt, halt, ne? Hier, Ladungssicherung. Ob auch alles richtig verstaut wurde. Ne? Das ist ja Ladungssicherung. Gucken wir uns das mal an. Ja, ist alles richtig gelagert. Ja. Sehr gut. Das war offiziell, wie man es machen soll. Ich guck mal auch drin, ob alles richtig sicher gelagert ist. Ja, das muss ich einmal checken. Mitten am Tag abzuschließen. Das ist verdächtig. Ist natürlich schon verdächtig. Mitten am Tag abzuschließen. Würde ich nicht machen. Guten Tag. Schönen guten Tag, ja. Ich wollte einmal checken, ob alles richtig gelagert ist bei Ihnen. Würden Sie mich einmal reinlassen, bitte? Können Sie mich einmal... Ich habe gerade eine Damenstimme gehört. Haben Sie diese Dame entführt? Was soll das werden? Ja, ich bin der Vogt, der Prämis-Lawitzer Vogt. Ich check mal alles ab. Sehr auffällig, wie Sie hier mich nicht durchlassen. Sehr auffällig. Ja. Sind Sie gekippt oder sind Sie glücklich? Schien glücklich. Alles klar, alles abgecheckt. Ihre Truhe ist sehr gut... Haben Sie sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sehr gut, die Truhe... Ist das hier privat? Was willst du? Du hast hier nichts zu suchen. Ich will wissen, was ihr hier macht. Ich will mit euch reden. Das finde ich schade. Ich würde jetzt gerne ein Gespräch mit denen führen. So, das ist so ein bisschen schade, weil das ist so... Oh, es ist was. Und okay, äh... Hau einfach nur ab. Ich könnte dem was wegnehmen. Ich bin immer noch Heinrich aus Karlitz. Wie stelle ich mich denn jetzt vor? Doch, ich bin Heinrich aus Karlitz. Ich bin jetzt ein bisschen wie die Mutter der Drachen, oder? Ich bin Heinrich aus Karlitz. Aus dem Gefolge von Razzipkobilla. Mehrfacher Turniersäger des Rataia-Turniers. Vogt aus Przewislawitz. Schlechter Przewislawitzer, äh... Äh, 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 äh... Banditen. Und, äh, Befreier der Ketten. Ne, das war was anderes. Habe ich irgendjemanden befreit? Ne, ich habe nur jemanden in den Knast gesteckt. Anleger der Ketten. So, einmal kurz die Karte komplett freischalten. Auch hier. Boah, mein Nacken. Boah, ich werde morgen so einen Nacken haben. Glaubt ihr gar nicht. Aber ich meine mal, nein, das ist es... Wie habe ich den ganzen Rüstungs-Stream überlebt? Nenn dich Drachentöter, dann wird es glaubwürdiger. Naja. Habe ich dir eine Frau umgebracht? Lass dich... Lass dich gleich mit deiner Frau durchmarschen. Nein. Damals warst du noch jünger. Ja, da war ich noch knackige 30. Jetzt mit 33. Was darf ich noch? Kniebeugen. Ja, Angel, bitte. Das habe ich eine Woche lang bereut. Ich würde sie ja jetzt auch machen können. Nur dann kann ich eine Woche lang keine Treppen mehr gehen. War klasse. Wer hätte... Würde ich machen... Jetzt hängt aber eine Tochter dran, die ich dann morgen nicht hochheben kann oder nicht mit ihr rumlaufen kann. Von daher mache ich das nicht. Wenn müsste ich das trainieren? Du befreist doch laufend die Leute vom irdischen Sein und Körper. Siehst du, Brimbeere sagt es. Was habe ich denn gewettet? Ist die Vorhersage noch nicht aufgelöst? Ey, Twitch, könnt ihr... Kannst du es mal sein, dass bei mir stand Brimbeere jetzt wieder mit einer Eins da? Das ist so dämlich. Sorry. Feind? Feind? Feind in Rattai? Feind in Rattai? Wer? Die stellt mich. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts gemacht. Wie wir ja auch eindeutig sehen. Ja, ne? Da war ein Feind. Ich glaube, der Feind hat gesehen, mit wem er sich anlegt und hat es wieder sein lassen. War eine kluge Idee. War eine kluge Idee von dir. Wer auch immer der Feind war, der mich da gerade angreift. Wann? Es war verboten, nicht mit einer Fackel rumzurennen, Jabbit. Du musst die Fackel nehmen, weil eine Fackel... Es ist verboten, nicht eine Fackel zu nutzen. Also genau andersrum. Eventuell war es eine Wache wegen keiner... Ja, das kann natürlich sein, ne? Gidon, einen wunderschönen guten Tag. Sag mal kurz... Oh Gott, siehst du Kacke aus Waffe. Eieieieieiei. Was ist denn mit dir los? Die muss ich ja mal schleifen. Okay, ich habe damit ziemlich viele Kumane getötet. So sieht die aber auch aus. Das heißt nicht, wurde mit einer Eins angezeigt. Das hier. Du hast das Zeichen, dass du vor der Vorhersage Ja gesagt hast. Bei mir zumindest noch. Klasse, ne? In meinem anderen Chat auch. Ich liebe es, dass das einwandfrei alles funktioniert. Muss ich sagen. Also das ist echt... Bei mir auch. Bei wem hat Brim wäre eine Eins? Eins. Bei wem hat Brim wäre keine Eins? Zwei. Eins, eins, eins. Eins, 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 eins. Bei Sasa nicht. Bei den meisten schon. Ey, das ist... Ne, mein lohnt sich. Schleifen immer. Ihr macht eure Waffen damit deutlich teurer zum Verkauf. Also bevor ihr Waffen verkauft, immer einmal schleifen gehen. Ihr habt ja gesehen, die war gerade 700 wert, jetzt ist sie über 800 wert. Toll. Weil nach der Nachricht gerade habe ich bei mir auch eine angezeigt. Ich sage, das ist... Noch sehr merkwürdig, wie diese Funktion da... Wart es da macht? Wofür war das Ahu? Was ist passiert? Weil ich so gut geschliffen habe? Zalia, einen wunderschönen guten Abend. Mehrwert. Achso. Ist mehrwert! Ritter Jagdschwert. Hör damit. So, wenn wir schon mal einmal rangehen. Und ihr kriegt auch euren Reparieren-Wert hoch. Und wenn ihr dann zum Beispiel beim Reparieren einen bestimmten Wert habt, kriegt es alles sein, dass eure Waffen dann mehr... Selbstgeschliffene Waffen mehr Schaden machen. Endlich Feierabend. Ah, neuer Spezialisierungspunkt. Genau das, was ich sehen wollte. Fertigkeiten. Reparieren 2. Da wollte ich nämlich Feinschliff. Eine Waffe, die du selbstgeschliffen hast, bei der Rüstung und Ausrüstung deines Gegners 15% mehr Schaden. Boom. Scharfe Klinge. Wenn du die Klinge selbstgeschliffen hast, die Chance eine Blutung zu verursachen, 15% höher. Boom. So, dann muss ich ganz kurz noch einmal äh... meine... mein Schwert kurz schleifen, damit es als selbstgeschliffen nochmal gilt. Ach guck mal, hier waren sogar noch ein bisschen Kanten. Ein paar Katschen waren drin. So, das ist noch 1200 auf 99%. Perfekt. Dann noch zwei ungarische Säbel und die kumanischen Äxte. Die exakt genau auf den gleichen Wert natürlich, äh... runtergeschlagen wurden von den Kumanen. Nicht geskriptet, dass sie 59 Haltbarkeit haben, wenn ich sie kriege. Ich will mal alles reparieren. Das bringt doch nichts. Dann bezahlst du doch mehr. Hä? Dann verdienst du doch kein Geld mit, Jabbit. Du bezahlst mehr fürs Reparieren als der... oder bezahlst du weniger fürs Reparieren als der Zuwachs. Kann auch sein, dass man weniger zahlt. Sag mal, du musst doch schwitzen. Ich schwitze nicht viel. Es ist anstrengend, Salia. Ja, sehr. Mein Nacken, aber ich schwitze nicht. Ich bin ein Mensch, der wirklich wenig schwitzt. Wo ich die Komplettrüstung an habe und Kniebeugen gemacht habe, da habe ich geschwitzt, aber beim Sitzen, ich schwitze wirklich wenig. Äh, auch die Äxte hier. Ja, paar Hundert, paar Hundert, die ich mir damit jetzt noch erarbeite. Und es macht Spaß zu schleifen, muss man sagen. Ich finde, das ist echt entspannend. Das ist wie für andere, die die Angeln in Spielen lieben, lieb ich es selber, meine Äxte hier oder meine Waffen zu schleifen. Das ist irgendwie so sehr befriedigend. Ah, das war ein Cut. Ach, das geht bis dahinten, die Cut. Irgendwie, die schleift sich aber irgendwie nicht schön. So, äh, einmal hin. Sag mal, Jana, warum kommst du nicht in mein... Ich will schlafen. Okay, dann frage ich halt nicht, ob du, äh, in mein Lager, in mein, 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 äh, Priebus Lavitz kommst. Aber den Rüstungsstream, muss ich auch sagen, hab ich, glaube ich, irgendwann auch, äh, noch am Ende in, 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 in Gambison, äh. Dass ich das auch nicht abschließe, ne? Keiner klaut mir was. Muss man auch sagen. Ichi, einen wunderschönen guten Abend. Äh. Immer dieser Nachbar, der um ein Uhr nachts seine Waffe schleifen muss. Schrecklich. 23 Uhr, Team Minator, ja? 23 Uhr. Ein Uhr nachts. Da würde, da hätte ich was gesagt. Aber 23 Uhr, ich hab halt Nachtschicht. Weißt du, immer die, die Leute, die um 23 Uhr schon kommen. Es ist nach 22 Uhr. So. Wäsche läuft. Wagemutiger Schelm? Du hast eine, was? Wagemutiger Schelm? Was hab ich getan? Was, was hab ich gemacht? Du hast ein Verbrechen begangen und bist noch in der Nähe des Tatorts. Wodurch du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke und Vitalität erhältst. Was für ein Verbrechen hab ich hier gemacht? Was werde ich beschuldigt? Wer ist da? Ich? Ich werde eines Verbrechen beschuldigt. Ich weiß nicht was. Es war nach 10, sag ich doch, liebe Wache. Kann ich mich auszahlen? Hi. Wer ist da? Hi. Hä? Die Wache will nichts von mir. Ja. Ergib dich. Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Was hab ich denn getan? Keinem ist es gestattet, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Licht herumzuschleichen. Dafür wirst du bösen. Das wird teuer. Verflucht. Hier hast du das Geld. Na komm. Also mal ganz ehrlich. Ich kann nichts dafür, dass der Auto Heinrich keine Fackel nimmt. Also man sollte wahrscheinlich die Fackel ausrüsten, wenn man schnell Reise macht. Was ein Depp, ey. Also das ist mir noch nie passiert. Muss ich sagen, ich wurde bisher noch nie bestraft dafür. Ich wurde bisher noch nie damit bestraft. Das ist geil, Brimbeere. Genauso soll es sein. Ich finde das richtig. Waschen? Na. Ich mache jetzt gerade... Oh, da hat wieder 2.900. So viel habe ich nicht. Kumanisch. So hat das doch nicht viel, ne? Gewöhnlicher Säbel. Axt. Morgenstern. Ritter Jagdschwert. Ungarische Säbel. 1, 2. Annehmen. Annehmen. Welche davon ist denn besser? 57, 54. Dann behalte ich furchtlos und kann standhaft verkaufen. Und Warenkorb prüfen. 600. Ach komm, dafür handele ich nicht. So. Und jetzt mal die ganzen Rüstungen packen. Komm, pack mal die Fackel weg. frisch aus dem Ofen. Ach Gott, der arbeitet jetzt ja noch gar nicht. So eine faule Socke. Wahrscheinlich fängt der erst um 9 an. Ah. Ah. Ah da. Der macht das ja gar nicht selber. Der ist ja nur der Händler oder was? Ah ne, äh, warte mal kurz. Ich muss kurz noch mal zu meinem Pferd. Ja, ja, ich muss kurz mein Laster noch holen. Mein Laster muss hier noch mal kurz, äh, alles abliefern. So. Äh. Komm, alles einfach. Einfach alles. Passt schon. So. So, wie viel kriege ich raus? 4.000, 5.000? Was denken wir? Wer nicht feilt, bleibt arm. Hab ich den Falschen? Aber ich hab Charisma 11. Und ich bin sauber. Äh, nicht ausgerüstet. Ach, na, Panzerhandschuhe. Hm. Die sind sogar besser, als was ich habe. Zieh ich die Achna wieder an. Sehr schön. Alles klar. Äh, hab. Hm, in den Warenkopf. In den. Nein. Ach, Mann. Ach, na, äh. Ach, war das Kaufen? Ach, das war. Ach, das war Kaufen. Okay, verkaufen wollte ich. Sorry, war, 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 war mein, mein, mein Fehler in meinem Kopf. Könnte ich mir aber kaufen. Aber erst mal will ich Sachen verkaufen. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja gute Ausrüstung. Äh. 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 Es geht so, ne? 5000 war, glaube ich, keine schlechte Schätzung. Die silbernen Sporen könnten es natürlich noch rausholen. Äh. Da hat was gefehlt. Na, 7000 noch so. Das geht doch. Dankeschön, Sasa. Da hat was gefehlt. 33 Monate, bei meinem 33. Lebensjahr. Das ist mein 34. Lebensjahr, wenn ich 33 Jahre alt bin. So, gib mir mal 8000,650. Geh noch ein bisschen runter. Ich merke, ich will meine anderen Kopfhörer wieder, um das richtig zu genießen können, den Sound. Ich müsste die ganze Zeit so machen, um einen coolen Sound zu haben. Ist das genug? Komm, nochmal 8000,650. Darauf würde ich fast einschlagen. Wirklich? Und wenn ich es nochmal vorschlage, wie sieht es dann aus? Endlich eine vernünftige Summe. Einmal nur dreimal die gleiche Summe nennen ist, dann ist sie endlich vernünftig. Dann hat er selber verstanden, dass ich von Anfang an richtig gehandelt habe. Ah. Oh, warte mal. So ist angenehmer. Ah. Die Ketten haben mich an meinen Rücken runtergezogen. Oh, ist trotzdem unangenehm. Äh. Schließen. Auf jeden Fall muss man auch einfach, glaube ich, ja. Klamotten anhaben muss auch trainiert sein. Ich könnte ja wieder Kanalpunkte machen, aber da habe ich gesagt, das ist doof, dass ich meinen Sound gerne hätte. Warte mal, bin ich jetzt komplett leer? Um Gewicht ja 122. Weshalb habe ich noch so vieles mit? Was so viel wiegt? Ich habe noch meine komplette Rüstung verkauft. Was wiegt noch viel? Nahrung. Ich habe immer noch das ganze Fleisch, oder? Nö, das Rehfleisch habe ich ja auch nicht gefunden. Was wiegt so viel? Ach, eine Brigantenbeinlinge. Wieso habe ich die nicht verkauft? Oder habe ich die gekauft? Ach, die habe ich gekauft. Nee. Ja, aber da habe ich ein Drittel weg. Ein Drittel des Gewichts meiner Rüstung ist weg. Onigam. Ein Drittel meiner Sachen sind ja weg. 113. Ja, da habe ich noch ein bisschen verloren. Sorry. Ich muss zurück. Ab. Die Masse macht es, aber von was? Das wiegt alles nichts. Nahrung, ne? Geringe Blumen, Schirmling, Steinpilz. Ja, ist hier schon einiges, was hier an Masse hat. Dreimal Hirschfleisch vielleicht schon. Auch wieder 1,8. Dietriche. Auch wieder 3. Ja, ist alles so ein bisschen. Mein Silberkelch, die Schaufel natürlich, die ich mit habe. Oh, warte mal. Das habe ich ganz vergessen. Sonst meckern die Leute wieder. Gebe wohl. Was habe ich gerade bezahlt? Wenn du schon so reinguckst, dass du nicht mal mehr nach der Hände guckst. Okay, komanische Bögen. Was du bezahlst. Muss ich mich schon ein bisschen schlecht verinnern. Obwohl, die komanischen Bögen, die könnte ich auch bei mir verkaufen. Ich glaube, das mache ich. Pferdchen. Was machst du denn da in dem... Was machst du in dem Ding drin? Komm mal wieder mit. Müssen wir jetzt mal wieder... Ab nach Thallenberg. Zack. Obwohl, eigentlich als ich ein U-Schütze war, wollte ich dann noch zu dem Getreidehändler. Aber ich kriege jetzt da noch ungefähr 400 Groschen. Das Gute ist, es kann sein, dass ich direkt zwei Lager hintereinander gelöse. Ich hätte auch noch beim Schneider. Aber so kaputt ist es nicht. Ich werde eh wieder kämpfen. Hinterhalt. Du bist in der Hinterhalt. Gerade eine unbekannte bewaffene Wänder greifen dich an. Anhalten. Wo seid ihr? Ui, die haben wir mal. Wie viele? Wie viele? Dankeschön, da läuft wieder Geld. Na. Kommt, kommt. Zack. Wie viele? Ach Mann, es ist so irritierend, dass ich links und rechts vertausche. Zack, Headshot. Na, endlich. Next one. Oh, langsam komme ich zum Bogenschießen. Läuft doch. So. Läuft doch. So gefällt mir das Ganze schon besser hier. So gefällt mir das Ganze schon besser, wenn man dann endlich mal wieder was... Da hat man einmal wieder mal ein bisschen geübt. Da merkt man, Bogenschießen ist auch einfach eine Übungssache. Dann weiß man auch langsam wieder, wo man hinziehen muss. Super. Jetzt liegt... Ach, guck mal. Oh, sehr schön. Die sind sogar was wert. Die sind sogar was wert. Kommt, kommen die Handschuhchen auch noch. Was haben wir hier? Standhaftigkeit. Das ist ein richtig gutes Schwert. Das ist ein richtig gutes Schwert. Klassisches Schwert. Wo hast du das denn her gehabt? Wo ist denn dein Kollege? Oder ist das dein Kollege? Ne. Dem habe ich doch ziemlich in der Nähe umgebracht, oder nicht? Oh, pack die Waffe weg. Waren die nicht quasi nebeneinander? Ich finde ja immer nur den gleichen. Bin ich blind? Oder können die mir ungefähr... Ah, da. Guck mal. Bin ich. Oh, der hat geile Kompositbeinlinge an. Dachte ich. Ach, Brigantenbeinlinge sind nicht so geil. Gepolsterte Bunthaube. Groschen. Oh ja. So ein bisschen was, ne? Komm, Pferdchen. Weiter geht's. Weil das Gute ist, das kann ich jetzt dann auch in Präbislavis beim Händler verkaufen. Ab. Ab zu Robert. Robert! Ich hab wieder was mitgebracht. Lecker, lecker ist. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich mich auch wieder mehr um die Hautquest kümmern. Bei Präbislavis, ja. Ich glaube, da wirst du aber ziemlich viel damit zu tun haben. Ich glaube, um Präbislavis auszubauen, gehst du die ganze Zeit auf Plündererjagd. Um die Kohle zusammenzukriegen. Ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben. Ja, hab ich. Ja. So gefällt mir das. Ein paar Köhler aus dem Lager im Süden waren hier. Wie es scheint, haben... Gut. Ich sehe mich dort um. Habe ich das noch nicht? Ist erledigt. Oh yes. Perfekt. So gefällt mir das. Wie es scheint, können wir endlich durchatmen. Ach, guck mal an. Das eine Lager, was ich gefunden habe, war auch das finale Lager. Deswegen war das so stark. Vielen Dank, Hauptmann. Das war das stärkste Lager. Das war das Finale. Aber es will eine Schande, dein Talent nicht zu nutzen. Ach, in Sasau. In Sasau sollen die Straßen noch unsicher sein. In Sasau gibt es noch mehr. Und in Skarlitz ebenso. Und in Skarlitz. Aber sollen dort ihr Unwesen treiben. Ich kümmere mich gerne darum. Ach, warte mal. Oh, jetzt höre ich wieder... Oh, jetzt klingt das Sound wieder vernünftig. Oh ja, bitte so bleiben. Er ist der Kustus des Klosters und für die Sicherheit der Region verantwortlich. Er wird wissen... Verstanden, Hauptmann. So, aber vielleicht möchte ich dir noch vor noch ein paar Ohren geben. Ich habe Trophäen. Wie viele? Ich glaube, 10 oder 12 müssten es mindestens sein. 13! Sehr schön. 455 Groschen nochmal. Na, herrlich. Wie viel Geld habe ich wieder? 13.000. Na gut. Ich muss aber auch ein bisschen wieder, wie gesagt, mal abgeben. Weil ich glaube, wir sind ja auch schon mehrere Tage unterwegs. Du brauchst Geld wie Heubis, dass es das selbst unterhält. Ja, das merke ich nämlich. 50, glaube ich, ist die einzige Einnahme, die wir haben. Auf dem Weg können hoffentlich noch ein paar Banditen sein. Das wäre mal schön. So ein paar Banditen, die da vielleicht noch unterwegs sind. Mhm. Lecker, lecker. So. Äh. Gott. Aber hier, guck mal, hier ist mein Händler schon. Dann kann ich jetzt vielleicht... Ah, nee, ich hätte jetzt Getreide noch aushandeln müssen. Dann hätte ich noch die Schenke bauen können. Und die Schenke dringend nehme ich richtig Geld. Da muss ich aber erstmal ein Getreide-Deal machen. Da brauche ich erstmal ein Getreide-Deal. Hi. Herr Ritter, ich bin dein Vogt. Gott sei mit. 840 hat er schon, der gute Mann. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, mal sehen wir, dass ich dir alles verkaufen kann. Eigentlich besser, wenn ich ihm alles verkaufe. Der kauft auch alles. Geil. Oh, warte mal. Falschen, ich geb den Geld. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Ja. Hier. Danke. Rufe verbessern. Das ist nämlich sinnvoll. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ach, hier sind meine 44 Rehfleisch. Guck mal an. Hatte ich doch schon abgeglich. Ich wusste doch, dass ich sie schon hatte. Äh. Komm, ich brauche kein vergammeltes Hirschfleisch. Ich brauche kein vergammeltes Rehfleisch. Liegt nur viel zu viel. Äh. Was bringt das? 50% verringerter Schaden. Wie krass ist das denn? Waffen. Komm, mancher Bogen, komm, mancher Bogen, komm, mancher Bogen, komm, mancher Bogen. Ja, komm. Verkauf dir, dann hast du mehr Geld. Gut so. Hm. Ach, es gibt nur Dorfbewohner. Ich dachte, es wäre Händler und alles unterschied. Jetzt mögen die mich mehr. Ist doch ganz nett. Hi. Gargama. Äh, U-Schütze, ne? U-Schütze, U-Schütze. Äh, M? Ein U-Schütze müsste ich... Oder wir gucken, wo man alles Dingsbums herkriegt. Vorräte. Äh, Getreide aus U-Schütze, Sasa oder Samo-Pesch. Samo-Pesch. Äh, ne, am besten stehe ich eigentlich mit U-Schütze da. Geh mal nach U-Schütze. Äh, mache ich, wenn ich zurückkomme. Mache ich, wenn ich zurückkomme. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt in U-Schütze aushandeln muss. Und spreche da mit dem Marius darüber, weil ich dann die Schenke bauen will. Aber dafür brauche ich erstmal Getreide. Oder? Oder war das Honig? Nee, mit Honig könnte ich was anderes machen. Das war die Getreide. Dann kann ich auch die Bäcker raus... Oder, oder was war's? War's nicht Getreide für die Schenke? Ich hoffe, ja. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Äh, ich möchte Getreide für Privislawitz kaufen. Wozu brauchst du es denn? Ich leite den Wiederaufbau des Dorfes Privislawitz. Hm. Ich hab einen Teil des Getreides. Ich brauche Futter für mindestens... Und Weizen für den Bäcker. Er muss für das... Das ist ganz schön viel. Oh, ein Bäcker. Er wird nicht billig. Obwohl es für einen Diff... Ja. Wenn er die Verteilung nicht persönlich... Und dafür musst du... Hast du jemanden für den Transport? Ich hab einen Händler für den Transport. In Ordnung. Hier mein Angebot. Einmal 160 oder jeden Tag 160? Ist das jetzt... Das kann doch nicht einmalig 160 sein. Kann doch nicht sein, dass ich einmalig 160 dafür zahle. Müsste aber... Ah, na gut. Dann viel Glück. Weggegeben, 160. Also wenn das so ist, dann wird es ziemlich günstig. Gucken wir mal im Hauptbuch nach. Gucken wir mal im Hauptbuch nach. Ansonsten wissen wir doch... Jacke, die Hose. 160. Für komplett so viel Getreide, wie ich brauche, um was aufzubauen. Hindernis. Ah! Geld. Ein Schnäpschen, bitte. Danke. Guten Abend, Salazar. Da sind sie. Hahaha. Mehr hast du nicht drauf. Ich hab dir gerade einen Pfeil reingejagt. Oh, geile Rüstungen. Oh, richtig wertvolle Rüstungen. Richtig wertvoll. Habe ich ihn erledigt? Oh, ich dachte, ich hätte ihn nicht erledigt, aber ich habe ihn erledigt. Ist da noch ein Bogenschütze? Einen Bogenschütze habe ich erledigt. Den würde ich nicht verpassen. Das nennst du kämpfen? Nein. Ey, die haben ziemliche Ausdauer. Och, Mann. Du wirst leiden. Trau dich doch. Boah, eine ziemlich geile Brigante. Komm her, du. Nein. Ah, nächstes haben sie mich. Ach, fuck. Fuck. Nein, 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 nein. Och, nein. Oh, je. Hat das wehgetan? Was ist los? Du? Und du bist geschüttet. Jebberd. Komm her, du Weichei. Ich schlacht. Jawohl. Das wird eine Freude. Nein. Nein. Nimm das. Trau dir. Nein, 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 nein. Ach Gott, ey. Naja, ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Ich hatte es ja im Pipi hier. Wer liegt denn da mitten im Wald? Ich weiß nichts, ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Ich hab nichts gesehen. Schickles, einen wunderschönen guten Tag. Wie ist euer Internet? Wir haben Internet. Sehr schön. Endlich. Mehr hast du nicht drauf? Boah, es ist so irritierend. Ich höre sie halt immer von der falschen Seite. Ich höre die ganze Zeit rechts, wenn ich nach links reite, die Gegner. Wenn ich die Kopfhörer immer noch falsch drin habe. Aber es steht halt leider eine Kopfhörer. Du wirst gleich. So, das war dann mal ein Treffer. Das wird eine Freude. Ja, ja, es wird eine Freude. Komm, geh mal hier hin. Was ist los? Mehr hast du nicht drauf? Doch, hab ich. Die haben schon eine Geduld. Also, ich würde ja nicht eigentlich so hinterherlaufen. Ein Arm ist... Hast weiche Knie bekommen, was? Ja, hab ich. Bin ja schon einmal gestorben. Das war doch eindeutig ein Schuss ins Knie. Weichei, sagen die. Und kämpfen zu drei gegen einen. Weißt du, wenn die sagen, Weichei würden, wenn die mindestens nicht alleine wären. Wenn die mindestens 1-1 fairen Kampf machen würden. Tun die aber nicht. Das nennst du kämpfen? Nein, das nenne ich gewinnen. Hast weiche Knie bekommen, was? Oh, warte mal kurz. Ach, der greift mich. Was ist los? Wo ist denn der dritte? Ach, der ist erblutet. Haha. Na komm. Hast du gerade mein Pferd angegriffen? Hast du gerade mein Pferd angegriffen? Das nennst du kämpfen? Jawohl. Nenn ich. Guck. Und dann von oben einmal. Ops. Nein. Oh Gott, der ist ja gut. Gute Reposte. Ey, wie hat er die denn gesehen? Alter. Oh, der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Mit seinem scheiß Knüppel. Ey, das ist der stärkste, den ich bisher hatte als Gegner. Richtig gut. Richtig gut. Nebenbei kriege ich einen Bonus. Warum bin ich stärker? Wenn ich in Unterzahl bin, kriege ich einen Perk. Dass ich da einen Bonus auf meine Werte kriege. Weil sich wundert, warum ich immer besser blocke oder mehr Schaden mache, wenn ich gegen eine Gruppe kämpfe als dann alleine. Jetzt aber. Nein, daneben. Ich habe doch eigentlich, müsste doch die Combo gerade gezwiggert worden sein. Na komm mal her. Ich will die Nähe deiner Kollegen, damit ich die nicht verpasse. Ich weiß nicht, wo der... Boah, hat der... Ey, der blockt alles weg. Ja, ich finde echt, ich muss sagen, ich bin begeistert von deinen Fähigkeiten, aber ich hoffe, dass ich am Ende... Ja. Schädelbrecher. Dankeschön. Weg mit dir. Aber... Geld. Geld, 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 Geld. Everybody say Geld, 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 Geld. So, was haben wir? Goldene Sporen. Oh, Mailänder Brigante. Kunst 1000, 1000. Ach du Scheiße. Das ist richtig viel wert. Das war richtig viel Kohle. Also so richtig, richtig. Wo ist nochmal... Einen habe ich sogar auf seinen Schild geschossen. Wo ist denn dein Schwert? Wo ist denn dein Schwert? Mit was hast du gekämpft? Du hast doch so einen geilen Streitkriegshammer gehabt, oder nicht? Du hast mir doch ganz einfach mit so einem Kriegshammer auf den Schädel gegeben. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Vielleicht habe ich ihn schon mitgenommen. Jetzt muss ich aber erstmal seine Kollegen finden. Ah, da. Oh, der hat auch gute Sachen. Oh, yes. 1200. Gefärbte Aachener Brigante. Meist nach... Okay. Als ob die mir gerade noch Geld schenken wollten. Äh, haps. Schau das mal an. Richtig gute Sachen. Richtig gute Sachen. Geil. Äh... In die Satteltasche. Alles damit. Und das sind erst zwei. Und das sind erst zwei. Wo ist denn der dritte? Den dritten meine ich gar nicht so weit von euch erledigt zu haben, oder doch? Davor waren es vier. Der Bogenschütz ist wohl entkommen. Aber der hat auch keine schwierigen Sachen. Den habe ich davor mit einem Schuss weggekriegt. Ja. Äh, haps. Da ist noch eine Aachen. Ach. Ich glaube, das ist der Weg, wie man sein Dorf finanziert. Ich glaube, das ist auch der schnellste Weg. Oder was würdet ihr als einen noch schnelleren Weg sehen, euer Dorf zu finanzieren? Einfach nur immer wieder angegriffen werden von Plünderern und dann diese Werte hier. Dann vielleicht eine Sache machen und dann die Sachen verkaufen. Ich sehe nichts, was schneller funktionieren sollte. Äh, Ringeblumenaufguss. Ess sie mal. Hatte ihr zufällig noch einen? Ja. Du hast die Händler besucht und in den Kisten nach Spenden gesucht. Okay, natürlich. Du kriegst ja jedes Mal, äh, du kriegst ja jedes Mal voll die 1.000... Ja, okay, wenn du den 18.000 dem Händler wegnimmst. Wenn man dem Händler da einfach 18.000 wegnimmt. Aber das Ding ist, dann kann er ja auch nichts mehr verkaufen. Dann verliert er ja auch irgendwann. Dann hat er kein Geld mehr. Dann macht er ja kein Geld, wenn er keine Waren hat. Und ich bin, ich beruhige die Straßen in so einem Kriegsgebiet. Ist eigentlich ganz gut. Ja, aber der muss erst mal das Geld haben in Privislawitz. Das ist ja das Problem, dass er erst mal die Kohle haben muss. Da sind, ob ich noch mal angegriffen werde. Komm, ein Angriff geht noch. Aber ich brauche auch wieder Retterschnaps. Das kann ich mir vielleicht hoffentlich beim Händler kaufen. Bei uns in Privislawitz. Morgen früh. In dem Spiel, im Spiel morgen früh. Heute? Früh? Morgen früh? Mal sehen. Ach. Und dann kann ich, wie gesagt, ich glaube erst mal in der Bäckerei. Und dann müssen wir gucken, wie wir es hier alles brauchen, um eine Schenke bauen zu können. Weil die hätte ich schon am liebsten. An der Bäckerei dürfte auch dann sichere Einnahmen bringen. Und er ernährt quasi ja auch das, Dorf. Aber ich hätte gerne Schmiede um den, äh, und mein Rathaus, aber mein Rathaus hat es Unterhalt kosten. Da habe ich keinen Bock drauf. Sattheit. Hast du hier Kohle? Ja, alles was essen. So. Hast du einen Topf essen? Dankeschön. Äh, Haupthaus. Getreide habe ich. Zusammenfassung, minus 500. Groschen nicht mehr viele. Es kostet einmalig 160. Laufende Kosten. Grundgebäude 5. Ausgebautes Rand, da ist ja nichts. So, was hatten wir? Kirche, nein. Äh, Schmiede nicht gebaut. Brauche nur Kohle. Ich brauche nur eine Kohle und dann habe ich eine Schmiede für 8000. Und die bringt auch 500 Einnahmen. Ich muss nur einmal zu einem Köhler gehen und das besorgen. Ja, hier kriege ich Grundgebäude nur 150 Einnahmen. Da würde ich, glaube ich, eher eine Schmiede bauen. Voraussetzung und danach kann ich Rüstzeug für Waffenschmiede und Rüstzeug für Rüstungsschmiede. Rufeisen für die Stallungen. Grundgebäude 150. Das geht. Trockenschuppen und Honigkuchen. Wie war das mit der Schenke? Ah doch, Getreide aus U-Schnitze minus 160. Kostet mich 160. Ist doch da. Der Händler holt das. Das kostet 160 pro. Schade. Also doch laufende Kosten. Nicht einmalig. Was ja auch logisch ist. Aber 160. Da muss ich auch erstmal mit der Bäckerei Schenke. Schenke braucht Steine, um 500 zu generieren. Okay. Ja, dann ist es sinnvoller, eigentlich den Köhler zu besorgen. Weil wenn ich sage, ich habe 100... Na, ich brauche das Getreide. Dann habe ich das Getreide. Das refinanziert noch nicht mal den Getreide. Okay. Na, komm. Nur noch 1700 Groschen drin. Nämische Knödel nehme ich. Würzhaus geht nicht, da brauche ich erstmal Steine. Da muss ich auch noch drüber handeln. Marius! Ich möchte etwas bauen. Wir dürfen keine Zeit zum Bauen, ist es zu... Wie soll man einen Nagel... Dein Tatendrang in allen... Schlafmütze, ey. Sorry, aber das ist doch mal lächerlich hier. Schlafen und speichern. Komm her. Ah. Ich komme es, die Steine sind ja günstig. Ich gebe dir nur einen Steinbruch. Es gibt zwei, glaube ich, oder? Aber wenn, dann hole ich erstmal Kohle und bauen wir eine Schmiede. Eine Schmiede bringt viel mehr Geld und ich kriege meinen Wetzstein. Und eine Schmiede hat bestimmt ordentlich... Einnahmen. Kann ich nämlich meine Waffen verkaufen. Wo eine Rüstschmiede wahrscheinlich besser wäre für die Einnahmen, weil ich eine Rüstung verkaufen kann. Gucken wir mal. Vielleicht geht auch beides. Ich hole erstmal eine Schmiede. Heißt zu einem Köhler. Und ich gehe zu den Köhlern, denen ich bei Rotschopf geholfen habe. Stein aus Teilenberg. Ich meine nämlich, das ist auch bei Sasa irgendwo Steine. Kohle aus Sasa. Vieh aus Sasa. Ne, das war falsch. Gibt es wahrscheinlich doch nur in Teilenberg. Sind hier nicht die Kröhler? Ja, bei E, ne? Genau. Die hole ich mir nochmal. Und dann baue ich erst die... Aber ich habe nicht so viel. Hat die Schmiede mir Geld eingebracht? Falle. Sag mal, was ist denn hier los? Wo? Jesus. Wer vielleicht nicht so... Warum greifst du mich an? Jesus, ey. Bist du doof? Wo ist er denn hier? Ah. Sag mal, was ist denn mit euch falsch? Guck dir deine Ausrüstung an. Du Idiot. Zumindest habt ihr meinen Bogenskill mal erhöht. Mann. Was soll das hier, ey? Wo ist der andere? Was für Idioten, ey. Ich denke, mit einer Falle kriegen sie so einen Ritter geledigt. Aber da würde ich mich ja nicht mit anlegen. Wo ist er denn jetzt? Bin ich blöd? Da war da noch einer. Wo ist denn der Busch? Ah, da. Haben auch nichts, ey. Okay, die waren arme Schlucker, ey. Arme, dumme Schlucker. Irgendwelchen billigen Äxten. Was sollen die dann auch machen? Vermisst keiner. Gibt es wieder Ohrensuppe? Nee, von denen gibt es keine Ohren. Das sind ja leider wirklich solche, äh, eher... Ah, oh Gott. Da ach, nochmal den von Everest weiter. Oh, jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Es ist mitten am Tag. Wenn ich jetzt schon wieder... Ey, Leute. Was ist denn falsch mit euch? Sag mal, was ist denn hier los auf den Straßen? Kaum befreie ich die Straßen und töte alles, kommt am Meer. Hydra oder wat? Ach, scheiße, jetzt fall ich. Scheiße, jetzt fall ich. Ah, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof. Kommt ihr hier nicht hoch? Die kommen hier nicht hoch. Scheiße. Hätte ich ausnutzen sollen. Das ist einer nach... Erstmal. Nein. Fuck, 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 fuck. Das hätte ich ausnutzen sollen. Gleiche wie gerade. Hieß nur noch einer mit dem Bogen oder so? Wo ist der Kollege mit dem Bogen? Ja. Ah, fuck. Nein. Ah, fuck. Ah, fuck. Ach, Mann. Dreh mich doch nicht immer um. Das ist der Anführer von denen. Fuck, ey. Wenn die von hinten drauf wollen, wenn du den einen halt mit der Attacke umhaust, kommt der Nächste und haut dich halt. Yes. Fuck, 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 fuck. Und die kann leben und von der Blase. Ah. Woran kann man eigentlich Kumanen-Ohren von böhmischen Ohren unterscheiden? Ah, schon wieder, ey. Ich werde langsam so ein bisschen unkonzentriert. Na, vielleicht komme ich jetzt mal ungeschoren davon. Am Ohrenschmalz. Am Ohrenschmalz, ja. Jetzt zählt es ein bisschen sicherer zu sein, wenn es auf der Straße ist. Ne, wir wurden hier überfallen, ne? Kann doch einfach mal umgehen. Du machst Halt! Soll du weiter vor deinen Kumanen siehst, auf der Straße zu erwarten scheint. Der hat dich noch nicht gesehen und du könntest nicht aus dem Weg gehen. Oh, Kumanen. Ist das doof oder nicht doof? Was war das denn für den Hinterhalt? Einer ist sehr angenehmer hinterhalten, muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Das finde ich jetzt sehr angenehm. Ja, die geben ja leider keine Ohren. Das ist wirklich nur, die Ohren gibt es leider wirklich nur, wenn du die Lage aushebst. Ist zwar ein kumanisches Ohr, aber kein richtiges. Hm, war das ein Überfall? Der war ein Hinterhalt. Sollte mich irritieren wahrscheinlich, der Angriff. So, ich hoffe, die machen einen guten Preis, weil ich mit Rotschoff... Das Ding ist, ich müsste wahrscheinlich alle Preise vergleichen, um eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können. Kann ich aber nicht. Also ich treffe keine sinnvolle Entscheidung. Ne, da stand Hinterhalt oben rechts. Uah! Tag, Kollegen! Ja, ja! Eieieiei, ich hab ein halbes Leben weg! Ich bin ja richtig runtergefallen! Ah, da hat er sein Schild. Hat richtig schön clear gemacht. Zumindest getroffen. Das war doch eigentlich ein Treffer. Nein, war es nicht. Strino, fertig. Äh... Ich bin so schlecht... dass er einfach nach hinten geht. Das ist schon deprimierend. Immer diese dämlichen Shishaks. Aber auch keine Ohren. Ich hab langsam keine Ringelblumenaufguss mehr. Einen noch. Das war gerade schon deprimierend von dem einfach ignoriert zu werden. Also beim nächsten Mal bitte nicht ignorieren, ja? Dankeschön. Das ist doch echt unfreundlich, muss ich sagen. Einer war da noch, oder? Sag ich doch. Nein! Stehen bleiben! Dann... Wie auch immer direkt sterben, wenn ich die stelle. Komm, tschüss. So, dann erstmal mal weg. Einmal plündern bitte. Oh, die Kettenhaube ist gut. Der Comanche Bogen in Ordnung. Die 29 Groschen. Dankeschön, Atti. Das ist schön. Auch wenn ich mich morgen auf den Stream wieder freue, wenn ich wieder vernünftige Geräusche auf den Ohren habe. Und das Ganze wieder lauter ist. Und ich nicht immer wieder, ach, wieder so ein schweres Ding. Weil ich merke, wie befriedigend das ist, wenn es richtig schön laut erhut. Wenn dann die Kopfhörer, die so ein bisschen aus den Ohren rausgehen, da braucht man dann doch vielleicht vernünftigere. Aber ich meine, so häufig, denke ich mal, mache ich das nicht. Weil wenn, musst du so richtig Pass-Pass-Forme in-Ears machen. Das wäre schon geil. Ja. So, bin ich richtig? Ja. Wie ich auch noch in deren Lager gefallen bin, weil ich so doof geritten bin. Aber, und ich hoffe, die machen einen guten Preis. Ich habe Rotschopf ja gerettet. Das waren Freunde von Rotschopf. Und ich hoffe, warte mal, sehe ich aus? Äh, blutiges Schwert. Warte mal, ich rüste mal lieber ein anderes Schwert aus. Äh, nicht, dass ich hier blutig... Oh, mein Körpergewand, der ist kaputt. Charisma 9. Ach komm, das ist ein Köhler. Wo ist er denn, mit dem ich das aushandeln kann? Hier war das doch. Ah, der hier. Fortführer der Köhler. Wie geht's? Hey, Heinrich kommt aus Besuch. Ich möchte gerne Kohle kaufen. Sicher, Heinrich. Was immer du brauchst. Es könnte mehr sein, als du denkst. An wie viel Kohle hast du denn gedacht? Fünf Säcke. Fünf Säcke. Und zwar nicht nur einmal. Ist doch gut. Hast du nicht gemerkt, dass der Wind da rum ist? Priebes Lawitz hat eine neue Schmiede. Und ich muss sie mit Kohle versorgen, da ich der Vogt es da aufzeige. Ah, jetzt höre ich wieder vernünftig. Vogt, echt? Sachen gibt's. Sachen gibt's. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist kein Zuckerschlecken, aber danke. Also gut, aber schenken können wir dir so viel leider nicht. Auch wenn du uns mit Rotschopf geholfen hast. Ah? Keine Sorge. Das erwarte ich auch nicht. Wie willst du die Kohle transportieren? Ich habe dafür einen Händler. Er kann dann immer mit einem Karren kommen und sie holen. Ihr müsst sie dann nur aufladen. Warum nicht? Aber einen Händler zu haben ist echt praktisch. Was den Preis betrifft. Äh, 180! Ist ein bisschen teuer. Ich fürchte, da kann ich nichts machen. Williger kriegst du die Kohle nirgends. Kannst du es dir ja über... Habt ihr noch? Haben wir? Wie willst du die Kohle? Ich habe dafür. Warum nicht? Was den Preis... Gut. Sehr schön. Kohle kostet mehr als... Boah. Wucher. Wucher. Und ich glaube wirklich, dass das der günstigste Preis war. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, ich kam auch in U-Schütze. Bestimmt günstig... Kam ich bestimmt günstig an Getreide. 180 pro Sack? Nee. 180 als Komplettversorgung für die Schmiede. Für alles, was die Schmiede so macht. Also in dem Sinne pro Tag. Ist die ja warm? Nö. Es ist nur schwer. Ja. Wieso ist die Temperatur so hochgegangen, weil ich die Heizung komplett ausgemacht habe? Vielleicht bollere ich gut. Du siehst gerade so leidend aus. Es ist schwer. Nicht schwarm. Schwer. Zack. Ja. Mein Nacken sagt... Äh. 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 Genau das sagt mein Nacken. So. Wie war das? Komm. Schmiede einfach bauen. Ich möchte... Wie du wünschst. Äh. Der auf Zentrum. Eine Schmiede. Wir brauchen viel Werkzeug. Das... Nun gut. Bitte folg. Sonst wird das ein... Bevor dir der Kopf hört. Dann zieht doch wenigstens die Kettenhaube aus. Ach, es geht. Gibt es denn die Option später eigene Bauernköhleitzeiter zu bekommen? Nein. Dafür baust du halt... Deine Schmiede produziert halt Geld. Das ist halt Handel. Ne? Das ist halt Handel. Dafür hast du irgendwann Waren, die halt andere brauchen. Kriegst ja hier auch nicht in jeder Stadt alles. Ach. Das halte ich noch aus. Ich brauch nur ein paar Hust bisschen mehr. Die mich motivieren, die Einrüstungstream mal durchzuziehen hier. War der Quest mit der Burgherrin? Ne, bekommst du... Mein Pferd bekommst du einfach bei der Hauptquest folgen. Einfach die, äh... Mit Herrn Hans Carpon. Das ist doch direkt danach. Eigentlich, wenn du den Herrn Hans Carpon mit dem seiner Jagd-Quest hattest. Hast du das Schwert gewechselt? Ach, meins wieder auf meinen... Oh, das kann ich machen, ne? Hier werden wir... Genau hier. Ich bin bereit. Ich überprüfe... Ich überprüfe... Das dürften jetzt, finde ich, glaube ich... Ich hoffe es, Einnahmen sein. Die mein... Die mein Dorf hat. Ich meine, wenn ich das Ding ja schon habe... Äh... Habe ich endlich meinen eigenen Schleifstein? Wo habe ich den? Ja, da hinten. Sehr schön, sehr schön. Äh... Wenn das dein Vater noch erleben könnte, ne? Wenn ich eine eigene Schmiede komplett als Vogt habe, ja... Spalter. Wo habe ich den denn gefunden? Wo habe ich den denn abgenommen? Irgendwie kriege ich den nicht gut geschliffen. Ja, ja. Ich kann ja... Ich habe den Holzfäller gebaut. Ich könnte Kunisch auch mal holen. Wahrscheinlich verdiene ich... Muss ich dann sogar weniger bezahlen, weil Kunisch günstiger arbeitet als die derzeitigen oder so. Ja, ja. Ich habe Kunisch ja schon mit Kunisch geredet. Der meinte aber, muss erst mal ein Holzfällerlager stehen. Ah. Hi. Gott, schütze dich das. So will ich das. Blaue Leder. Ah, guck mal hier. Für mein Pferd. Ein Gesichtsschutz aus Leder. Ah, interessant. Coole Sachen. Messerscharf. Äh... Verkaufen. Oh. Wie viel hat der? 800? Guck mal an. Guck mal an. Bei ihm kann ich sogar, äh, Sachen verkaufen. Auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh... Was ist am meisten wert? Schwert des Herodes. Danach Standhaftigkeit. Furchtlos. Furchtlos ist besser, aber... Deswegen verkaufe ich die Standhaftigkeit. Du hältst 820. Äh... Was hast du noch so im Angebot? Nix, ne? Nein, äh, zurück. Warenkorb prüfen. Fast. Naja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, guter Mann. Du kriegst dein Geld. Äh... Äh... Hier war die... Ne, egal. Na, komm. Äh, die muss ich noch fragen, Seba. Bis dahin bin ich noch gar nicht gekommen. Dass ich denen noch Fragen stelle, ob sie denn Lust haben mitzukommen. Aber mein Händler müsste auch wieder ein bisschen Geld verdient haben. Und dann könnte ich auch bald meine Schenke bauen. Dafür brauche ich, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Kohle. Dü, 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 dü. Klar, ich musste einige Tage warten. In den Tagen schlafe ich nicht und, äh, regeneriere mich nicht. Hi. Warte mal. Äh, habe ich überhaupt noch mehr? 3000 hat der. Ich liebe es. Ich liebe es. Dass die immer mehr verdienen. Es läuft doch dann langsam. So. Hi. Verkaufen. Rüstung, die ich nicht anhabe. Und los geht's. Äh... Passt gar nicht mehr. So, den Rest muss ich mein Pferdchen geben. Dem Rest muss ich meinen Pferdchen erstmal nochmal wieder in die Hand drücken. Aber das heißt, ich habe auch wieder gerade, äh, 5900 Groschen. Was bringt mir ja? Wirtshaus oder Schenke? Ist es nicht beides das Gleiche? Dein Gambi müsste mal repariert werden. Ja. Aber ich habe leider keinen, äh, Schneider hier drin. Was wollte ich gerade nochmal? Ah ja, gucken wir uns, was, wie viel Geld bringt. Ich meine ja auch, dass die Schmiede mir jetzt langsam ein bisschen Geld bringen müsste. Hoffe ich mal. Also, wir haben... Ich weiß nicht, wie viel Groschen. Also, wir haben zur Zeit eine Minus 180 nur noch. Die Schmiede bringt mir 500. Dafür, dass ich dann, äh... Ja, sehr gut. Nur noch Minus 180. Weil die Schmiede, 180 kostet mich die Kohle. Und das heißt, 320 gewinnen mit der Schmiede. Sehr gut. Sehr, 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 sehr cool. Äh, die Schmiede. Rüstzeug für Waffenschmiede. Oder Rüstzeug für Rüstschmiede. Kann ich noch besorgen. Kostet jeweils 1000, glaube ich. Und dann kriege ich 150 mehr. Hat sich also nach 6 Tagen, 7 Tagen rentiert. Aber gucken wir mal. Bäckerei könnte ich halt bauen. Bringt mir 150. Mit dem Trockenschupfen sogar noch was mehr. Rentiert sich auch noch 5, 6 Tagen. Äh... Oh, was? Wachhaus? Nein. Geschäft? Ja, das handelt halt. Die Schenke. Grundgebäude bringt 500. Kostet mich 8000. Brauche aber Stein dafür. Holz für der Lager habe ich. Würzhaus kann ich nicht, ne? Bringt aber Honig für den Bäcker und Honig für die Schenke. Bringt nochmal 100. Ah, das Grundgebäude kostet mich zwar 60, aber dafür kriege ich Honig für die Schenke. Und das bringt wieder 100. Also Bienenstöcke bauen. Wenn ich noch einen Bäcker baue. Ah, sehr gut. Dann baue ich noch einen Bäcker. Und dann baue ich noch Bienenstöcke. Bringt nämlich 150. Dann noch den Trockenschuppen. Honigkuchen. Aha, aha, aha. Sorgt für Backwaren für die Schenke. Und das Geld habe ich dafür sogar schon drin. Das kostet fast gar nichts. Und hier habe ich dann noch mehr Sachen drin. Stimmt ja. 4100 Groschen habe ich da drin. Dann machen wir mal die Schecke. Die Schecke ist Cosplay. Ist kein Cosplay. Ist Gewandung. Grails Knight. Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte was bauen. Verbesserung. Eine Schmiede. Ah. Stimmt, da kann ich dann... Oder hole ich mir... Oder hole ich... Ne, ich hole mir die Plattenrüstung. Ich habe ja einen Schmied. Und ich glaube, Rüstungsschmied ist besser. Ein Rüstschmied kauft mir Sachen ab. Aber ich bin eine Bäckerei. Magst du einen Tipp für die Bäckerei? Nein. Wahrscheinlich kann ich irgendjemand ranholen. Will aber keinen Tipp. Alles klar. Aber es ist ja noch einen schönen Tag. Beide Beine am Bluten. Und nicht nur noch 30% AP. Ja, ich bin auch runtergefallen. Was passiert? Das letzte Mal war ich noch in Prämislawis. Noch mitten im Wald. Ja, Prämislawis ist erobert worden. Dann bin ich als Vogt dann auserkoren. Ne, ich bin auserkoren worden, Prämislawis wieder aufzubauen. Und jetzt langsam reinvestieren wir das Geld, was wir komplett haben, in die Sachen hier. Hier werden wir bauen? Ich liebe Kräutekolle für 16. Einem Kraut anfassen. Zehn Meter alles geerntet. Ja. Ich bin bereit. Ich übe... Alles da? So. So, ein schönes Ding. Money Tycoon Medieval Edition. Und das bringt mir ja wieder auch einigermaßen Einnahmen, die Bäckerei. Und wenn ich jetzt noch aufs baue... Mal, wie viel hat die mich gekostet? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie teuer sie war. Und ob ich noch das Geld habe, sie auszubauen. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Äh, eine Verbesserung. Und zwar einen trocken... Ne, äh... Warte mal, zurück. Äh, Bienenstöcke. Die umliegenden Wälder... Gehen wir zum Bau... Weil das bringt wiederum Einnahmen für alles andere. Du läufst jetzt nicht zurück und dann zu den Bienenstöcken. Oder? Doch, machst du. Er läuft jetzt erstmal wieder zum Grundgerüst und läuft dann zum Holzfäller. Alles klar, Lucky Shot. Du Nummer 2! Warum steht das da auch wieder eine Nummer 2? Wie viel habe ich denn noch drin? Ich habe nicht mehr so viele Groschen. 2000... Oh, warte mal. Der Händler müsste wieder Kohle haben. Der Händler müsste wieder Kohle haben. Sind ja ein paar Tage vergangen. Oh, dann noch schnell verkaufen die Sachen. Der Händler müsste wieder Kohle haben. Wenn ich es richtig sehe, müsste der Händler wieder Kohle haben. Trockenstock für Bäckerei und Schenke dann. Aber da haben wir ja erstmal... Ich meine nämlich, der Händler dürfte jetzt wieder noch mehr Geld haben. Komm mal her. Kann ich aufsitzen? Ja, bin nur ein bisschen überladen. Perfekt. Ist das der Händler? Ja. Ist ein DLC. Nee, ist kein Mod. Das ist ein DLC. From the Ashes. Heißt der DLC. 4.3... 131? Schade. Ich dachte, jetzt hast du mehr Geld. Weil wieder ein paar Tage vergangen sind. Oh. Schade. Mach's gut. Ich hab's gekauft. Ich Idiot. Ja. 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 Es ist... Ich bin so klug. Ich bin wirklich der klügste Mensch auf dieser Welt hier. Ey, wenn mein Kopf nicht an... Wenn mein Kopf nicht ein Kettenhemd an hätte, ne? Würde ich auch das verlieren. Äh... Wo ist denn der Holzfäller? Marius! Wo bist du? Wo ist Marius? Ach, Mist. Äh... Wo hab ich Marius hingeschickt? Wo hab ich Marius hingeschickt? Äh... Bienen. Ich weiß. Aber beim Holzfäller eigentlich, ne? Hier ist doch eigentlich der Holzfäller. Also müsste der hier irgendwo hier unter... Ach, da ist Marius. Guck mal, da ist er ja. Hauptstufe gestiegen. Mit rumlaufen. Gut so. Neuer Spezialisierungspunkt. Äh, ja. Ich bin bereit. Ich... Hm. Alles da? So. Einige Tage später. Ich hoffe mal... Ah. Schön Honig. Schön mit. Schön mit. Auch schön für... Für die Schenke. Honigkuchen. Ah. Bin ich schon... Bin ich schon... Bin ich schon profitabel? Bin ich schon profitabel? Das könnte mir vorstellen, dass wir langsam profitabel sind. Könnte mir vorstellen, dass wir langsam profitabel sind. Und, äh... 90! Wir verdienen jetzt Geld. Die Bäckerei bringt 330. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Dann kann ich auch... Dann kann ich jetzt ums Eck gehen. Dann gucken wir, wie wir weitermachen. Aber es läuft. Money, money, money. Ja, 90 am Tag. So viel ist es nicht. Aber... Jeden Tag. Geld. Läuft. Bis in ein paar Sekunden. Ich gehe eben schnell ums Eck. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wobei ist nix was ein schwert und es kann nichts schief gehen ja was ist denn du siehst wie ein weit gereister mann aus und so jemanden brauche ich wofür ich sag mal so ich weiß wie du in ein vermögen gelangen kannst an einem schatz wenn man so will und ich bin bereit dieses wissen mit dir für eine lächerliche summe zu teilen 80 soll mich das kosten warum holt sie nicht selber ich verstehe das nicht warum holst du dir den schatz nicht selbst er liegt an einem abgelegenen ort und bei all dem was gerade im lande passiert die straßen sind nicht sicher und von den wäldern fange ich gar nicht erst an da überlasse ich das suchen wem anders woher weißt du davon sache klingt nicht ganz erst rein woher weißt du davon also eine rüstung sich scheißen dreckig aus sein wagen steckt im schlamm als dank hat er es mir verraten ja genau erzählt wo er geld versteckt hat ganz bestimmt nun ja zu dem zeitpunkt war er nicht ganz lebendig was ich will sagen ich fand ihn tot in seinem wagen so haben mein vetter und ich den wagen befreit und wie ich den händler zur letzten ruhe betten will rutscht meine hand versehentlich unter seinen rock und ein pergament das passiert mir regelmäßig in dem spiel deine blühende fantasie seht ihr das ist in dieser welt nicht unüblich dass das passiert und keiner will mir glauben sogar anderen passiert dass ihr hört es euch an ich habe keine zeit für märchen 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 wie unverschämt von dir ruf verschlechtert bei wem ja den vogt beleide ich leg ihn um ach nee ich habe keinen bock auf stress weißt du manchmal hat man auch kein lustig mit gesindel anzulegen weiß dann stecke ich mich auch noch an mit seiner dummheit von daher braune so einmal hier schön die pyrene hoch die du die du die du die du oder es mir hört ich bin mal gespannt ob wir da noch was finden bisschen hauptquests heute noch wäre mal schön ich wollte hinreiten hat er gesagt vorsicht hier ist die pest ausgebrochen nicht dass ich dann auch sterbe dass ich mich hier wirklich anstecke oder so wo ist denn der hiesige vogt ein wächter ich sollte mich vorher war ist hier überhaupt irgendwas gemüse händler aber ich muss mich vielleicht vorher waschen und ich sollte ein paar sachen reparieren wo ist denn der gefangene mal kurz äh questblock äh wasser oder scheiß ein neues zuhause wand im bundes steinschlag festball klötze los verpass mir einen nimmst den reichen gibst den armen tanz mit dem teufel ne mein gottes war nicht irgendeine aufgabe mit rede mit dem vogt war nicht irgendwas die seuche doch da befragen den vogt ach ist schon markiert na wo ist er denn ab du bist der vogt melicher melicher wo ist der gefangene was ist passiert er ist tot heinrich das ist ach nö wo ist seine leiche ja in eine grube hinterm dorf geworfen dort bei dem steinkreuz wieso er könnte einen hinweis für meine ermittlungen am leibe tragen wir haben halme gezogen als es dran ging den zu verscharren ach das war gar nicht der vogt falls du jetzt an seiner leiche rumfummeln willst dann mach hinterher lieber einen bogen um mehr hojet verstanden ja das war wohl nicht der vogt ja da habe ich die quest wohl nicht mehr geschafft da habe ich jetzt wohl die pest verhöre den gefangenen mehr hojet gescheitert habe ich zu lange gebraucht oder hätte ich den vogt befragen müssen und dann hätte der überlebt das steinerne kreuz hier irgendwo ist er begraben 100 tage das ist doch nicht lang hast doch ohren jagen kann man doch mal ein bisschen warten es leben noch leute also nicht so viele tage ein brief eigenartig er sieht nicht wie ein schreiber aus so was steht denn in diesem brief drin geil wenn man jetzt kann man den lesen andere können nicht lesen mein lieber t als unsere währungsform mit diskutiert mit ihr diskutierte sage ich währungsreform mit die diskutierte sage ich gewiss nicht voraus wie sich die situation entwickeln würde keinesfalls habe ich zugestimmt dass sich fraglichen münzen zur rekrutierung von manditen und söldnern aufgewandt werden um dadurch gemetzel und unruhen in der provinz hervorzurufen er entsperrt sich jeglicher vorstellungskraft was passieren würde wenn uns jemand mit diesem massaker vom neuhof in verbindung brächte ich verständige dir mit hochlobiger herr dass ich nicht beabsichtige an weiteren unternehmungen mit dir und deinen ressourcen teilzunehmen ich bitte dich eindringlich mit größter zur rückhaltung fortzufahren da ich erfahren habe dass ein deutscher ritter aus passau nachforschung über gefälschte groschen in der region anstellt dieser ritter so wurde mir gesagt nächtig derzeit der schenke zu sasa zu viele augenblicken in unsere richtung ich hoffe ich und vertraue darauf dass du meine entscheidung unsere zusammenarbeit zu beenden verstehst und achtest mit tiefsten respekt es ok es also ich habe mir die vorstellung dass mir den brief reicht ja ich kann nicht lesen das steht da aber anders ja sasa ich kann nichts dafür dass ich deine 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 rechtschreibung und grammatik in diesem spiel drin ist da musste ich mir schon mühe geben und das für die anderen interpretieren ich weiß dass dein text dass du stolz drauf bist dass dein text da reingekommen ist im spiel finde ich auch cool aber ich dachte dafür die zuschauer lese ich den dann mal auf eine andere art und weise vor weise man könnte sagen wow das hast du aber flüssig gelesen das lief ja richtig gut da stand da aber nicht da müsste ich schon wieder ein sasa mit einem reden ich meine gut sasa hat schmieden sasa haut spiele aber ich merke langsam dass mein kopf wirklich mit dem ketten hauptchen echt unangenehm wird man kann nicht mehr ganz so gut denken mit dem ding konntest du jemals denken ja es drückt halt doch schon arg auf den auf den nacken von daher überlege ich ich glaube die quest wird jetzt länger gehen immer kann ich noch ein paar sachen in sasa auf verkaufen gehen würde ich auf jeden fall lohnen hier müsste doch ein wo war der schmied so du musst noch geld haben meister otto hoffentlich kann ich jetzt die sachen weil ich verkaufen ich bin nicht zu schwer kann ich viel tragen man kann ja die sachen mal reparieren die platte ja 6300 geht doch so zweieinhalb tausend da machen wir noch ein bisschen falschen ich bin euer lehrer ich bin udo ich schreibe das hier an die tafel da steht aber gar nicht udo so warte mal 3.000 richtig dreist 3000 fragen kommt schon sind wir uns einig das muss schon mehr sein was schon ordentlich mehr na komm 2.100 was sagst du da wir kommen na schade aber ich immer noch 210 mehr herausgehandelt das finde ich fast zehn prozentig noch rausgehandelt habe lohnt sich schickes schild ding 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 ach reparatur haben wir einen schneider in sasa haben schneider in sasa müsste doch hier auch sein rechts perfekt da kann ich endlich meinen gambi sondern zumal mal reparieren weil er sieht ja wirklich scheiße aus ab rüber machst du posten gebacken im tempel hier immer an lügen wie die gehen wir ins badehaus das hast du dringend nötig stimmen das könnte ich auch mal machen da hast du recht uuuh teuer kann ich was von dir verkaufen hallo hast nicht genug gearbeitet schneider lass mal handeln ich will noch mal gucken ob ich noch was verkaufen kann bei dir ne ne nix schade und wenn ich jetzt noch ins badehaus gehe boah da muss ich geile sachen haben das kann ich aber auf dem weg noch beim schmied vorbei und meine waffen verkaufen und dann können wir ins badehaus gehen finde ich das auch eine gute lösung dünn dünn oh sorry ich glaube ich habe gerade voll den wächter angeritten ist das ein ne ist kein schmied ist da weiter ne ja waffenschmied können wir mit dem reden ein ist ein schmied für alles und du bist auch noch ein waffenschmied und wie gesagt das badehaus müsste eigentlich da links gewesen sein ja ja du mit deinem schönem gedicht schön dass du das kannst du schön auf sagen gutenberg und wann was gibt es da noch mal fisch fritten na guten tag äh lass uns mal kurz handeln und gucken mal was ich noch habe komandisches Holzschild ja verkaufen äh nen rabenschnabel kann ich verkaufen dafür hab ich den äh die Axt lieber Spalter Spalter Söldner gespielen ich wahrscheinlich reparieren können aber egal äh ja aber das wird nicht viel Geld bringen wenn er nur 21 wert ist auf die acht äh Groschen wird zeitlich sich nicht lohnen dann ja ich habe keine Lust auf Blut an meinem Schwert und dann mal ab ins Badehaus das heilt mich ja dann auch noch mal ne das müsste doch hier sein ja aber ich mache ohne extra Service ne ohne extra Service also ich bin jetzt hier nicht äh Platzhirsch brauche ich nicht oder doch Platzhirsch wer ist für Platzhirsch eins wer ist für nicht Platzhirsch zwei brauche ich doch nicht oder ich möchte die Diener was hättest du denn gerne einmal alles einmal alles zum mitnehmen All-Inclose für Mayo und Ketchup bitte es heißt hier gäbe es nette Mädchen nur Smoo dankeschön Smoo hast du Geld selbst Leo ist dafür 40 kostet das nur komm ich falsch bei sowas doch nicht gut bitte sehr du wirst es nicht bereuen dann viel Glück ich scheine auch viel Spaß zu haben hast du was zwei Stündchen Respekt Respekt da muss man da muss man was sagen ne bum 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 natürlich heißt du bum bum wookie dankeschön danke Daniel so dann mal mein Pferdchen warte mal sind Fritz und äh Fritz und 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 Dingsbums nicht bei der Schenke eine Stunde 55 sauber machen war doch logisch so dreckig wie ich war ja dann gab es noch fünf Minuten Spaß ja meine Tochter kam mit ja meine halbe Jahre alte Tochter kam mit einem Kerl an und da musste ich reagieren da musste ich reagieren äh hab mir auch direkt drei neue Schwerter geholt und einen Bogen also ich kann ihn auch mit dem Bogen jagen Jungs kommt nach Präbis-Lawitz ich brauche etwas Hilfe ich bin jetzt der Vogt von Präbis-Lawitz und du bist was der Vogt nun der Roggnaden ich würde gerne helfen aber ich habe meine eigenen Probleme was das Kloster will dass ihr für eure Versorgung aufkommt lass gut sein Heinrich nein was war denn los wir aber misch dich bloß nicht ein nicht so schnell wie Elias er ging uns auf kurz gesagt es war seine eigene Schuld und damit ist der Fall erledigt aber es muss doch einen Weg geben die Sache zu regeln vielleicht wenn ihr nichts da sei kein Narr ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst dir den Ruf verschlechtert ist mir noch egal fahrt zur Hölle Heinrich du und Elias einer schlimmer als der andere dann macht doch was ihr wollt ganz ehrlich auf bald will ich den hey Heinrich hey ich habe da etwas in Priebus Lavitz laufen aber es gibt Probleme und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen tut mir leid Heinrich alter Freund mach's gut sorry aber die sind ja so blöd also boah Deppen richtige Deppen ne oh da haben die einen verprügelt ja ne da hat man nur schlechte Vibes also ich meine das war ja nett die haben die Scheiße beworben dann wir werfen die wieder irgendwelche Gebäude mit Scheiße eigentlich war ich ja nett aber weißt du wenn du sagst komm du beruhig dich ich kümmere die Sachen mal ich bin jetzt Vogt du sollst mal dich vernünftig verhandeln also ich finde da kann man ne 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 Freundschaft hin und her ne einen wunderschönen guten Abend ach ja ich habe sogar gegessen sprich doch mal mal ab sie haben ja gesagt die haben einen verprügelt hat er doch gesagt die haben einen verprügelt kann ja auch noch mit dem Arp sprechen aber ich meine wenn der hier mit mir umgeht während ich ihm eigentlich einen Job anbiete da gehe ich lieber nach Ratai und hole Kunisch mir ran und besorge Kunisch einen Job da war Kunisch mindestens ehrlicher der war einfach nur ne faule Sau also mal ganz ehrlich und ich habe ihn äh zumindestens freigelassen die beiden sind eindeutig ein Fall von dann halt nicht ja was ich denen anbiete ne und ein Säufer ja bald baue ich eine Schenke ist doch gut wenn er Holz fällert ich kann ihn überwachen bei der Arbeit und dann gibt er auch noch sein Geld in der Schenke aus klasse so wo ist unser wo ist Kunisch wo ist deine Fackel ja boah diese Idioten ey hi Adam hast du Kunisch gesehen wahrscheinlich pennen die alle schon aber es ist erst neun Behrans Frau Cornelius hier nicht da auch nicht ne und der Kunisch hat mich zumindest nicht belogen und ich habe Behran helfen können weil ich da geholfen habe also zumindest hat er mir nicht mehr Probleme gemacht als er da schon ey reih mal ruhig wo ist dein Kunisch Bürgerin naja dann gehe ich ne Runde pennen dann weiß ich ja morgen früh wo er ist ich weiß ja morgen früh wo er ist du kannst für dein Dorf auch einen Händler finden oder ich weiß nicht ob ich einen spezielleren Händler dafür mir suchen kann dann bestimmt kann ich auch Leute ansprechen wahrscheinlich kann ich mir auch für meine Bäckerei die Köchin holen oder mindestens für meine Schenke vielleicht die hier eigentlich der Händler für der Händler hier haben wollte die in der Kirche arbeitet der Händler hier der Hagen wollte ja auch einer ich glaub ich könnte mir vorstellen dass ich mir die auch anlachen kann wieso die haben mich doch angemeckert oder meinst du weil da andere da rum liefen ohne Licht also wirklich nicht ich wurde auch zum ersten Mal deswegen bestraft aber wahrscheinlich weil ich halt länger ohne Licht rumgelaufen bin ich bin halt durchs Dreiviertel des Dorfs rumgelaufen wenn du die wenn du die Fackel dann anmachst wenn du das sagst dann reagieren die morgen findet heute nee kein Rataia Turnier oh Turnier diese Liebe mit meinem Pferdchen ich hoffe du hast mitbekommen dass ich dir ach scheiße geh weg ach komm ich meine ich hab ihn geweckt das ist auch unfreundlich der weiß ja nicht was ich von ihm will ich hab ihn verprügelt und dann auch noch äh ne Kuneschi wo ist er denn jetzt hin Landstrahl wo ist denn jetzt Kuneschi Kuneschi meine Güte da will man ihm einmal was anbieten so ne Arbeit Schenke kann er sich nicht leisten der wird nicht in der Schenke sein das kann er sich nicht leisten oder auch keiner in der Kirche 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 in der Kirche Weransfrau die hat es verstanden das haben wir gesagt an der Kirche dürfen die betteln halbe Dorf bettelt am Markt na wo ist er denn jetzt hin jedes mal habe ich ihn super schnell gefunden jetzt einmal will ich ihn finden dann pennt er und danach will er nichts von mir ach Kuneschi hi hör mal Kuneschi ich kann nicht mehr mit ansehen wie du hier verkümmerst wie wär's mit Arbeit für dich arbeiten wo in Priebeslawitz wir bauen das ganze Dorf wieder auf vielleicht könntest du dort als Holzfäller arbeiten das könnte ich aber was wär's dir wert äh du wagst es anmaßen zu sein ich werde dir etwas Startkapital geben ich biete dir ein neues Leben das ist gut genug ich meine komm Kuneschi der weiß ja noch nicht ob ich ihm vertrauen kann ich biete dir ein neues Leben redegewandtheit ist 10 zu 8 nur 6 Brutalität ja ne was es mir wert wäre fragst du mich ich biete dir ein neues Leben schlucke wenigstens einmal im Leben deinen Stolz herunter und nutze die Gelegenheit du hast leicht reden hm na komm schon Kumpel auch wenn ich's nicht gern zugebe es hat mich mein Weib verlassen hat's jetzt mit der Leibhaftige im Genick aber lass mir ja den Fusel was sonst hab ich noch im Leben ja dann will er saufen ne wenn es reichlich Bier gibt werde ich für dich arbeiten ja in Ordnung ich nehme dich Holzfäller Kunisch ach guck mal an irgendwie find ich das schön dass da die Beziehung von Kunisch und mir so jetzt geläuft irgendwie find ich das schön weißt du von Anfang an gestritten und jetzt ist er einfach und dann weil er hat ja die Frau verloren das hab ich jetzt auch zum ersten Mal erfahren ne dass er seine Frau verloren hat vielleicht war er nicht immer so und jetzt hat er eine Chance im neues Leben nach so nem doofen Krieg hat ein schönes Dorf kann von vorne anfangen gefällt mir das gefällt mir hat er auch richtig reagiert er ist natürlich immer noch sauer aber fand ich gut fand ich jetzt wirklich äh gut vom Kunisch und ich glaube für heute aber weil langsam bin ich im Arsch mach ich für heute erst mal Schluss und freue mich diese Rüstung abzulegen oh Gott meine Frau ist schon im Bett mal sehen ob ich das auskriege ich hoffe es mal kriege ich es alleine aus dankeschön wir können ja zusammen jetzt nochmal Dingsbums anziehen dann ziehen wir jetzt zusammen Heinrich an danke für den unterhaltsamen Stream danke für euren Support hier ich werde nochmal Heinrich jetzt anziehen ich hab ja noch für die Leute die ihn nicht gesehen haben müssen ja noch Heinrich kennenlernen und morgen nebenbei geht es um 16 Uhr weiter mit Smallland ein neues Spiel was ähnlich wie Grounded man ist klein aber man ist nicht verkleinert worden sondern man ist eher so ein kleiner Elf Survival ich bin gespannt drauf aber erstmal nochmal hier ein Ahoo für unseren Heinrich nehme ich jetzt mal das alles wieder anziehen werde diesmal sieht man Heinrich sogar sein Gesicht also weil die Kamera doch höher als ich dachte so die kommen aber zum Schluss deswegen musst du die erstmal hinlegen oh freu ich mich jetzt gerade oh freu ich mich jetzt gerade leichter Abdruck wie gesagt normalerweise wirst du die Mundhaube halt so tragen dann ist es auch gar nicht mal so abdrückend das tut gut das tut gut oh tut das gut oh tut das gut ne da war die nicht hier war die Bundhaube nicht hier war die Bundhaube halt nicht so dann gehen wir jetzt mal hier ab nicht über das Kabel fahren bitte hallo Kabel so Köcher jetzt könnt ihr erst mal Heinrich Bundhaube ab so so heilige sind auch geil freu ich mich drauf ich freu mich schon so sehr mit den Pfeilen hier zu schießen mein Bogen so Kettenhebt Heinrich hat zwei Flaschen Bier gesoffen nee die sind noch vom Umbau hier die sind noch vom Bauen und hier zumachen was ich Heinrich auch noch anziehen müsste wie gesagt eben so ein geiles Metallschild was hier auch noch da ist für die die es nicht gesehen haben wie gesagt Lederrüstung und dann habe ich auch noch die Plattling ziehen sich mega geil an sehen mega gut aus ein Wunder dass es noch dass er noch gerade steht dann kommt das Ding hier noch hinten in die Scheide rein sich auch so geil wo ist er tack auch noch einer ein Strommesser was wiegt das zusammen ich habe die ich habe es gestern alles spontan geholt ich weiß nicht wie schwer das Kettenhemd ist ich weiß nicht wie schwer das Kettenhemd ist es gibt nur noch Platten äh äh ich habe keine Ahnung was die ich kann ich kann ja mal an die Leute sagen wie ich da rangekommen bin eBay Kleinanzeigen jemand der genauso groß ist und ein mega Angebot von daher weiß ich das spontan nicht habe aber wie gesagt auch noch drei Schwerter den Bogen die Pfeile die Plattenrüstung die Ketten das Kettenhemd die Bundtaube die Bundkette die Platte hier 10 bis 15 Kilo würde auch mal schätzen was schätzt also die Bundtaube also die Kettenhemd gerade 1,5 Kilo plus das wenn du das ganze Kettenhemd bis unten siehst denk mal so 15 die roten Ränder im Gesicht wenn das ein blauer Fleck wird sieht es zu lustig aus ach es wird kein blauer Fleck die sind ja jetzt schon weg die sind ja jetzt schon quasi weg tut auch nicht weh also ich würde mal sagen so um die ja um die 15 bis 20 Kilo das geht noch also wie gesagt die Platte die Platte wird also ich sage wird schon mehr sein die Platte war gerade schon echt schwer also 25 mit allem drum und dran ein Gambi kriege ich auch noch 2,2,5 und dann hast du noch die Schultern drauf ja irgendwie irgendwas so um den Dreh von daher macht aber auch Spaß und ich kriege dann wie gesagt noch ein Gambi drunter und freue mich aber erstmal ich freue mich auf meinen Nacken morgen ich habe ein bisschen Schiss auf meinen Nacken morgen der wird schon der wird schon ordentlich ordentlich wehtun hey da kannst du ja einen Paladin oder Kreuzritter spielen von Diablo den gibt es bei Diablo 4 nicht und wie gesagt deswegen freue ich mich auf morgen aber nicht auf die oh Gott das wird das wird spannend das wird noch spannend Captain Kirk wer redet von Diablo 4 weil ich es im Juni spielen werde werde Diablo 3 natürlich nicht mehr on stream spielen guten Abend aber morgen werden wir uns in das Survival Spiel ähm äh Smallland wer hat von Smallland was schon gehört eins wer hat von Smallland noch nichts gehört zwei gucken wir uns das mal noch eben an gibt's denn gab ja jetzt ne Beta oder oder willst du sie nicht kennen Damm Califé noch nichts Captain Kirk noch nichts alles klar aber nur bei dir ja ich glaube andere haben jetzt schon Zugriff gekriegt die haben es auch heute schon gespielt aber ich gebe euch mal einen ganz kleinen Trailer damit ihr wisst was morgen euch erwartet äh sieht halt ein bisschen aus wie grounded ah doch man spielt doch ah doch man spielt in einer Menschenwelt man spielt aber keinen Menschen ich habe gerade wieder ich habe aber einmal gesehen hat natürlich was von grounded aber man spielt wohl Elfen und mit Mounds und mit Flugzeugen mit Flügeln mit Fliegen kleinen Rhino möchte aus die Smallland abgeholt werden was kann also wieder eine Base bauen ja ungefähr das war äh Real Life Buzz das war Real Life Buzz natürlich und ich mag auch diese unterschiedlichen Rüstungen die es da gibt von links bis rechts sehen nämlich alle anders aus und das gefällt mir richtig gut arg ich weiß auch nicht beim Jetzt du bist ja auch eher äh irgendwie Elfen mäßig von daher ich freue mich drauf was bauen 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 geht morgen los natürlich Early Access was haben wir anderes erwartet was haben ist so ähnlich wie Valheim und Raft Feen oder Feen würde man es eher nennen Feen würde man es eher nennen das stimmt hier es gibt keine Elfen natürlich die gibt es und äh so aber ich gucke mal gleich wo wir hin boah mein Nacken aber Dankeschön das war ein wunderbarer Stream es macht einfach so Spaß mit euch Kingdom Come zu spielen und dass ich einfach dieses Spiel mitspielen kann ich bin aber jetzt auch echt auf Smallland gespannt das werden wir dann morgen spielen am Donnerstag früh mal sehen also Donnerstag früh nur wenn es gut ist jetzt gehen wir aber erstmal rüber guck mal zu wem äh ich gucke mal zu wem Gehen wir zum Radler und gucken Fußball. Ey, Elia Wald spielt weiterhin Kingdom Come. Ich glaube, wir gehen mal zu Elia Wald. Ich glaube, der ist nicht so weit wie ich. Grüßen da mal rein. Donnerstag früh bin ich Armeiden. Aber dann für morgen Nachmittag, ne? Da wäre ja morgen Nachmittag 16 Uhr geht's los. Ich freue mich drauf. Ich sage natürlich auch immer ein Dankeschön an alle Patreons, die diesen Kanal hier im März mit unterstützt haben. Und alle, die natürlich hier heute den Kanal wieder unterstützt haben. Mit Zap-Bombs, mit Bit und natürlich mit Follows. Mit einem aktiven Chat. Donnerstag früh bin ich nie da. Da bist du ein Stauwerk. Gute Nacht. Schlaft schön. Passt auf euch auf. Ah, und Dankeschön, Dino auch. Danke euch. Ah. Oh, ich müsste mal wieder so einen Rüstungs-Dream machen. Kann man ja wieder als Besonderheit machen. Na, mit wie vielen Leuten funktioniert Twitch? Also, mir sagt Twitch, äh, 50 Leute raiden mit. 50 Leute sind wir mehr oder sind wir nicht mehr? Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Zuschauerzahlen. Kaputt? Kaputt. Ich sehe keinen Raid. Okay. Raids sind wieder kaputt. 49, 50. Und da hat er, also, also, 151. Wahrscheinlich ist bei mir so, es, es, es geht ungefähr immer so um die 30 Leute, wenn ich anfange zu sagen, gehen instant 30 Leute raus. Wenn ich sage, ich gehe, ich raide jetzt gleich, also, würde ich mal sagen, dass, äh, so wie er so wahrscheinlich 150 bis 180 waren. Wenn jetzt 150 da steht. Ich habe einen Raid. Sag ja. Von daher, geht gerne rüber zum Eliawald. Dort wird weitergespielt. Drückt F5, dann kommt der Raid. Ansonsten heißt es für mich Dankeschön zu sagen. Bis morgen. Habt einen schönen Abend. Doei. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.